Einen schönen guten Morgen aus Düsseldorf. Hier ist die Landeshauptstadt NRWs. Hier ist der Metro Marathon 2019. 42,195 Kilometer durch Düsseldorf. Einer, was das Panorama allein angeht, schönsten Marathonstrecken in Deutschland. Und wir werden das Ganze hier für euch übertragen in voller Länge. Und da ich mir gedacht habe, alleine so viele Stunden könnten ein bisschen langweilig werden. Mein Name ist Jan Wochner. Habe ich mir den Vizemeister der Deutschen Meisterschaften aus dem Vorjahr an meine Seite geholt. Guten Morgen, Sebastian Reinwand. Ja, guten Morgen. Heute sitze ich jetzt mal auf der anderen Seite der Startlinie. Wird eine neue Erfahrung, aber ich freue mich schon drauf, jetzt hier dann gleich das Rennen zu kommentieren. Deutsche Meisterschaften zum zweiten Jahr in Folge hier in Düsseldorf. Letztes Jahr war es richtig spannend. Du mittendrin. Vielleicht mal kurz vorweg, was waren deine Erfahrungen auf und abseits der Strecke hier in Düsseldorf? Was ist das für ein Marathon, der Metro Marathon? Das ist auf jeden Fall ein schneller Marathon. Ich glaube, das haben letztes Jahr alle gesehen. Da sind einige Bestzeiten gefallen. Bei uns ging es ja um die Europameisterschaftsnorm. Und letzten Endes haben es ja, glaube ich, sechs oder sogar sieben Leute diese Norm erfüllt. Und davor hatten wir mal spekuliert, dass es vielleicht zwei werden. Also die Strecke ist wirklich schnell, vor allem auf der zweiten Hälfte. Wenn man mal das zweite Mal über die Oberkasseler Brücke gelaufen ist, dann rollt es eigentlich ganz gut bis ins Ziel noch die letzten 15 bis 20 Kilometer. Wunderbar. Siebzehnte Auflage insgesamt hier beim Metro Marathon. Und allein schon zum sechsten Mal, dass die Deutsche Meisterschaft hier in der Stadt stattfindet. Erstmals war das 1928. Da waren Sebastian und ich noch längst nicht in Planung. Es gibt ein paar Änderungen in diesem Jahr. Unter anderem haben wir einen Teilnehmerrekord, über den wir uns freuen können. Und das liegt unter anderem daran, dass hier der Halbmarathon mit in der Stadt integriert worden ist. Der alte Race Director, Jan Winschermann, war ja immer ein Gegner dieser Einführung. Aber 4.000 Leute, ich denke, die sprechen für sich. Also es ist auch ganz einfach, der Halbmarathon ist auch der Einstieg zum Marathon. Es muss auch, muss und kann nicht immer jeder gleich Marathon laufen, bin ich der Meinung. Da gehört ja auch einiges an Training dazu. Das ist mit Berufs- und Familienleben auch nicht ganz so leicht immer vereinbar. Und deswegen, warum sollen wir den Leuten den Spaß nehmen, da in der Stadt zu laufen? Auf 21 Kilometer sieht man hier auch schon einiges in der Stadt. Ja, das kommt auf jeden Fall so rüber. Düsseldorf Marathon gibt es ja, oder Metro Marathon, den gibt es ja seit 2003. Und die deutschen Meisterschaften haben hier im letzten Jahr auch schon stattgefunden. Und darauf liegt in diesem Jahr auch der Schwerpunkt. Zusätzlich haben wir ja auch noch einen Halbmarathon im Programm, der mit 4.000 Teilnehmern ausgebucht ist. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wo wir uns auch sehr darüber freuen, ist, dass die Metro uns weiter als Titelpartner erhalten bleibt. Das ist ein ganz tolles Statement, da die auch schon seit 15 Jahren dabei sind. Also wir sind wieder am Startbereich Josef Beuys-Ufer. Und Sebastian, vielleicht eine wichtige Info vorweg für alle unsere Zuschauer jetzt an den mobilen Endgeräten in Deutschland und auf der Welt. Wir haben ein bisschen Verzögerung. Viertelstunde später geht es los. Was bedeutet das für die Läufer, die jetzt am Start sind und sich möglicherweise auf 9.30 Uhr eingestellt haben, aber jetzt hören, 9.45 Uhr geht es jetzt los. Ja, die werden jetzt natürlich ihren Trainingsanzug, wie man hier noch gut im Bild sieht, ein bisschen später ausziehen auf jeden Fall. Im Marathon ist es schon fast ein bisschen ärgerlich, eine Viertelstunde Verzögerung. Aber es geht ja im Marathon auch darum, dass die Energiereserven halten. Und wenn man dann mal eine Viertelstunde länger unterwegs ist, dann kann das auch ein bisschen schwerer werden. Aber die halten sich jetzt ja nur warm. Die verpulvern jetzt auch noch keine Energie oder rennen großartig rum. Und von daher geht das schon noch. Bringt immer ein bisschen Unruhe rein. Aber ist man eigentlich gewohnt. Vor allem die Profisportler, die sind das auf jeden Fall gewohnt. Das hat schon bei den Bahnrennen früher auch selten geklappt. Da gibt es oft Zeitplanverschiebungen und damit kommt man eigentlich schon ganz gut klar dann. Wir haben Sonja Oberim gehört. Wie gesagt, neue Race-Direktorin hier beim Metro-Marathon in Düsseldorf. War ja selber eine klasse Marathon-Läuferin. Unter anderem achte bei den Olympischen Spielen 96. in Atlanta in den USA. Und du hast es eben angesprochen, Halbmarathon, das ist der Einstieg. Die Jungs und Mädels, die den laufen, sind auch schon auf der Strecke. 4.000 an der Zahl. Das heißt, jetzt mit der Viertelstunde Verzögerung sollte eigentlich schon jeder Halbmarathonläufer dann eigentlich außerhalb der Reichweite sein von denen, die um 9.45 Uhr in den Marathon starten. Ja, auf jeden Fall. Davon gehe ich aus. Da dürften die Ersten jetzt dann schon im Ziel sein. Ja, genau. Wunderbar. Ein anderes wichtiges Thema, was wir natürlich rund um den Marathon immer wieder im Blick behalten müssen. Du wirst es wissen, ist das Thema Ernährung. Wie wichtig ist das tatsächlich und gerade auch natürlich am Tag vor und in den Stunden vor dem Marathon selbst? Ja, also es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Da muss man darauf achten, dass man eben gut Carbo-Loading betreibt, die letzten drei, vier Tage, also dass die Glycogenspeicher voll sind und man möglichst wenig Ballaststoffe, Gemüse und so weiter isst in den letzten zwei Tagen, einfach damit der ganze Verdauungstrakt so wenig wie möglich belastet ist und der Körper dann seine volle Leistungsfähigkeit aufs Laufen konzentrieren kann und da eben nicht noch den Magen doch bluten muss. Auch dazu haben wir einen kleinen Einspieler. Schauen wir mal rein. Ja, am Marathon-Tag empfehle ich eigentlich spätestens drei Stunden vorher, das letzte Frühstück zu sich zu nehmen. Am besten einfach helle Brötchen, keine Ballaststoffe mehr, keine Körner mehr. Wir sehen jetzt hier auch Müsli, also da würde ich auch die Finger davon lassen, einfach damit es noch möglichst leicht und schnell verdaut werden kann. Man kann sich ein bisschen Marmelade oder Butter dazu nehmen, damit das Ganze nicht so trocken schmeckt. Am besten. Und ich würde aber auch auf Käse, Wurst, vor allem Gemüse verzichten, weil das Ganze geht nicht mehr so schnell durch die Verdauung einfach durch. Und am besten ist eigentlich sogar, wenn man noch vorher mal einen Verdauungsspaziergang macht und damit der ganze Darmtraktor und alles in Gang kommt, damit man dann am Marathon-Stadt keine Probleme hat und da nochmal kurzfristig das Dixi aufsuchen muss. Wenn man einfach mal ein bisschen Butter mit Honig oder Marmelade eben dazu isst, dann geht das Ganze auch schön langsam ins Blut und der Blutzuckerspiegel schießt nicht sofort hoch. Und wie gesagt, auch von Milchprodukten würde ich die Finger weglassen und dann sollte da nichts schief gehen beim Marathon. Tja, und wenn ihr euch im Marathonsport nicht so gut auskennt, das war tatsächlich Sebastian Reinwandt, unser Experte heute hier am Morgen mit seinen Ernährungstipps. Sebastian, ein anderes Thema, auf das ich direkt gerne zu sprechen kommen möchte. Wir sitzen hier direkt auf Höhe der Ziellinie in so einem kleinen Container. Uns ist mugglig warm, aber draußen das Wetter. Es ist trocken in Düsseldorf, das sehen wir. Wie sind die äußeren Bedingungen und was hat das für einen Einfluss aufs Rennen aus deiner Sicht? Also die Bedingungen spielen natürlich schon immer eine große Rolle. Sie sind jetzt heute eigentlich ganz gut. Bisschen Wind geht noch. Also Wind ist eigentlich immer der größte Feind der Läufer. Vor allem die, die eben vorne laufen, kriegen den Wind am meisten ab. Da sind die Felder auch nicht so groß. Meistens, wenn man dann irgendwann mal zu zweit, zu dritt bloß ist. Deswegen hat man eben auch Tempomacher in solchen Rennen, die einmal dafür sorgen, dass eben das Tempo passt, aber auch den Wind ganz gut abhalten sollen. Die ersten Kilometer oder die Großzahl der Kilometer mindestens mal bis zu Halbmarathon. Und wenn der Wind jetzt so leicht bleibt, wie er jetzt ist, sind es heute wieder sehr gute Bedingungen für schnelle Zeiten. Letztes Jahr war im Prinzip Windstill, soweit ich das in Erinnerung habe. Da hat es dann ein bisschen geregnet, aber... Ein bisschen ist gut. Ja, irgendwann, wenn das Rennen mal läuft und man ist nass, dann ist man nass, solange es noch nicht kälter ist als 8 Grad, dann geht es auch noch ganz gut. Da reicht die Körperwärme aus. Ich glaube, das hat die wenigsten in dem Rennen dann von den Leuten, mit denen ich da gelaufen bin, noch groß beeinflusst. Da ist man dann irgendwann nach 20 Kilometern, als der große Regen kam, so in seinem Rennen drin, dann zieht man das einfach durch. Ist der Wind hier in Düsseldorf vielleicht doppelt ein Thema, weil es auch über die Oberkasseler Brücke geht, die natürlich besonders dann windanfällig ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich war gestern hier auch wieder beim Dauerlauf gestern Abend noch und habe mir auch gedacht, naja, wenn hier so ein Wind ist morgen. Und ich kann mich auch erinnern, dass letztes Jahr, als Philipp Bauer und ich zusammen unseren letzten Lauf gemacht haben, 24 Stunden vorm Rennen, haben wir uns auch gedacht, wenn hier morgen so ein Wind weht. Also da sind wir dann gegen den Wind noch einen Kilometer im Renntempo gelaufen. Als Vorbereitung sagten wir, wie soll das morgen 42 Kilometer lang gehen? Der Wind war dann zum Glück weg und es ging dann auch mit dem Tempo ganz gut. Aber ja, im Rennen ist es dann jetzt in den vielen Morgenstunden einfach auch meistens eher windstill. Ist das trotzdem eine Schlüsselstelle? Ich meine, wir können sie sehen, die Oberkasseler Brücke. Ist das eine Schlüsselstelle hier im Streckenprofil des Düsseldorfer Marathons? Ja, man muss halt vor allem aufpassen, die kommt ja relativ früh schon, bei Kilometer 13 circa, glaube ich, und dann nochmal kurz nach Halbmarathon. Zu dem Zeitpunkt im Rennen sollte jeder noch so frisch sein, dass das nicht wehtut, weil sonst würde das Rennen noch sehr, sehr lang, wenn es da schon wehtut zu dem Zeitpunkt. Man darf aber halt natürlich eben auch nicht überpacen, man muss einfach aufpassen, dass man dann auch einmal 5 oder 10 Sekunden abgibt auf den Kilometer, wenn es da hochgeht. Das ist einfach so. Und ich habe das Feeling gesagt, ich kenne die hier laufen, dass die Strecke, der langsamste Teil der Strecke ist meiner Meinung nach zwischen Kilometer 15 und Halbmarathon, eigentlich so hinter der Oberkasseler Brücke. Da ist oft auch eben sehr windanfällig dann. Und wenn man sich da nicht verrückt machen lässt, da haben wir selbst mit einer großen Gruppe von 10 Leuten und Zweitempo-Machern ein bisschen Zeit liegen lassen letztes Jahr. Und trotzdem sind wir alle noch unsere Zeiten gelaufen. Also es geht ja dann am Rückweg auch die Brücke schön runter und dann rollt es eigentlich so ab Kilometer 23. Sagt der aktuelle, das kann ich noch sagen, ein paar Stündchen noch. Noch hält es noch, zweieinhalb Stunden. Der aktuelle deutsche Vizemeister Sebastian Rheinband. Gute Erinnerungen an das vergangene Jahr hat er noch. Und wir wagen auch mal einen Rückblick auf die deutschen Meisterschaften vergangenes Jahr hier in Düsseldorf. Ich bin sehr, sehr gespannt, was heute passiert, weil die Bedingungen echt richtig gut sind. Es ist überhaupt kein Wind. Ich denke, es werden hier so sechs, sieben Deutsche versuchen, so Richtung 2.16 zu rennen. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, heute fallen vier Normen. Die drei Jungs, die im Halbmarathon vorne waren, also vor allem Carsten Meier, Jens Nerkamp, Philipp Bahr und natürlich mein Buddy Tom Gröschel. Drei, zwei, eins, zwei, es war's. Es hat zwischendurch sowas einmal gegossen. Wir sind von Pfütze zu Pfütze gesprungen. Das war unglaublich. Ich habe versucht, mein Ding zu machen von Anfang an. Dann ich bei 25, wo ich mich dann eben von der Treppegruppe trennen musste, um dann nicht zu sehr am Limit zu laufen. Dann hat Sebastian Rheinband das Herz in die Hand genommen. Der hat da eine ordentliche Lücke gerissen. Dann habe ich mal peu à peu eine Gruppe nach der anderen eingesammelt. Dann habe ich irgendwann Basti gesehen, der auch ein krasses Rennen gemacht hat. Mir war es einfach so scheißegal. Ich habe den Toms auch noch angefeuert, weil ich wusste, das wird eine 2.15. Heute ist der Deutsche Meister von Sebastian Rheinland, der dies wieder erarbeitet hat. Ja, Sebastian, auch du wärst da. Ja, krass. Ja. Bei den Deutschen Meisterschaften und vor allem in das Rechtlichste. Ja, schöne Erinnerungen. Natürlich, wenn ich das noch sehe, wie du dem Tom da in die Arme gefallen bist, direkt im Ziel. Sebastian. Ja, ich glaube, das war für beide eine große Erleichterung. Mit Tom hat ja so gar keiner gerechnet eigentlich. Ich glaube, er selbst am aller, allerwenigsten. Er hatte ja eine sehr, sehr holprige Vorbereitung. Und für mich war das ja auch 4 Minuten Bestzeit. Und deswegen war mir das auch relativ egal, ob ich 1. oder 2. bin. Tom Gröschel, muss man dazu sagen, der Deutsche Meister, auch heute hier als Favorit bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf am Start. Und Sebastian, vielleicht mal zu dir. Also wenn wir jetzt gerade sagen, du bist Deutscher Vizemeister, diesen Titel wirst du heute nicht verteidigen können. Du sitzt ja neben mir hier in der Kabine. Wie kommt es, also was steht bei dir aktuell an? Wieso bist du heute nicht mehr am Start? Ja, ich habe ja im Sommer nach der Europameisterschaft, für die ich mich eben hier in Düsseldorf qualifiziert habe, meine Laufkarriere beendet. Und mich entschlossen, mich im Profitriathlon zu versuchen, weil ich auch aus Rot komme. Und mich das schon immer gereizt hat. Und für mich war das eine runde Sache, nach 15 Jahren Laufsport zu sagen, jetzt mit der EM und einem Nationaltrikot. Viel mehr kommt da für mich nicht. Die Olympia ist relativ weit außer Reichweite für mich, muss man ehrlicherweise sagen. Können auch nur drei Leute hinfahren, nicht sechs wie bei der Europameisterschaft. Und deswegen habe ich gedacht, nutze ich meine besten Jahre, um nochmal den Triathlon richtig anzugreifen. Wie läuft es? Ja, es läuft jedenfalls jetzt. Ich hatte da eine lange Verletzungsphase, habe jetzt noch zehn Wochen bis zum Challenge Rot. Bin auf jeden Fall im Training, aber es ist schon ganz was anderes. Also es ist für mich auch selbst schwer, alles ganz genau einzuschätzen, weil ich halt vieles noch nicht kenne. Vor allem das Radfahren. Aber ich habe eigentlich auch eine ganz, ganz gute Laufverfassung schon wieder, obwohl ich jetzt im Vergleich zu vorher maximal 50 Prozent der Laufkilometer habe. Und ein Stück weit lasse ich mich dann auch überraschen von meiner Form. Also ich meine, was hast du dir da für Ziele genommen? Du machst das ja jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast, du machst das als Profi, nicht als Amateur. Was schwebt dir da vor? Ja, ich habe natürlich gleich ein relativ hohes Ziel auserkoren und gesagt, ich mache das unter acht Stunden. Was so im Triathlon ja auch eine sehr, sehr magische Zahl ist. Wird auch heiß diskutiert in der Triathlon-Szene auf jeden Fall. Und ich möchte das aber auf jeden Fall so schaffen, dass ich der erste bin, der einen Marathon in zwei Stunden 30 rennt. Beziehungsweise am besten knapp unter 2.30. Und das ist so mein Ziel, das ich mir vorgenommen habe und versuche dann, kann natürlich nicht innerhalb einem halben Jahr Training mit den ganzen Profis da am Fahrrad mithalten und beim Schwimmen. Wenn, dann muss das bei mir beim Laufen hinten raus funktionieren. Und das ist ein Stück weit auch ein großes Experiment zu schauen, ob das geht. Kann ich dann da wirklich noch so schnell laufen? Nur weil jetzt im Training vielleicht zwei Stunden 30 ein lockerer Marathon sind oder ein sehr kontrollierter. Und ja, wir werden es sehen in zehn Wochen. Ihr schaut den Livestream Metro Marathon in Düsseldorf 2019 und heute auch natürlich Austragungsort der Deutschen Meisterschaften im Marathon. Bei den Männern, bei den Frauen und natürlich auch in den diversen Altersklassen. Wir haben einen Teilnehmerrekord in Düsseldorf. Und falls ihr euch fragt, na, wieso geht das denn hier noch nicht los? Ja, wir haben eine Viertelstunde Verspätung, Marathonstart erst 9.45 Uhr, aber viele Hobbyläufer sind auch hier am Start, viele Amateure und die haben auch alle richtig Bock. Für mich ist es heute mein neunter Marathon und ich bin sehr glücklich, hier zu gehen. Ich hoffe, dass ich in der AK-60 so um die drei Stunden 15 laufen kann. Hoffe ich jedenfalls. Mal gucken. Ich bin sehr glücklich, dass dieses Jahr der erste Mal den Halbmarathon, meine Lieblingsdistance zu machen. Ja, also einmal ist keinmal und jetzt versuche ich einfach nochmal, mein Glück, meine Bestheit ein Stückchen zu steigern. Mal gucken, was geht morgen. Nachdem ich jetzt schon zweimal den Marathon hier gefinisht habe, gucke ich mir jetzt den Halben an und bin gespannt wieder auf die Stimmung. Und hoffentlich regnet es dieses Jahr nicht. Also, jede Menge Vorfreude, auch bei den vielen, vielen Hobbyläufern, wir haben es erwähnt, rund 20.000 Läufer hier in Düsseldorf am Start, Teilnehmerrekord. Und der Haupt- und Titelsponsor Metro hat auch nochmal ganz nebenbei sein Engagement um zwei Jahre verlängert. Also, gute Nachrichten für die Ausrichter und die Sportstadt hier in Düsseldorf. Tja, Sebastian, werden wir mal ein bisschen sportlich und schauen wir mal vor allem aufs Feld bei den Frauen zuerst. Was haben wir da aus deiner Sicht heute für ein Rennen zu erwarten? Und wen erwartest du vorne in der Spitzengruppe und im Rennen um die Medaillen ganz vorne? Ja, nachdem Fabian Amram ja leider kurzfristig ausgefallen ist jetzt mit einer Stressfraktur, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Die Vorjahressiegerin, ne? Genau, die Vorjahressiegerin und glaube auch EM-Elfte oder Zwölfte. Da war auch zu erwarten, dass sie die 2.30 dieses Mal knackt, dass sie erst kürzlich vor drei Wochen in Berlin eine 1.11 im Halbmarathon gelaufen ist. Und das ist schon auch sehr, sehr stark gewesen und war auch mehrere Wochen in Kenia. Aber so ist es oft im Leistungssport. Die Favoritin ist jetzt eigentlich raus. Damit ist dann Anna Hanna kurzfristig in die Stadterliste gerutscht, die sich nach dem Berlin-Marathon auch entschlossen hat, nach langer Verletzungszeit hier zu starten. Sicherlich noch nicht in Bestform, hat sie auch gesagt. Sie will hier Spaß haben, vor allem mal wieder 42 Kilometer rennen, ohne dass vorher und nachher was wehtut. Und ich glaube, ihr Halbmarathon, der war jetzt in Berlin eine Stunde 15 und ich traue ihr damit zu, dass ihr jetzt hier heute 2.35, 2.38, vielleicht auch einen Ticken schneller rennt. Werden wir sehen. Ich denke, die wird sich da auch im Rennen mal vorsichtig rantasten. Und dann gibt es eigentlich die große Überraschung, wie wir jetzt gehört haben, mit der Startnummer. Du heißt die Nummer auswendig. Ja, der Mann der Zahlen. 10.382. Da hat nämlich jemand anders nachgemeldet, und zwar die Anja Scherl, die erst vor drei Wochen in Hannover am Start war und dort 2.32 Stunden müssen es gewesen sein gelaufen sind. Die hat sehr kurzfristig jetzt nachgemeldet, was natürlich jetzt doch nochmal für große Spannung sorgt, was die Anja jetzt hier genau vorhat. Ich habe die Anja jetzt auch nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Hat sich quasi heimlich nachgemeldet. Ja, last minute. Last minute, genau. Ja, das geht hier natürlich auch jetzt mit dem neuen Olympia-Zyklus um Weltranglistenpunkte, die man bei einer deutschen Meisterschaft eben in Anführungsstrichen einfach holen kann, weil die eben sehr hoch bewertet wird vom Punkte-Ranking her, die nationale Meisterschaft. Und wer eben in Tokio 2020 starten will, der muss eigentlich jetzt schon an die Punkte denken. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Anna Hanna sich gesagt hat, selbst wenn ich jetzt hier nicht in Bestzeitform bin, kann ich auf jeden Fall viele Punkte holen. Und da eben am Start ist, weil ansonsten von den deutschen Top-Frauen eben auch einige fehlen, wie Franti Reng, die verletzungsbedingt eine längere Auszeit nimmt. Oder auch Laura Hortenroth, die schon in Hannover, glaube ich, dann auch ausgestiegen ist mit Verletzungsproblemen. Und deswegen ist das Frauenrennen hier jetzt ziemlich offen. Und wir haben dann, vor allem um Platz 3 wird es dann schon spannend, die Isabelle Leibfried ist noch dabei. Hier letztes Jahr zwei Stunden Ein- und Platz hier gelaufen. Die ist eigentlich so die Anwärterin auf den dritten Platz hier. Aber da kann dann alles passieren, auch wenn von den Favoritinnen mal eine rausgehen sollte. Dann wird es schon spannend, wer die Medaillen noch holt, auf jeden Fall. Ja, Anna Hanna also ist die zumindest leichte Favoritin. Jetzt hat sie Konkurrenz durch Anja Scherl bekommen. Und Anna Hanna ist für uns auch nochmal ein Thema, was wir in einem kleinen Video einen Spieler auf jeden Fall behandeln können. Ich freue mich ganz besonders auf die Stimmung hier in Düsseldorf beim Marathon. Es sind so viele Zuschauer an der Strecke. Ich glaube, über 400.000 sind es. Und ich habe auch von ganz vielen gehört, dass die jetzt hier an der Strecke stehen und mich anfeuern werden. Und nicht nur mich, sondern auch die anderen Läufer und die ganzen Bands, die spielen und den Läufern zu jubeln. Und besonders cool finde ich es, dass ich hier über die Rheinbrücke laufe, auf die andere Seite und dann wieder über den Rhein zurück. Und das Highlight wird wahrscheinlich sein, wenn ich dann die letzten Meter am Rhein entlang ins Ziel laufe. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf sich jeder Läufer hier freut. Also, Anna Hanna freut sich auf ihren Start in Düsseldorf. Und falls ihr euch jetzt erst reingeklickt habt in unseren Livestream hier vom Metro Marathon 2019. Wir starten ein wenig später. 9.45 Uhr geht es los mit dem Marathonspart hier am Josef-Boys-Ufer. Wir sehen den Startbereich. Und an meiner Seite ist weiterhin der, ich wiederhole das gerne, noch aktuelle deutsche Vizemeister Sebastian Reinwand. Ja, wir haben jetzt gerade auch schon die Fahne auf dem Dach gesehen im Livestream. Also, die hat relativ schwach geweht. Das heißt, der Wind ist nahezu weg. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Rennen. Die Sonne kommt jetzt auch ein bisschen raus. Also, frieren muss auch keiner mehr jetzt an der Startlinie. Temperaturen knapp unter 10 Grad aktuell? Eigentlich ziemlich ideal zum Schnelllaufen. Weil die Luft dann sehr sauerstoffreich ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das mit dem Sauerstoff gar nichts zu tun? Also, ich bin ja jetzt kein Meteorologe und Wetterexperte. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Ja, es geht ja eher ums Schwitzen und ums Erhitzen. Und man produziert ja jede Menge Abwärme, wenn man schnell läuft. Und dann die Wärme, das, was man eben schwitzt, das ist das, was einen limitiert. Irgendwann kriegt man einen Hitzschlag. Deswegen ist es auch so schwer, bei 30 Grad und mehr schnell zu laufen. Und das ist hier einfach gar kein Risiko. Also, die Kühlung ist gegeben, die Lufttemperatur, das passt alles. Wir schauen auf Tom Gröschel, den großen Favoriten und Titelverteidiger bei den Männern hier in Düsseldorf. Schwarzes Käppchen, schwarze Schuhe, ganz in schwarz. Genau, der schnürt hier jetzt nochmal seine Schuhe. Wie es aussieht, läuft er auch mit den besagten 4-Prozent-Schuhen eines bestimmten Herstellers, den nahezu alle jetzt tragen. Und ja, wie man sieht, Tom geht es gut. Macht jetzt hier nochmal eine Steigerung auf jeden Fall. Hält einfach die Beine ein bisschen warm noch, hat noch seine Jacke an, eben wegen der Startverzögerung. Aber die wird er jetzt in den nächsten 5 Minuten dann auch ablegen. Genau, in 10 Minuten geht es dann los für alle Marathonläufer hier in Düsseldorf. Ich schaue nochmal gerade, wie viele insgesamt am Start sind. 3.500 über die klassische Marathon-Distanz. Wir haben natürlich auch diverse Staffeln am Start. Wir haben schon ein ausgebuchtes Teilnehmerfeld über die Halbmarathon-Strecke. Diese Läuferinnen und Läufer sind bereits unterwegs. Und wenn wir gerade, Sebastian, gehört haben, wie du gesprochen hast über so diverse Sachen, die die Temperatur angehen und Stichwort erhitzen und erwärmen. Erwärmen ist das Stichwort, denn das will auch gelernt sein. Und in einem kleinen Video kannst du uns ja mal erklären, wie das optimalerweise funktioniert. So, wir treffen uns heute zum Tempotraining. Vor jedem Tempotraining gehört aber auch das richtige Aufwärmen dazu. So, wir sind jetzt vom Einlaufen zurück. Und fangen hier jetzt erstmal an mit ein bisschen Mobilisationsbewegungsübungen. Ein bisschen Hüft kreisen. Am besten Oberkörper gerade lassen, aus der Hüfte kreisen. Dann gehen wir ein bisschen in die Grätsche. Und dann machen wir quasi wie die Mühle, die Beine auch so leicht auseinander. Und dann nehmen wir auf die Seite, drehen die Hüfte und versuchen aus der Hüfte, die Hüfte durchzustrecken mit Schwung. Mit dem Knie so ein bisschen nachwippen. Das ist einfach auch nochmal für die ganze Mobilisation vom Becken. Noch besser geht es sogar, wenn man auf einer leichten Erhöhung steht, weil dann kann man das Bein so richtig durchgestreckt laufen lassen. Also, so langsam steigt die Vorfreude. Auch bei uns hier in der Kommentatorenkabine. Sebastian Reinwand und Jan Wochner freuen sich auf jede Menge Spannung. In Düsseldorf, Metro-Marathon 2019, die deutschen Meisterschaften. Und da jetzt natürlich nach und nach sich die Leute reinklicken. Sei nochmal der Hinweis gestattet. Der eine oder andere wird es jetzt schon zwei, dreimal gehört haben von uns. Wir haben eine kleine Verzögerung. 9.30 Uhr. Ja, wir wissen, für 9.30 Uhr war der Start geplant. Aber ihr seht es selber hier am Josef-Beuys-Ufer ist noch die Aufwärmphase im Gange. Wir haben eine Viertelstunde Verzögerung. Also so wie in der Uni. Quasi 9.30 Uhr CT. Genau, wir sehen jetzt eben schon mal Anja Scherl im Bild. Die man, wie gerade schon angesprochen, nachgemeldet hat. Überraschend. Begibt sich jetzt auch langsam zur Startlinie. Die machen dann alle jetzt hier noch ein paar Steigerungen, einfach um sich warm zu halten. Damit die Beine dann auch schön flüssig losrollen, wenn der Startschuss fällt. Auf das Frauen-Favoriten-Feld haben wir eben schon geschaut. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Männer. Tom Gröschel führt einen Weg an ihm vorbei. Ja, also Tom ist auf jeden Fall der Favorit spätestens seit seiner Leistung bei der EM, wo er auch noch mal zwei Stunden 15 gelaufen ist. Was sich auf den ersten Blick nicht so schnell anhört. Aber wer weiß, wie das Wetter da war in Berlin mit über 30 Grad und in der Sonne. Das war schon eine sehr, sehr starke Leistung. Also ich war da dann vier Minuten hinter ihm und nicht mehr 20 Sekunden, wie vorher in Düsseldorf. Da hat der Tom schon richtig einen rausgehauen. Und dann ist aber natürlich mein Ex-Team-Kollege auch hier am Stadt, Simon Stützel, der seit 2015 das erste Mal wieder einen Marathon läuft, viel Verletzungspech hatte. Auch mal noch einen Unfall mit dem Fahrrad dazwischen gekommen. Und der ist einfach auch in der Form seines Lebens, würde ich sagen. Also ich weiß ja sehr genau, was er trainiert hat. Und den hat auch der Tom mit Sicherheit auf der Rechnung heute. Und die beiden laufen auch erst mal zusammen los. Haben dann insgesamt drei Pacemaker dabei. Der Tobi Blum macht dann noch Tempo. Hendrik Pfeiffer, der ein Stück weit ein Comeback gibt. Nach langer Verletzungszeit versucht er möglichst lange Tempo zu machen. Und dann eben noch Dixon Kirui, glaube ich. Der bewährte Pacemaker, den wir Deutschen öfter an die Seite gestellt kriegen. Den kennen wir alle gut. Und der trifft das Tempo immer super. Und das wird sicher eine sehr, sehr spannende Entscheidung zwischen dem Tom und dem Simon. Dixon Kui aus Kenia. Und Hendrik Pfeiffer, hast du gerade erwähnt, hat ja auch eine bewegte Geschichte hier, was den Marathon in Düsseldorf angeht. Dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Aber für euch auch der Hinweis, Hendrik wird später, nachdem er dann ausgestiegen ist und das Tempo gemacht hat, hier zu uns in die Kabine kommen, seine Eindrücke von der Strecke schildern. Und vielleicht auch sein Eindruck natürlich von den Läufern, die hinter ihm dann ins Rennen gegangen sind, für die er das Tempo gemacht hat. Und da wird er sicherlich noch mal ein paar mehr Insights für uns haben, als wir das hier rein vom Bildschirmbild her haben können. Also, 9.45 Uhr, Start für alle Marathonläufer beim Metro Marathon in Düsseldorf. Wir freuen uns und gleich geht's los. Blick auf das Josef Beuys-Ufer, auf den Startbereich beim Metro Marathon. Und da sind die beiden Kontrahenten. Genau, hier sind der Simon und der Tom, das sieht man auch. Also sind eigentlich alle befreundet hier in der Szene. Da kommt nochmal Simons Frau sogar und gibt dem Tom noch einen High Five. Also, wir sind ja alle befreundet, auch wenn es im Rennen dann darum geht, wer der Schnellere ist. Aber Tom und ich haben uns sogar letztes Jahr schon abgeklatscht, als er mich überholt hat, so bei Kilometer 41, weil wir auch beide wussten, das war hier jetzt ein Riesenrennen. Und da gönnt man das dem anderen dann auch mal. Ja, das ist sehr schön zu sehen und wir freuen uns trotzdem natürlich gleich und hoffen natürlich auf einen Schlagabtausch dort an der Spitze. Was wir natürlich auch immer im Blick halten, es geht hier nicht nur um die deutschen Meisterschaftstitel, es geht natürlich auch um den Gesamtsieg. Da erwarten wir natürlich auch die deutschen Vertreter, die wir jeweils als Favoriten bei den Frauen und Männern genannt haben, weit vorne. Aber es gibt auch internationale Starter, die gute Möglichkeiten haben, hier am Ende sich die Siegermedaille um den Hals zu hängen. Und gerade bei den Männern ist das Feld vorne doch auch in der Spitze sehr ausgeglichen. Wen hast du da so auf dem Zettel, Sebastian? Ja, das Feld ist auf jeden Fall ausgeglichen. Es sind noch einige, die auch 2.16 stehen haben beim Marathon am Start. Einer, ein Holländer, der sich jetzt sehr, sehr stark verbessert hat. Du weißt vielleicht besser, wie man den Namen ausspringt. Da sind so viele Is und Js drin. Also Thies Nijhuis, würde ich sagen, ist ein ehemaliger Holländer, der mittlerweile für Dänemark startet. Und der hat tatsächlich richtig auf sich aufmerksam gemacht, eine 1.03 im Halbmarathon in Barcelona, dieses Jahr im Februar gelaufen. Also das ist schon mal ein Wort. Genau, mit dem war der Simon auch in Kenia im Trainingslager und hat da auch schon gesagt, die haben beide mal verglichen, ihre Bestzeiten. Die hatten wirklich auf die Sekunde gleich 1.500, 3.000, 5.000, 10.000. Und Simon war immer ein paar Zehntel schneller und jetzt im Halbmarathon hat er jetzt richtig einen vorgelegt. Aber hallo! Und wobei Simon alles auch unter 65 Minuten kürzlich in der Vorbereitung gelaufen ist bei den Deutschen Meisterschaften in Freiburg vor drei Wochen. Und ja, heute wird es spannend, was die beiden im Marathon gegeneinander leisten. Auf die anderen schauen wir gleich. Jetzt richten wir erstmal alle Augen aufs Josef-Beuys-Ufer. Es ist richtig schön zur Linken, also zu eurer Rechten, wenn ihr jetzt auf den Bildschirm schaut, liegt der Rhein. Im Hintergrund sehen wir schon eine der vielen Brücken, die über den Rhein führen und da ist jede Menge los. Das sehen wir auch am Wegesrand und wir machen uns bereit für den Start beim Metromarathon 2019. Nimmt man das eigentlich wahr, was da los ist, direkt am Startbereich, Sebastian, in diesen Sekunden kurz vorm Start oder ist man da komplett bei sich? Ja, man ist eigentlich schon ziemlich auf sich konzentriert. Und das Wichtigste ist, die Uhr rechtzeitig zu starten. Ja, stimmt. Genau. Und dann sind wir auf der Strecke. Ja, wunderbar. Also, Startschuss für den Metromarathon 2019 in Düsseldorf und Startschuss auch für die deutschen Meisterschaften. Und natürlich werden wir uns jetzt hier in der Berichterstattung auf die Spitze bei den Männern und bei den Frauen konzentrieren. Aber es geht natürlich auch um so viel mehr. Wir haben die Altersklassenwertungen und das geht ja wahnsinnig hoch. Also, das ist ja das Tolle beim Marathon, dass man wirklich von einem Sport jung bis alt spricht, wie man auch will. Wir haben bis Altersklasse M90 und weiblich 90. Also, das ist ja der Wahnsinn. Es ist ein Sport für alle Generationen. So, das Feld wird sich jetzt ein bisschen sortieren. Es geht jetzt hier vorbei, direkt am Josef-Beuys-Ufer in Richtung Zizilienallee. Und dann erst einmal lange, schnurstracks, geradeaus. Ja, wir sehen jetzt hier, haben sich jetzt schon Tobi Blum und Hendrik Pfeiffer nach vorne gesetzt. Der Dicksten ist auch schon da und auch mit Gusebocco, der eigentlich eine etwas schnellere Gruppe führen sollte. Aber die liegen so eng beieinander, dass das, haben wir schon vorher geschätzt, dass die Gruppen vielleicht auch zusammenfallen. Die wollen irgendwie 30 Sekunden Unterschied auf Halbmarathon anlaufen. Das ist nahezu nicht möglich. Das ist ja eine Sekunde pro Kilometer. Und der Mitkur ist jetzt auch wieder fit, auch ein sehr guter Tempomacher. Der wohnt bei mir in der Nähe in Fürth. Ich bin ja aus Nürnberg, mit dem trainiere ich häufiger. Und sieht mich ja so ein bisschen mit seinem Arm wackeln, aber er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tempo-Gefühl. Lass uns mal ein bisschen die Leute auch tatsächlich vorstellen. Für die, die sich jetzt in der Szene nicht so auskennen. Also Hendrik Pfeiffer erkennen wir ganz vorne. Das ist einer der Pacemaker, der später bei uns auch in der Kabine mit am Start sein wird. Mit diesem geteilten Laufdress. Das heißt jetzt zu unserer rechten Blau und links dieses leicht grünliche. Und den Titelverteidiger Tom Gröschel hat er direkt hinten im Gepäck ganz in schwarz. Die Kappe hat er jetzt ausgezogen. Und Simon Stützel. Der ist in Rot, direkt hinter dem Hendrik. Und vorne ist noch Tobi Blum. Zweiter von rechts in der zweiten Reihe. Genau. Und kannst du noch mal ein bisschen was zu den Pacemakern da in der ersten Reihe erzählen? Also wer ist wer? Hendrik hatten wir. Und das andere ist Tobi Blum. Hier mit dem neongelben Dress. Genau, mit dem schwarzen Blitz. Der möchte eigentlich möglichst bis 30 Kilometer sogar laufen, hat er gesagt. Bereitet sich jetzt eigentlich vor, dann Richtung 10.000 Meter DM, die dieses Jahr erst Anfang Juni ist. Und wird dann anschließend in Tschechien einen schnellen Halbmarathon laufen und konzentriert sich dann auf den Herbstmarathon. Also auch schon einer, der sich eigentlich den Marathon verschrieben hat. Dixon Kouroui haben wir ja angesprochen. Der Pacemaker für Simon Stützel. Wo finden wir den? Ja, den sehe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich sehe jetzt einen anderen Afrikaner noch vorne, ganz rechts außen. Ich kann aber die Startnummer nicht lesen. Vielleicht haben die da auch die Pacemaker nochmal getauscht, weil der Dixon ist jetzt auf den ersten Blick hier nicht in der Gruppe vertreten. Also das ist die Spitze bei den Männern. Wir werden natürlich, gleich wenn sich alles ein bisschen formiert hat, wir sind ja direkt erst am Anfang dieses Rennens, dann auch zu den Frauen schauen. Und immer mal wieder verschiedene Gruppen, sofern sie sich denn dann entwickeln und bilden, für euch auch in Augenschein nehmen. Du hast es eben gesagt, wir haben eigentlich aus dem technischen Meeting erfahren und auch aus den Gesprächen mit den Athleten, dass sich zwei Gruppen bilden sollen. Die eine leicht schnellere, die in Richtung 66,30 angehen wollte, will und die andere, die eher so in Richtung 67,30 unterwegs ist. Also da warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und ob es wirklich zu zwei Gruppen kommt oder, wie du gerade gesagt hast, am Ende bei diesen wirklich nicht bedeutenden Unterschieden. Ja, aktuell haben wir einfach eine große Gruppe, was natürlich fatal wäre, wenn jetzt einfach alle das schnellere Tempo laufen. Das wäre dann doch, es sind ja auch einige dabei mit zwei 17er Bestzeiten, wenn die dann eine 66,30 angehen, dann wird es die mit Sicherheit hinten raus aufstellen. Aber das sieht hier bei allen ganz gut und kontrolliert aus. Ich bin auch gespannt, wir kriegen hier wahrscheinlich einen Kilometer-Split sogar aus dem Männerrennen, da bin ich schon gespannt. Von den Frauen habe ich den ersten Kilometer-Split hier, 3,22. Und ich habe den von den Männern, der ist 3,08. Also beide sehr schnell unterwegs, muss man sagen, aber so wie ich hier den Wind sehe, ist der erste Kilometer auch Rückenwind. Also letztes Jahr war es auch so, dass die ersten 3 Kilometer mit Rückenwind, da dachte man, also... Ja, aber das Problem, Sebastian, ist, wir sehen das ja schon links, die Herren und Damen müssen ja gleich links nochmal in entgegengesetzte Richtung zurück. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil wir haben dann umgedreht und dann hat es bis Kilometer 6 etwas weniger Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Aber die Gruppe ist so groß, da bekommt man auch in der zweiten Reihe keinen Wind mehr ab. Der Tom und der Simon machen das richtig, wie man hier sieht, die sind weit hinten in dem Feld eingeordnet. Der Tobi Blum, der gibt auch ordentlich Windschatten, den man hier vorne laufen sieht als Pacemaker, da kann sogar Tom sich dahinter verstecken. Und ja, sieht sehr, sehr gut aus jetzt hier bei den Männern. Simon Stützel ist das Stichwort. Wir haben auch ihn gesprochen und ihn um seine Einschätzung gebeten, was den Metro-Marathon 2019 angeht. Der Mann in rot, leicht hinten rechts versetzt. Na ja, wenn ich mich jetzt nicht selbst kennen würde und ich wüsste, was ich trainiert hätte, würde ich denken, na gut, Stützel ist mal irgendwie vor vier Jahren 2017, 51 gerannt. Also keine Gefahr, ist ja oft so ein Marathon, da gibt es irgendwelche Leute mit alten Bestzeiten, die es dann lange nicht mehr abrufen und dann auch nichts mehr bringen. Von daher bin ich sicherlich schon der Nobody, habe aber in Freiburg gezeigt, dass ich schon richtig was drauf habe und nicht nur gut trainiert habe, sondern das jetzt auch wirklich mal im Wettkampf gezeigt habe. Also da war ich mit meiner Leistung für die Bedingungen und den Rennverlauf wirklich extrem zufrieden. Ja und Tom, der ist jetzt natürlich zwei super Marathons gelaufen, vor allen Dingen letztes Jahr mit quasi keiner Vorbereitung. Dann ja, so eine super Zeit, deutscher Meister geworden in einem echt starken Feld und dann in Berlin dann Elfter zu werden gegen so, so, so viele hochklassige Leute. Das spricht schon dafür, dass der Tom einfach ein ganz, ganz guter Marathonläufer ist und da mega viel Talent hat. Also ich denke schon, dass der jetzt den nächsten Schritt gehen wird, unter 2,15 läuft. Und es gibt natürlich für ihn auch wahnsinnig viele Punkte für Tokio, für die Olympischen Spiele. Da kann man ja ungefähr drei Minuten abziehen. Also wenn Tom da in 2,15 gewinnt, dann ist das circa 2,12 wert oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und daher ist das für ihn natürlich ein großer Schritt Richtung Tokio. Also soweit Simon Stützel, wir sind wieder auf der Strecke. Genau, ich bin echt gespannt, ob wir bald mal die ersten Frauenbilder sehen. Bei den Männern sieht es jetzt hier, wie gesagt, alles entspannt aus, soll es auch sein. Also vor Halbmarathon wird sich da wahrscheinlich wenig ändern, am Eindruck der Athleten. Dann geht es ja erst so richtig los. Werden wir sicher gleich mal hinschalten zur Frauenspitze. Wir sind mittlerweile, wenn ich das richtig überblicke, an der Sizilienallee vorbei und befinden uns jetzt auf der Rotterdamer Straße. Es geht jetzt direkt am Rhein weiter entlang in Richtung Merkur Spielarena. Das ist die Heimspielstätte des hier in Düsseldorf ansässigen Fußball-Bundesliga-Vereins. Und das auch im kommenden Jahr. Fortuna Düsseldorf hat dort gestern gespielt, hat Werder Bremen 4-1 geschlagen hier in Düsseldorf. Bei aller Begeisterung für den Marathon auch aktuell große Begeisterung für den Fußball. Und auf dieses Fußballstadion laufen die Athleten und Athletinnen jetzt geradeaus und gerade drauf zu. Allerdings werden sie das Stadion nicht ganz erreichen, sondern es wird gleich aus Sicht der Läufer rechts abgehen, rund um den Nordpark-Stadtteil. Für alle, die sich in Düsseldorf nicht so auskennen, heißt Goldsheim hier. Und zu Rechten der Läufer gibt es, naja, sagen wir mal so, ein paar nette Anwesen. Und ich habe inzwischen hier mal den zweiten Kilometer-Split. Der war jetzt 3,15, haben die ganz gut gegengesteuert. Das sieht man auch, dass die Profis das im Griff haben beim Tempo machen. Nachdem der erste Kilometer ein bisschen zu schnell war, haben sie den zweiten einfach leicht rausgenommen. Und der 2-Kilometer-Split war jetzt mit 6,23 quasi auf eine Sekunde genau. Das machen die sehr, sehr gut da vorne. Wir sehen auch im Hintergrund hier noch ein Fahrrad mitrollen. Das sieht fast so aus, als wäre das Tono, der Trainer von Tom. Begleitung ist natürlich nicht erlaubt. Die dürfen immer nur schräg dahinter fahren oder vorfahren. Und bei den Top-Läufern darf dann eben auch immer jemand in der Getränkstation, in der offiziellen, alle 5 Kilometer das eigene Getränk reichen. Die haben dann hier jeder seinen individuellen Trink angemixt. Oder nochmal extra Salz mit drin oder auch mal Koffein. Nochmal für den Kick in der zweiten Hälfte. Und deshalb nicht wundern, wenn da ab und zu mal ein Fahrrad im Bild ist. Die machen natürlich keinen Windschatten. Die dürfen wir auch nicht anfeuern. Also man sieht jetzt auch, er ist nochmal an die Seite rausgefahren, extra mit dem Rad. Aber so wird einfach sichergestellt, dass die Athleten das zu trinken kriegen, was sie brauchen. Weil es bei der Geschwindigkeit doch etwas schwer ist, seine eigene Flasche zu erkennen. Ja. Wir sind beim Metro Marathon 2019, gleichzeitig Austragungsort der deutschen Meisterschaften. Wir sind bei der Spitzengruppe der Männer und wir haben eben, wurden dann in Anführungsstrichen unterbrochen vom Startschuss. Wir haben eben schon mal ein bisschen über das Favoritenfeld, nicht nur was eben die deutschen Favoriten angeht, sondern eben auch was das Favoritenfeld insgesamt angeht. So ein paar Namen erwähnt, einen, den wir nicht erwähnt haben. Das ist sicherlich auch jemand, der um den Gesamtsieg mitlaufen wird, ist Fedor Schutov aus Russland. Und auch er hat eine ganz nette persönliche Bestzeit stehen mit 2.11.26. Allerdings ist das auch schon drei Jahre her, dass er die in Wolgograd gelaufen ist. Genau, letztes Jahr ist er noch eine 2.16 in Dublin gelaufen und 2.17, eine 2.18 in Moskau. Ich kenne die Strecken jetzt beide nicht, das ist immer ein bisschen schwer, sowas dann einzuschätzen. Im Marathon ist halt auch mal eine Minute hin oder her. Ich glaube, auch am Start gesehen zu haben, dass der Russe vorgelaufen ist. Also es könnte durchaus sein, dass wir den jetzt hier gar nicht im Bild sehen, weil er vor dem Feld läuft. Genau, da war einer, der in schwarz weggehuscht ist. Genau. Das hat man direkt gesehen. Haben wir jetzt nicht im Bild. Aber ich denke, bei 5 Kilometer bekommen wir auch vielleicht die ersten offiziellen Splits. Dann kann man vielleicht sehen, wer da als erster durchgeht. Also die Splits, die wir jetzt hier kommen pro Kilometer, die sind bezogen auf das große Feld. So, wir warten jetzt auf die ersten Bilder aus dem Frauenrennen. Da werden wir gleich mal hinschalten. Wir machen erstmal kurze Werbeunterbrechung. Also, das ist die deutsche Spitze und da tut sich wenig. Und jetzt sind wir mal bei der, wenn wir das richtig überblicken, aktuell führenden Frau mit ihren Tempomachern. Und das ist aus Südamerika, aus Peru, um genau zu sein. Giovanna de la Cruz Capani. Genau. Die ist seit drei Jahren kein Marathon mehr gelaufen. Hat aber doch starke 2 Stunden 31 stehen und ist auch letztes Jahr in Houston den Halbmarathon knapp unter 1,11 gelaufen. Und hat ja auch nochmal ihren eigenen Tempomacher dabei. Der Mann neben ihr, der ist letztes Jahr hier selbst auch 2 Stunden 16 gelaufen. Hat sehr schnelle 10.000 Meter mit 28 Minuten und auch einen Halbmarathon in 63.0 stehen. Und denen hat es ja scheinbar auch so gut gefallen in Düsseldorf, weil er hat gesagt, die Strecke ist schnell. Da komme ich nochmal mit meiner Frau oder Freundin, weiß ich nicht ganz genau, wie die zueinander stehen, aber zurück und versuche hier nochmal einen schnellen Marathon zu laufen. Ja, da wollen wir jetzt über die Gefängnisse nicht spekulieren. Aber in jedem Fall ist das für uns, wenn alles glatt geht, die Favoritinnen auf den Gesamtsieg hier in Düsseldorf beim Metromarathon. Allerdings genauso spannend auch natürlich die deutsche Spitze, die wir gleich bei den Frauen für euch einfangen werden. Zumindest haben wir das fest geplant. Genau, und die Katrin Dörre hat ja jetzt gerade eine Nachricht geschickt, also unsere Marathon-Bundestrainerin, dass die Frauenspitze die 3-Kilometer-Marke bei 10 Minuten 50 passiert hat. Das wären etwa so 3,36, 3,37 pro Kilometer. Und da schauen wir mal, ob wir bald ein Bild kriegen. Wir blicken aktuell auf die Spitze bei den Männern. Da geht es über Kopfstein-Pflaster. Genau, das ist ungefähr das einzig schlechte und schlechteste Stück auf der Strecke. Da wird Simon jetzt auch gut fluchen. Wir haben beide so einen Kopfstein-Pflaster-Trauma. Man sieht jetzt auch hier ganz gut, wie die Jungs ihre Getränke kriegen. Deswegen zieht sich das Feld jetzt hier so auseinander und die Pacemaker sind auch zur Seite ausgewichen. Da trinkt jetzt jeder noch. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade noch mit Kopfstein-Pflaster, wenn jetzt dann die Flaschen gleich links und rechts fliegen in so einem großen Feld, dass keiner stürzt. Aber normalerweise achten da alle darauf, dass sie die Flaschen weit genug an die Seite werfen. Wasser und Getränke sind das Stichwort. Denn zur linken oder zur rechten vonseiten der Läufer her lag gerade genau an dieser Verpflegungsstation. Der Aquazoo, auf den sind wir hier in Düsseldorf besonders stolz, ist jahrelang geschlossen gewesen, Renovierungsarbeiten. Man dachte schon, der öffnet nie wieder. Aber mittlerweile ist er wieder offen und der Andrang danach war so groß, dass sich die Leute teilweise Besucherzeiten online reservieren mussten, um überhaupt in den Aquazoo reinzukommen. Die Schlangen bei Eröffnung richtig lang. Mittlerweile hat es sich wieder ein wenig gelichtet mit der Zeit. Und man kann dort wunderbar Tiere aus dem Ozean und auch diverse Spinnen und andere Lebewesen begutachten und sich anschauen. Aber wir sind hier nicht, um über Meerestiere zu sprechen, sondern über Marathonläufer. Und falls ihr euch jetzt erst reinklickt, ihr schaut den Metro Marathon 2019 in Düsseldorf. Und ihr schaut auch die deutschen Meisterschaften und aktuell die Spitze bei den Männern. Wir sind rund um den Nordpark unterwegs und gleich biegen dann die Läufer wieder aus ihrer Sicht nach rechts ab. Und dann geht es zurück ans Rheinufer, an den Rhein. Und dann sind wir wieder auf der Sizilienallee. Und dann werden die Läufer im leichten Wind stehen. Eben war es Rückenwind und diesmal ist es Wind, der von vorne kommt. Also das ist schon zum Start eine kleine unangenehme Passage. Einmal hier über Kopfsteinpflaster. Das haben sie jetzt hinter sich gelassen. Aber jetzt geht es das kurze Verbindungsstück rüber wieder zur Sizilienallee. Und dann stehen sie im Wind. Genau, aber das Gute ist ja immer, wenn solche Passagen am Anfang der Strecke sind. Weil das spürt man bei 5 Kilometer einfach auch so gut wie noch gar nicht. Wir haben übrigens den 5 Kilometer Split. Der war 15,50. Etwa 10 Sekunden schneller als angepeilt, aber noch voll im Rahmen. Das läuft auf 67,0 raus aktuell. Und wie man aber sieht, sind die Jungs alle locker und haben sich jetzt da offenbar die beiden Gruppen geeinigt, ein mittleres Tempo zu finden zwischen 66,30 und 67,30. Die Reise gehen jetzt wohl auf ca. 67 Minuten an. Wird jetzt vielleicht auch im Wind dann eben mal irgendwo noch ein Stückchen langsamer. Aber das läuft ganz gut hier. Hat sich minimal erwärmt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also vergangenes Wochenende wäre schon eine andere Hausnummer gewesen. Jetzt sind wir wieder auf der Sizilienallee. Also wir sind jetzt bei mittlerweile 9 Grad. Es ist, wie ihr seht, trocken in Düsseldorf. Aber 9 Grad, das ist schon eine kühle Nummer. Zum Vergleich, vor einer Woche hatten wir hier an Ort und Stelle in der Sonne knapp 30 Grad. Also das ist schon ein heftiger Temperatursturz. Und ich bin mir sicher, dass jeder von diesen Läufern die 9 Grad, den 30 bevorzugt. Ja, auf jeden Fall. Also da war letzte Woche auch schon etwas Nervosität unter den Sportlern, die hier vorhaben, auch richtig schnell zu laufen. Zurecht auf jeden Fall auch. Aber ich kann mich erinnern, es war vor einem Jahr exakt das Gleiche. Da habe ich auch 10 Tage vor dem Düsseldorf Marathon nur 4x5 Kilometer statt 5x5 Kilometer gemacht, weil es so warm war schon am Vormittag. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir jetzt 10 Tage vorher nicht mehr ins Auslaufen da und komplett abschießen. Und dann waren doch eigentlich perfekte Bedingungen hier. Und es ist dieses Jahr jetzt einfach ähnlich, wie man sieht. Also 9 Grad, da freut sich das Läuferherz. Sehr schön. Jetzt sehen wir hier kurz Anna Hanna, glaube ich. Ja. Gut versteckt bei den Männern. Dann hat den Oliver dabei, ihren Tempomacher Oliver Hoffmann, der auch schon einige Erfahrungen hat. Viel Zeit in Kenia verbringt zum Training. Der Mann mit den Locken, aber sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil es ist ja immer bei den Frauen Segen und Fluch zugleich vielleicht, dass sich viele Männer an die schnellen Frauen heften. Zum einen wird das Feld einfach immer sehr, sehr groß. Man muss enorm aufpassen, dass man da eben nicht stürzt. Zum anderen kann man sich aber einfach gut verstecken, wenn es windig wird. Ich versuche jetzt hier mal zu erkennen, ob auch Anja Schalter irgendwo im Bild ist. Ja genau, da habe ich sie gesehen. So fünfte Reihe. Vielleicht kannst du uns nochmal genau ein bisschen auch die Laufdresse bestreiben. Also Anna Hanna sehen wir da zwischen diversen blauen Trikots hervorblitzen. Genau, in dem weißen Adidas Trikot hat glaube ich so die Hanna Flügel vorne auf der Brust. Ja und sie hat die F7 auf der Brust. Das ist ihre Startnummer und das können wir gerne mal erzählen. Das ist ja tatsächlich eine Nummer, die sie ganz besonders begleitet. Sie sagt, die 7 ist momentan die bestimmende Zahl in ihrem Leben. Vor sieben Jahren hier in Düsseldorf hat ihre Marathon-Karriere begonnen. Anna Hanna für uns eine der Top-Favoritinnen, wenn nicht die Top-Favoritin, heute auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft bei den Frauen. Und Anna Hanna hat damals schon die F7 getragen. Trägt auch heute wieder die F7. Und wie sagte sie so schön auf ihrem Blog? Es gibt das Buch mit sieben Siegeln. Es gibt den Start nach sieben Jahren hier wieder. Und so viele andere Sprichworte mit sieben. Sie ist froh, dass sie die sieben heute auf der Brust trägt. So und die 10.382 von Anja Scherl kann man jetzt aktuell schwer sehen, aber die ist direkt dabei. Genau, die hängt jetzt da direkt an der Seite. Geht sie jetzt ganz außen, oder? Genau, jetzt ist sie ganz außen. Rechts von uns, genau. Mit dem blauen Trikot und schwarzer Hose. Also das ist über die Nachnominierung oder beziehungsweise, dass sie sich nachgemeldet hat, über die Nachmeldung können wir eigentlich ganz glücklich sein, weil das verspricht ja dann doch ein Schild Zweikampf um den Deutschen Meisterschaftstitel. Zumindest in der Anfangsphase des Rennens. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber momentan lieber so, als dass wir dort jemanden alleine in Richtung Titel spazieren haben. Ja, wir haben es ja schon angesprochen. Es geht hier natürlich auch um Punkte Richtung Tokio, die es hier einfach dann in Anführungszeichen relativ leicht zu holen gibt. Da es einfach schwer wird, vergleichbare Anzahl von Punkten bei großen Major-Marathons zu holen, die Gold-Label haben. Also in Berlin da in den Top 8 oder Top 12 zu landen, ist einfach nahezu unmöglich aktuell für unsere Frauenspitze. Und dann muss man eben in so einem Zwei-Jahres-Turnus für die Qualifikation auch schauen, wie man zu seinen Punkten kommt. Ist natürlich trotzdem schon ein Risiko für Anja Scherl. Sie war ja auch längere Zeit verletzt, ist dann jetzt eben vor drei Wochen erst in Hannover gelaufen und jetzt nach drei Wochen schon wieder ein Marathon. Bürgt natürlich auch einiges ein Risiko, aber das wird sie sicher mit ihrem Lebensgefährten und Trainer abgewogen haben und wird sich hier schon sicher sein, dass sie das gut übersteht. Ja, Anja Scherl, das gibt natürlich auch noch einen anderen Aspekt. Sie hat selber zum sportlichen Leiter Christoph Kopp gesagt, ist natürlich auch die vielleicht für sie einmalige Chance, deutsche Meisterin zu werden. Das ist eine weitere Antriebswähle da, neben den Punkten für Tokio. Und ich meine, Sebastian, wir haben es im Vorlauf schon erwähnt, sie ist vor drei Wochen zuletzt Marathon gelaufen in 2.32 und jetzt läuft sie schon wieder. Natürlich ist das nicht optimal, aber es kann funktionieren. Ja, es kann auch funktionieren. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dass mein Team-Bolliger, den ich auch trainiert, Andreas Strassen, ist hier in Düsseldorf zwei Stunden 19 gelaufen und hat dann eine Woche später, das ist eigentlich noch extremer, zum Spaß diesen Wings for Life Run mitgemacht in München und hat dann den ganz überraschend gewonnen und ist da 76 Kilometer gelaufen und hat auch dem Flo Neuschwanter, der so bis dato der Platzhirsch in der Szene war, keine Chance gelassen auf dem Sieg dort. Und das ging irgendwie auch gut. Für mich wäre es eher unvorstellbar, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da muskulär mehr Probleme, aber es gibt dann einfach so Typen, die können Kilometer abspulen bis zum Gehtnichtmehr und die sich vielleicht auch in einer Woche oder wie jetzt Anja in drei Wochen da wieder erholt. Fakt ist allerdings trotzdem, dass so ein Marathon auch vier, fünf Wochen später noch nachweisbar wäre bei einer Muskelbiopsie, wenn man mal einen Marathon all out gerannt ist und die Anja ist jetzt in Hannover mit Sicherheit all out gerannt, weil da hat sie auch ganz schön gelitten, die letzten zehn Kilometer. Aber wenn sie jetzt hier heute steht, fit ist und motiviert ist und eben auch sagt, sie möchte mal den deutschen Meistertitel gewinnen, dann ist ihr das durchaus auch zuzurauchen. Sie hat ja auch immerhin eine Bestzeit von zwei Stunden 27. Von daher muss ich sie hier auch nicht verstecken hinter der Anahana. Über Anja Scherl sprechen wir gleich nochmal, natürlich auch über Anahana. Wir sind wieder bei den Männern, wollte ich sagen. Jetzt sind wir wieder und jetzt sehen wir sie doch mal schön. Anahana, genau und wie immer den großen Trost von Männern hinten dran. Genau. Und dann kommt noch eine Frau mit. Mit der F1. F3, oder? F3. Ja, die F1 ist gar nicht vergeben. Das ist Runa Skröwe-Falch. Norwegerin, hat eine Bestzeit bei 2,33, 52 stehen und wird von Jak Weiz trainiert. Genau. Man sieht jetzt, sie lässt jetzt hier aber leider schon ein bisschen abreißen. Das ist vielleicht schon ein bisschen früh im Rennen. Ist vor zwei Jahren hier in Düsseldorf gelaufen. Da ist sie vierte geworden mit 2,36, 48. Aber wird jetzt aktuell ein einsames Rennen vor sich. Wenn nicht vielleicht noch von den Männern noch einer rausfällt und sie da begleitet. Wer wüsstwahrscheinlich nicht rausfallen wird bei den Männern ist Tom Gröschel. Das ist der Top-Favorit. Und den sehen wir in dieser Gruppe. Die Gruppe befindet sich jetzt auf der Kleverstraße. Es geht also vom Rhein links weg und in Richtung Derndorf. Und Tom Gröschel, dass das der Top-Favorit ist, das wissen wir. Aber wer dieser Mann ist, das schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. So, hallo ihr Lieben, ich sitze hier mit dem Tom Gröschel, dem deutschen Marathonmeister auf dem Dampfer in Dresden. Denn der Tom hat sich entschieden, uns mal zu besuchen, beziehungsweise besser gesagt, wir haben dich mal eingeladen. Tom, schön, dass du da bist. Grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin nach Bochum gezogen, weil ich dort eine Trainingsgruppe habe. Und ich da nicht jeden Tag alleine laufen muss, was in Rochstack halt am Ende leider so war. Ja, da ist mir halt einfach der Spaß an der ganzen Sache verloren gegangen. Ich muss halt sagen, ich bin halt der größte Amateur von allen Dingen gewesen, der da halt an die Linie gegangen ist. Nein, das ist der 16. Metro-Marathon Düsseldorf. Und ich habe halt Philipp angerufen. Ich habe Philipp, eine Woche vorher, ich habe ihn angerufen, Philipp, was machst du denn in deiner Trinkflasche? Also ich habe 2016 im Herbst in Köln einen Halbmarathon gelaufen und der lief ziemlich gut. Da habt ihr mich auch begleitet. Und danach habe ich gedacht, okay, ich versuche jetzt mal den vollen Marathon zu laufen, aber es hat dann leider im Frühling 2017 nicht so gut funktioniert. Ich habe Fersenprobleme bekommen. Letzten Endes hat sich herausgestellt, nach zweieinhalb Monaten ungefähr, dass ich einen Längsriss in der Achillessehne hatte und eine Entzündung in der Ferse. Ich war dann im Januar 2018 in Kenia, aber da hatte ich nochmal einen richtigen, richtigen Tiefpunkt. Im Februar habe ich dann wiederum viele Therapien gehabt. Letzten Endes war meine Vorbereitung für den Marathon in Düsseldorf eigentlich ausschließlich vier Wochen in Fleckstaff, in denen ich dann einmal am Tag gelaufen bin, den Rest der Zeit aqua gejoggt oder Rad-Ergo gefahren bin. Ja, und dann ging es nach Düsseldorf an die Startlinie. Ja, jetzt geht es steil in Richtung RM. Ich habe schon, sag ich mal, ein paar gute Läufe gemacht wieder und fühle mich eigentlich auch ziemlich fit. Und dann geht es Anfang August nach Berlin und am 12. durch die Stadt. Ihr schaut den Livestream Metro Marathon in Düsseldorf 2019, präsentiert von LaRasche. Schaut gerne mal auf der Homepage im Netz vorbei. Das Ziel von LaRasche. Und Sportler und die gesamte Szene in Szene zu setzen, gibt da eine Sportlerkarte, wo ihr euch über die einzelnen Athleten nochmal informieren könnt. Und ganz generell ist dort eine Community, wenn man so will, aufgebaut worden mit Eventkalender, wo klar wird, was am Wochenende jeweils abgeht. Also lohnt sich da im Netz mal vorbeizuschauen und reinzuklicken. Wir sind bei der Spitze der Frauen und die biegen jetzt ab von der Kleverstraße weg auf die Rossstraße in Därendorf, eine Einkaufsstraße. Ganz generell Därendorf eigentlich ein klassisches Wohnviertel mit vielen Cafés, vielen kleinen Straßen. Also hier geht das Leben tatsächlich ab in Düsseldorf. Sehr angenehme Wohngegend. Aber dafür haben Anna Hanna, Anja Scherl und die Gruppe um sie herum natürlich momentan wenig Augen. Dafür habe ich jetzt noch einen 5-Kilometer-Split von den Frauen. Das waren 18.10 und die laufen aktuell so auf 2 Stunden 33, 2 Stunden 34 raus. Die erste Frau ist ein bisschen schneller durch. Die hatte eine 17er-Zeit. Giovanna de la Cruz Capani. Genau, und die läuft Richtung 2 Stunden 28 hoch, aktuell sogar. Das waren 17.38, die ist schon einiges flotter unterwegs. Aber es sind ja auch erst 5 Kilometer. Man sieht jetzt hier, Anna Hanna kann auch noch lächeln. Also noch alles entspannt. Anja Scherl ist jetzt Schulter an Schulter. Die halten sich auch bewusst. Bisschen außen ausglaufe ich die Anja, damit sie eben nicht da im Männerfeld komplett untergeht und nichts sieht. Und am Ende noch stolpert. Aber er kriegt so immer noch genügend Windschatten ab, auf jeden Fall. Es geht vorbei am ehemaligen Finanzamt Düsseldorf-Nord. Über die Rossstraße. Die Athletinnen und Athleten lassen gleich zu ihrer Linken die Hans-Böckler-Straße hinter sich. Dort gab es vergangenes Wochenende ein anderes Highlight im Düsseldorfer Sportkalender. Die U19 Champions Trophy, eins der bedeutendsten internationalen Jugendfußball-Turniere, das am Ende Dynamo Zagreb für sich entschieden hat. Und dann gleich geht es in Richtung Ulmenstraße, Münsterstraße und zurück auf die Kleberstraße. Das heißt, ihr müsst euch das in etwa so vorstellen. Die Athleten und Athletinnen sind abgebogen vom Rhein, Rhein nach Dierendorf, diesen Stadtteil, über den wir gerade gesprochen haben und in dem sich jetzt auch die Läuferinnen und Läufer immer noch befinden. Und dann machen sie so etwas wie eine kleine Kurve. Also sie laufen quasi ein kleines Rechteck und biegen dann wieder zurück ab in Richtung Rhein. Rhein, wobei es nicht direkt zum Rhein rangeht, sondern in letzter Instanz über den Rhein rüber, über die Oberkasseler Brücke. Darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen. Sebastian, haben wir vielleicht noch ganz kurz eine aktuelle Zeit von der Männerspitze, die wir nochmal verkaufen können. Genau, ich schaue gerade mal, was da genau die Splits sind aktuell. Da haben wir jetzt, ja, da fehlen leider zwei Splits, aber der Kilometer 9 war 3,14 und 28,42. Das heißt, die liegen voll im Soll. Also die werden knapp unter 32 Minuten durchgehen. Tom Gröschel hat eine 10-Kilometer-Splitzeit von 31,52. Genau, die haben wir jetzt hier auch noch per WhatsApp bekommen aus dem Begleitfahrzeug. Das heißt, die sind einen Ticken schneller sogar als geplant. Jetzt eher so 3,11 statt 3,12. Aber das sind eben Nuancen. Das ist, wie gesagt, ein leichtes Lüftchen weht vielleicht hier und da. Da steuern die Tempomacher schon ganz gut gegen und wenn die Jungs sich gut fühlen, ist es auch alles in Ordnung, wenn man da mal 9 Sekunden schneller durchgeht auf 10 Kilometer. Geht jetzt dann auch gleich über die Brücke, da wird sicherlich die eine oder andere Sekunde wieder verloren. Und ja, sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Kurs, die Jungs. Und aktuelle Pace 2 Stunden 15, 2 Stunden 14, die Hochrechnung. Die Jungs und Mädels haben auf jeden Fall keine Zeit für eine Pause. Wir allerdings schon. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück beim Metromarathon in Düsseldorf. Wir sind immer noch bei der Spitze der Frauen. Dort vorne ein Läufer voraus und dann dahinter, hinter den Tempomachern versteckt. Jetzt sehen wir sie ein bisschen besser. Zunächst Anna Hanna und an ihren Hacken Anja Scherl. Das ist die deutsche Spitze bei den Frauen und das sind die beiden Favoritinnen auf den deutschen Meistertitel. Der Gesamtsieg. Im Tempo macht weiterhin der Oliver hier vorne. Der macht das auch perfekt. Hat er, wie gesagt, schon einige Erfahrungen und sieht auch entspannt aus bei ihm. Sehr gut. Das ist soweit. Wir werden jetzt gleich wieder mal wechseln zu den Männern. Und die sind natürlich einen Tick voraus und sind gerade unterwegs über die Ulmenstraße. Das heißt, sie haben es nicht mehr so weit. Und dann geht es tatsächlich auf diesen neuralgischen Punkt, über den wir eben schon mal gesprochen haben. Über die Oberkasseler Brücke. Für die, die sich jetzt später reingeklickt haben, vielleicht nochmal von dir, Sebastian, ganz kurz. Wieso ist das ein wichtiger Punkt bei diesem Marathonlauf? Ja, weil es ganz einfach eben den Anstieg hoch geht auf die Brücke hoch. Und dann sollte man schon aufpassen, dass man seine Beine hier nicht so schießt. Auch wenn es jetzt gerade noch locker läuft. Es muss jetzt auch noch locker laufen. Und sowohl am Hinweg jetzt bei Kilometer 13, als auch dann am Rückweg die Brücke wieder zurück bei Kilometer 22 ungefähr. Da muss man einfach aufpassen, wenn man da jetzt nicht überpacet und da aus Panik über die Brücke drüber drückt. Nur weil man Angst hat, da fünf Sekunden zu verlieren oder zehn auf dem Kilometer. Also wer versucht bei Kilometer 14 was rauszuholen beim Marathon, würde ich jetzt nicht empfehlen. Eher dann vielleicht am Rückweg, wenn man sich die Brücke wieder runterlaufen lassen kann. Dann macht man auch wieder ein bisschen Zeit gut. Sagt der noch amtierende deutsche Vizemeister Sebastian Reinwand, unserer Experte heute hier in Düsseldorf. Wir haben noch einen Einspieler vorbereitet, genau zu dieser Brücke, der Oberkasseler Brücke. Die, was das Panorama angeht, natürlich ein Highlight darstellt. Sie wird zweimal überquert, einmal hin und einmal zurück. Wir sehen jetzt aktuell noch hier, wie Anna Harner und Anja Scherl mit ihrer Gruppe am Verpflegungsstand vorbeikommen. Und dann würden wir euch gerne mal diesen Einspieler zeigen mit unserem zweiten Experten, der aktuell noch als Pacemaker auf der Strecke im Einsatz ist, Henrik Pfeiffer. Und wir schauen einfach mal rein, was er zu sagen hat über die Oberkasseler Brücke, wo die Athleten gleich rüber müssen. Ja, die Strecke in Düsseldorf, die zeichnet sich natürlich vor allem durch die Streckenlage am Rhein aus. Man überquert den Rhein zweimal und da ist natürlich dann die Rheindrücke bei Kilometer 13 und 22 ein ganz entscheidender Faktor eben. Man hat natürlich auf der einen Seite eine wunderschöne Sicht über die ganze Stadt, über die Skyline, über den Fernsehturm. Auf der anderen Seite ist sie natürlich dann auch sehr, sehr windanfällig und es ist auch eine gewisse Steigung eben vorhanden, sodass das sicherlich eine der Stellen ist, wo die Tempomacher einen wichtigen Job haben, dass eben die Gruppe geschützt wird und dass man den Rhythmus beibehält. Wenn man gerade auf die Brücke hochläuft, dann droht eben die Gefahr, dass man vielleicht ein bisschen seinen Schritt verliert. Und da sind die Tempomacher eben gefragt, dass sie dann vielleicht beim Hochrennen einen Ticken langsamer werden, beim Runterrennen einen Ticken schneller, dass sich das für ausgleicht. Und wie gesagt, deswegen ist die Rheinbrücke eine der zentralen Elemente dieser Strecke. So, wir sind bei der Spitze der Männer und Henrik Pfeiffer, der gerade zu uns gesprochen hat, führt diese erste Gruppe an, der Mann in blau und grün. Ich erwähne es einfach nochmal, später bei uns hier auch in der Kabine am Start und den verbindet natürlich einiges hier mit dem Marathon. Auch dazu kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Also für die Läufer geht es jetzt hier gerade vorbei am Hofgarten. Dort hinten links, hinter den Läufern, haben sie jetzt schon hinter sich gelassen, ist die Inselstraße vielen Düsseldorfern bekannt, denn dort ist das Standesamt beheimatet. Und für die, die sich jetzt nicht so im Marathonsport auskennen, wir haben gerade gesehen, der Henrik Pfeiffer hat jetzt nicht irgendwie seiner Freundin oder sonst wem zugewunken, der hat angedeutet, wo es lang geht, ne? Genau, der Henrik kennt sich ja hier auch bestens auch auf der Strecke. Ist ja, glaube ich, sogar ein gebürtiger Düsseldorfer. Das weiß ich nicht genau, kriege ich nochmal nach, ja. Er kommt hier auf jeden Fall aus der Gegend, ja. Genau, und eben in der großen Gruppe, wenn so viele Leute hintereinander laufen, ist das immer ganz gut, wenn mal der vordere Mann auch mal den Gullideckel anzeigt oder sowas, oder eine Pfütze, damit man nicht gleich nasse Füße hat für den Rest des Tages. Und das macht der Henrik da sicher sehr professionell. Das ist hier eh ein Luxusproblem schon fast in dieser großen Gruppe. Die haben jetzt vier Tempomacher da eben, zwei Afrikaner, den Henrik und den Tobi, die da vorne aufgereiht sind, hinten dran noch etwa zehn Leute. Hier hat Henrik nochmal angezeigt, wo es lang geht. Und ja, es ist auch eine sehr, sehr gut zusammenarbeitende Gruppe, wie das hier aussieht für mich. Also die Gruppe um die deutsche Spitze. Es geht jetzt weiter in Richtung Hofgartenrampe. Das ist quasi der Anstieg, über den wir gesprochen haben, hoch zur Oberkasseler Brücke. Also genau der Punkt, über den wir eben auch den kleinen Einspieler für euch am Start hatten. Und dann geht es rüber nach Oberkassel. Ein weiterer sehr beliebter Stadtteil hier in der Stadt. mit der Lugallee, auf die die Athleten dann gleich blicken werden, wenn sie auf der Brücke sind und über die Brücke hinweg luxen können. Und luxen sage ich wirklich, denn dann geht es auf die Lugallee. Eine der schönsten Straßen, finde ich, in Düsseldorf. Mit Cafés und Einkaufsmöglichkeiten und vielen kleinen Einzelhändlern. Zu linken und zu rechten. Ja, und jetzt haben wir die Frauen hier wieder im Bild. Die haben inzwischen auch die 10 Kilometer schon passiert. 36,17 war die Durchgangszeit. Läuft in der Hochrechnung auf 2 Stunden 33,0 genau raus. Also die lassen hier auch nichts anbrennen. Es wird jetzt hier auch nicht nur taktisch gelaufen, wer die deutsche Meisterin wird, sondern Anna Hanna möchte da den Titel auch nicht umsonst hergeben oder umsonst haben. Und Anja Schall ist da auch schon gezwungen, All-in zu gehen, um sich da den Titel zu holen. Ja, bei Anna Hanna... Spannendes Rennen heute noch. Ja, und Anna Hanna ist auch eine interessante Personalie. Wenn wir ehrlich sind, in den vergangenen Monaten und auch im vergangenen Jahr ein bisschen aus dem Mittelpunkt und Blickpunkt gerückt. Das lag zum einen an ihrer Verletzung. Das lag zum anderen natürlich auch um die Kontroverse rund um ihren Zieleinlauf mit ihrer Zwillingsschwester Lisa bei den Olympischen Spielen. 2016 in Rio. Ihr erinnert euch, als beide Hand in Hand lächelnd die letzten Meter über die Ziellinie, manche sagen, gejoggt sind. Es gab viele Diskussionen. Es gibt auch bis heute ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Was feststeht für die beiden Zwillingsschwestern, war das ganz sicher keine einfache Zeit, in der sie mit diesem Thema umgehen mussten. Ja, die haben sich ja beide dann seither jetzt auch neu orientiert. Starten jetzt beide für den SCC Berlin, werden eben nicht mehr von Thomas Doll trainiert, trainen auch nicht mehr zusammen. Haben sich einen unterschiedlichen Weg gesucht, um nochmal sportlich angreifen zu können. Und ich denke, das was da 2016 war oder auch die letzten schweren Verletzungsjahre, wollen die beiden jetzt auch endgültig hinter sich lassen und blicken nach vorne. Anna Hanna hat es ja, glaube ich, auch vorher schon gesagt, sie hat eigentlich einen Zehnjahresplan, was sie noch alles machen will. Und ist jetzt einfach froh, hier mal überhaupt mal wieder zu rennen. Und da sieht dieser Marathon jetzt auch keine genaue Zielvorgabe vor, sondern ist eigentlich daraufhin angelegt, dass sie gesund durchkommen möchte, beschwerdefrei durchkommen möchte und Spaß haben möchte. Ja, und ich muss auch sagen, also wenn man sie in den letzten Jahren hat laufen sehen, hat es oft auch sehr unrund ausgesehen und das sieht heute schon deutlich besser aus. Es sieht auf jeden Fall wieder nach ordentlich Wettkampflaufen aus und man sieht da, dass sie auch fit ist und trainiert hat. Klar, man kann dann so schnell auch nicht in Bestzeitform kommen. Sie hat ja auch eine Bestzeit von zwei Stunden 26. Da reicht auch dann drei, vier Monate schmerzfreies Training nicht aus, um an sowas ranzukommen. Aber sie gibt auf jeden Fall nochmal alles, um da wieder anzuknüpfen, wo sie schon war. 3,36 Kilometer zwölf bei der Frauenspitze und bei Anna Hanna. Eine Sache, die habe ich in der Vorbereitung auf diesem Stream gelesen, fand ich sensationell. Sie hatte immer wieder Probleme mit Verhärtung auf der rechten Seite ihres Körpers und hat dann tatsächlich das Problem gelöst bekommen, indem sie eine Zahnspange und auch so eine Kauleiste für nachts getragen hat und damit quasi die Kieferverspannung gelöst hat. Und damit ist sie tatsächlich beschwerdefrei geworden, was die Verhärtung auf der rechten Seite ihres gesamten Körpers und Muskelapparates betrifft. Also ein Wahnsinn, wie manchmal auch wirklich Probleme, von denen du denkst, die sind tiefgreifender gelöst werden können. Ja, auf jeden Fall. Das hört man häufiger bei Sportlern, Leistung, Sportlern vor allem, die eben auch an die Grenzen gehen und die Limits ausloten, dass dann eben tatsächlich solche Ursachen oftmals auch vom Kiefer her kommen. Dann wird dann auch mal ein Zahn gezogen oder ich bin zum Glück von sowas noch verschont geblieben. Aber es ist durchaus üblich inzwischen auch auf solche Dinge zu schauen, wenn man eben länger anhaltende Probleme hat, die auch vielleicht nicht ganz so einfach erklärbar sind. Macht es auf jeden Fall auch Sinn, mal solche Dinge anzuschauen. Drei Viertelstunde haben wir hinter uns und vielleicht auch als kurzer Hinweis an die Regie würde mir jetzt mal wünschen, dass wir jetzt vielleicht auch noch die kommenden Minuten bei den Frauen bleiben, denn die Männer sind mittlerweile rüber über die Oberkasseler Brücke. Und vielleicht können wir dann die Frauen bei ihrer Überquerung der Oberkasseler Brücke begleiten. Sehen jetzt, dass diese Gruppe sich schon ein wenig in die Länge zieht, also nicht mehr so kompakt dabei wie eben, aber Anja Scherl hängt immer noch an den Hacken von Anna Hanna. Genau, mein Eindruck ist jetzt gerade sogar, dass die Anna da einen Ticken entspannter aussieht, aber das kann auch immer ein bisschen täuschen auf jeden Fall. Sind ja noch früh im Rennen, so jetzt geht diese Hofgartenrampe hoch und die beiden Damen werden auf jeden Fall jetzt schon eindeutig die Oberkasseler Brücke erkennen können. Das sind nur noch wenige Meter und dann geht es rauf und rüber über den Rhein. Die Frauen liefern auch weiterhin konstant Kilometer-Splitz 3,36, 3,35 ab, also sogar ein Ticken schneller noch jetzt. Vorher war es eher 37, 36. Hört sich wenig an, eine Sekunde, aber als Läufer spürt man das eben schon ganz genau, diese Sekunde eigentlich, wenn man immer eine Sekunde schneller läuft oder zu schnell läuft, ist das auf jeden Fall auch spürbar schon. Zu rechten, aus Sicht von Anna Hanna und Anja Scherl, vielleicht kriegen wir es auch gleich noch zu sehen, die Tonhalle, hier finden viele klassische Konzerte in der Stadt statt. Auch der ein oder andere Comedian und Humorist tritt hier auf. Eines der vielleicht schönsten Gebäude in der Stadt. Vielleicht werden wir die imposante Kuppel zu eurer Linken gleich entdecken. Wir behalten aber vor allem Anna im Blick. Sieht sehr rund aus. So, und dann schauen wir jetzt dann gleich mal wieder zu den Männern. Die trinken nämlich gerade und erreichen auch gleich Kilometer 15. Dann haben wir mal wieder so eine Marschroute, wie es da gerade aussieht. So, da sind wir. Genau. Hier sieht man es ja noch an den letzten Flaschen und Bechern. Die sind jetzt in Oberkassel, also über die Brücke rüber. Auch dort wird jetzt eine relativ große Schleife gelaufen. Also viel größer als diese kleine Schleife durch Dierendorf, die wir eben hinter uns auf der anderen Rheinseite hatten. Und vielleicht können wir nochmal auch für die, die sich jetzt später reingeklickt haben, hier ein bisschen überblicken. Und wir schauen erstmal nochmal zur Frauenspitze, weil jetzt kann man auch tatsächlich dieses tolle Panorama überblicken. Und die laufen wie ein Uhrwerk, sieht man hier. Also es sieht bei beiden gut aus. Da ist noch keiner irgendwie verkrampft. Und Sebastian, hier ein bisschen Düsseldorfer Nerdwissen. Du siehst im Hintergrund den Kirchturm. Ja. Die Spitze ist ein bisschen, da werde ich ganz nervös, schmeißt hier schon mit dem Mikrofonkabel um mich. Die Kirchspitze ist ein bisschen schief. Da ist mal ein Blitz eingeschlagen, gab ein Feuer, wurde neu justiert. Und seitdem gehört dieser leicht schiefe Kirchturm zur klassischen Düsseldorfer Skyline. So, und da hinten links, das ist die Tonhalle. Diese bronzene Kuppel, die sich dort zur Linken erhebt. So, jetzt seid ihr auch alle, was das Düsseldorfer Fachwissen angeht, ganz weit vorne mit dabei. An meiner Seite Sebastian Rheinwandt, deutscher Vizemeister im Marathon in Düsseldorf, hier vergangenes Jahr geworden. Mittlerweile als Triathlet unterwegs. Und Sebastian hat die neuesten Männer-Zwischenzeiten für euch. Genau, wir haben jetzt hier Kilometer 15 inzwischen. Die Männer auch, wie ein Uhrwerk. 16.01 und jetzt 16.00, die letzten Splits. Durchgangszeit 47,53 über 15 Kilometer. Läuft auf der Hochrechnung zwei Stunden 14,41. Also voll im Plan, sieht auch sehr, sehr gut aus. Der Hendrik, den wir hier eben dem zweigeteilten grün-blauen Trikot sehen, gibt hier eben gerade auch als Tempomacher sein Comeback nach langer, langer Verletzungszeit. Er dachte vor drei Monaten noch, er muss aufhören und seine Ferse wird gar nicht mehr gut, nachdem er die das zweite Mal operiert hatte und eben nichts mehr geheilt ist. War dann monatelang auf Reha und dazu haben wir auch noch einen kleinen Einblick, wie es da so abgelaufen ist beim Hendrik. Mein Name ist Hendrik Pfeiffer, ich bin Marathonläufer, war 2016 für die Olympischen Spiele qualifiziert im Marathon, hatte dann leider eine schwere Achillessenverletzung, musste mich operieren lassen, habe mich zurückgekämpft, 2017 dann die Normen erfüllt für die Europameisterschaft und jetzt leider wieder genau das gleiche Theater und dachte, ich bin da leider jetzt ein gebranntes Kind, was Verletzungen angeht und bin umso glücklicher da jetzt einen Partner zu haben im medizinischen Bereich, der mich eben unterstützt. Ich weiß noch 2016, wie ich auf der Suche war nach jemandem, der sich dieser Hacklund-Existose, also dieser Art Fersensporn in der Ferse, sich der Sache annimmt und war eigentlich aufgeschmissen und bis ich dann über meinen Trainer in Kontakt kam, hier mit Johannes Eisinger, dem Reha-Zentrum in Herxheim. Wir bieten natürlich für verletzte Sportler im Prinzip alle Möglichkeiten, die erforderlich sind und ich habe natürlich auch zu sehr vielen Sportmedizinern sehr gute Kontakte. Und das war für mich eben ein ganz entscheidender Faktor, um 2017 wieder ein gutes Jahr absolvieren konnte. Natürlich, dann ist der nächste Blick Richtung Olympia, da möchte ich natürlich die Olympia-Quali angehen und die Ziele, die ich sonst habe, eben verwirklichen. Und da bin ich jetzt optimistisch, dann eben auch nachhaltig gesund zu bleiben. So, dann sind wir zurück bei den Männern. Hendrik macht hier immer noch einen schönen Tempo und wie wir jetzt gerade noch im Video gesehen haben, war das sicher keine einfache Zeit für den Hendrik und der ist ja heute auch einfach nur froh, wenn er hier mal wieder 20, 25 Kilometer Wettkampfluft schnuppert, auch wenn das vielleicht für ihn noch kein Rennen ist. Und ich habe gestern mit ihm gesprochen, ihm ist eigentlich alles egal, Hauptsache er rennt im Herbst wieder einen Marathon und wenn er bis dorthin noch gar keinen anderen Wettkampf macht, das ist auch okay. Aber das Wichtigste ist, ihm tut jetzt die Ferse nicht mehr weh und er ist einfach auf einem sehr guten Weg und wenn er hier heute schon wieder 20, 25 Kilometer mitrennen kann, bei einem 2,14er Tempo, seine eigene Bestzeit ist 2,13, die er auch hier aufgestellt hat in Düsseldorf, hat der Hendrik hier jetzt auch sicherlich gute Erinnerungen auf der Strecke. Wollen wir nochmal für die, ich meine, wir haben natürlich viele und das meine ich jetzt eindeutig positiv Freaks, also absolute Fachleute und Fachpublikum an den mobilen Endgeräten, die jetzt zuschauen, die natürlich alle Läufer in- und auswendig kennen, aber wir haben natürlich auch viele, die nicht so gut Bescheid wissen. Wollen wir nochmal ein bisschen hier unsere Männerspitze durchgehen. Also wir haben Hendrik Pfeiffer als Pacemaker vorne in blau und in grün. Ganz rechts haben wir auch ein Pacemaker. Genau, das ist der Tobi Blum in dem Neongelben mit Schwarz, der auch bis 25 oder 30 Kilometer rennen wird. Und dann haben wir unsere Favoriten auf den Sieg und die können wir jetzt mal ein bisschen besser sehen, in Rot und in Schwarz. Genau. Und da meinte ich nicht den Herren ganz hinten. Tom Gröschel und Simon Stützel. Und hier haben wir jetzt wieder die Frauenspitze im Bild, die deutsche Frauenspitze. Anja Schall immer noch Seite an Seite mit Anna Harner und vorneweg der Tempomacher. Und der Mann rennt hier auch schon seit einigen Kilometern einsam der Gruppe vorne weg, zehn Meter. Aber vielleicht braucht er das einfach. Wenn er sagt, er fühlt sich da, manche fühlen sich auch einfach unwohl in so einer großen Gruppe. Er muss auch erst mal gelernt sein, da hinter so vielen Leuten zu laufen. Und er fordert auch einiges an Konzentration, spart aber natürlich auch Kraft. Weißt du, dass wir schlechte Augen haben, Sebastian? Wir haben schlechte Augen. Ja, also wir haben hier gerade eine Liste reingereicht bekommen mit den Zwischenzeiten. Und bei den Frauen, wir haben euch ja zu Beginn gezeigt, dass eine Frau vorne wegläuft. Und wir haben gedacht, es sei Giovanna de la Cruz. Die hängt allerdings noch hinter dieser Gruppe, die jetzt im Bild ist. Die Gruppe um Anna Harner und um Anja Scherl. Also Giovanna de la Cruz aktuell auf Rang 4. Stimmt, die hängt 20 Sekunden zurück hinter der Gruppe. Genau. Und vorneweg, und das auch mit ordentlich Abstand, jetzt schon 40 Sekunden, Hiruno, ne, boah, also da kriegst du beim Scrabble immer den Höchstpreis, wenn du den Namen eingibst. Hiruni Villarantane, so würde ich es aussprechen. Kriegst du es besser hin? Ne, ich kriege es mit Sicherheit auch nicht besser hin. Ich sehe es ja auch nicht auf der Starterliste, glaube ich. Also auf der Starterliste, die wir bekommen haben, ist sie doch drauf. Ja, hier ist sie jetzt. Genau, 2,36 Bestzeit. Ja. Dieses Jahr den Houston Halbmarathon in einer Stunde 14,28 gelaufen. Da geht sie jetzt hier gerade schneller an. Der Länderkürzel ist das Sri Lanka? Würde ich sagen, SRI, ja. Also bleibt spannend zu sehen, also ist zweimal Marathon gelaufen, 2,36 2,38 und ist jetzt hier die 10 Kilometer in 35,40 durchgegangen, also auf Tempo unter 2 Stunden 30, also auch schneller als ihr Halbmarathon Tempo. Bleibt spannend zu sehen, ob die bei Kilometer 15 auch noch so weit voraus ist, auf jeden Fall. mit der Startnummer F6 und ich finde F6 klingt immer so nach Kampfjet, also so ist er auch unterwegs fast in Schallgeschwindigkeit. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier noch die Durchgangszeiten der Männer. Ich schaue mal, was wir dann noch so aus deutscher Sicht noch dabei haben. Es geht ja natürlich auch noch um Platz 3 bei den Medaillen. Wir haben aktuell nur Simon und Tom vorne, die um Platz 1 und 2 kämpfen, aber es wird ja sicher auch noch jemand Dritter werden hier und da habe ich als Ersten tatsächlich Tobias Schreindl von der LG Passau, auch langer Werkgefährte meiner sportlichen Karriere. Der ist hier mit 50 Minuten 26, also gute zweieinhalb Minuten hinter der Spitze durchgegangen, zusammen mit dem Jannik Ernst am Waldstraße Wiesbaden. Der hat, glaube ich, auch in Frankfurt schon mal vor drei Jahren überraschend einen dritten Platz geholt. Ich glaube, 2016 müsste das gewesen sein. Und genau, die beiden laufen hier auf eine Zeit an von 22, circa 21. Bleibt spannend auf jeden Fall. Ja, Sebastian und ich sitzen auf jeden Fall hier im Ziel, schauen hier direkt vor uns auf den Rhein, sehen im Hintergrund den Rheinturm und vor uns kommen Läufer en masse ins Ziel, freuen sich. Das ist hier der Zieleinlauf für den Halbmarathon. Jetzt haben wir es auch mal im Bild, genau. Genau, da trudeln jetzt so nach und nach die 4000 Halbmarathonis ein. 2 Stunden 15 ist die aktuelle Zeit für die, die jetzt ins Ziel kommen. Empfangen werden sie, auch das seht ihr hier unten rechts zumindest noch ein bisschen von diversen Cheerleadern, die hier für richtig gute Stimmung sorgen und die mittlerweile auch, die sind seit, ich weiß nicht wie lang, schon in Bewegung. Also, das ist auch ein kleiner Marathon, den die hier vollziehen. Aber natürlich auf ganz andere Art und Weise. Wir haben gleich die 15k-Splits für euch von den Frauen, vielleicht noch zur Sportstadt Düsseldorf. Ihr habt das eben mit meinen Spieler gesehen, es gibt ja dutzende Veranstaltungen hier in der Stadt. Der Metro-Marathon mit den deutschen Meisterschaften ist eine davon. Aber auch die Skateboard-Meisterschaften haben wir hier in der Stadt. In wenigen Wochen findet hier ein großes Beachvolleyball- Turnier mit jeder Menge Athleten von Rang und Namen direkt auf dem Burgplatz ein Steinwurf von hier vom Zielbereich entfernt statt. Also, wir haben auch noch eine Zwischenzeit jetzt von der Isabel Leibfried. Die hatte bei 10km eine Durchgangszeit von 37,30 und läuft aktuell auf 2 Stunden 38 raus. das ist aktuell die Drittplatzierte im deutschen Feld. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Wer drei Minuten Best seid bei ihr. Dahinter folgt dann Sandra Mochner mit 38,06 also nochmal eine gute halbe Minute fast 40 Sekunden Abstand. Sieht aktuell also aktuell nach einem klaren dritten Platz aus, aber wir haben natürlich erst 15km und die brauen Spitze mit Anja Schall und Anna Harner ist jetzt bei 54,32 die 15km durch und läuft jetzt schon Richtung Halbmarathon. Stündchen um in Düsseldorf. Wir haben ein bisschen verspätet den Marathon auf den Weg gebracht. An der 19km-Marke geht's vorbei. Wir sind in Ober respektive Niederkassel diese Straße gesäumt von Platanen. Eine der angesagtesten Adressen, was das Wohnen angeht, aber das schlägt sich auch, ich kann's euch sagen, also nicht, weil ich da selber wohne, das kann ich mir nicht leisten, aber man schaut ja mal ein bisschen, was so in der Stadt das Mietpreis Niveau angeht, Düsseldorf da ja auch weit vorne und also wenn ihr da leben wollt, wo diese Läufer jetzt vorbeilaufen, dann braucht ihr ordentlich was im Portemonnaie. So und wir bewagen uns nochmal zurück hier in den Start-Ziel-Bereich und wollen nochmal ein paar Impressionen einfangen von den vielen, vielen Halbmarathon-Läufern Ja, da ist die Freude groß nach 2 Stunden 19 im Ziel. Sebastian und ich haben das ja zu Beginn unserer Übertragung schon deutlich gemacht. Halbmarathon in Düsseldorf, das ging bislang nicht zusammen, weil das Credo der Veranstalter immer hieß, nein, ein Halbmarathon entwertet die volle Marathon-Strecke. In diesem Jahr gibt es eine neue Race-Direktorin mit Sonja Oberen und prompt gab es auch die Halbmarathon-Premiere und die ist komplett ausgebucht, 4000 Läufer am Start, viele auch in Kostüm, eben habe ich jemanden im Wikinger-Dress, die 21 Kilometer beenden sehen. Ja, wir sehen jetzt hier, dass auch noch bei weit über 2 Stunden noch sehr, sehr viele ins Ziel kommen, für die vielleicht auch ein Marathon ganz einfach ein Stück weit zu hoch gegriffen wäre und dann ist es doch schön, wenn es hier zumindest ein Halbmarathon muss hier teilnehmen können und die Teilnehmerzahl spricht ja dann auch für sich hier. Genau, und da links in der Kabine, habt ihr vielleicht auch gesehen, da sitzen wir, also wir senden euch einen schönen Gruß hier und sind ganz froh, dass wir in der Kabine sitzen, denn wir bewegen uns nicht und so würde es auf Dauer ein bisschen kalt werden. So, was machen Tom Gröschel und Simon Stützel? Tom Gröschel erkennen wir sofort im ganz schwarzen Laufdress. Genau, und Simon ist schräg dahinter gleich im großen Laufdress. Ich finde Tom Gröschel halt einen unfassbar ästhetischen Laufstil. Ja, der ist halt für die Straße geboren, muss man sagen, also das sieht man einfach beim Schritt, der läuft da von ganz alleine. Wenn man den Tom jetzt aber in den 1500 Meter Rennen auf der Bahn stellt, dann wirkt er da vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz, aber das ist einfach so, die einen tun sich halt auf der Straße einfach leichter und die anderen auf der Bahn und der Tom läuft einfach unglaublich ökonomisch, muss man sagen. Wobei man jetzt auch beim Simon sagen muss, der ja eine sehr, sehr erfolgreiche Bahnkarriere hatte mit sehr schnellen Zeiten auf der Mittelstrecke und auch über 3000, 5000 Meter in 1341, auch eine 28er Zeit über 10.000, hat jetzt auch inzwischen hier seinen Marathonschritt gefunden und einen relativ flachen, kurzen Schritt, was eben für den Marathon gut ist, um da Energie zu sparen und möglichst effizient zu bleiben. Tja, und dann haben wir gleich, gleich, ein bisschen ist noch tatsächlich auch schon die Halbmarathonstrecke bei den Männern erreicht und tatsächlich, also da drüben in Oberkassel, wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ich schaue mal ein bisschen rüber, wir können ja auch da hinten rüber schauen, da hinten scheint tatsächlich ein bisschen die Sonne durch die Wolken. Ja, und es scheint vor allem auch heute wirklich windstill zu sein da drüben, das war eigentlich in den Jahren, wo ich hier war, eben im letzten Jahr selbst gelaufen, im Jahr davor als Tempomacher auch für den Julian Flügel damals, war es da schon ganz schön windig, da haben wir auch mal Zeit liegen lassen und wenn ich die aktuellen Splits anschaue von den Jungs, haben die keine einzige Sekunde bisher liegen lassen, also das wird jetzt gleich spannend, die Halbmarathonzeit, die sieht wohl so aus, jetzt würde die bei 67.0 liegen und der vermeintlich schnellere Teil der Strecke kommt dann ja erst noch, also sieht sehr, sehr gut aus. Ja, also Spannung, auch weil der Simon und der Tom eben Seite an Seite laufen, steht uns noch ein schönes Finish und eine schöne zweite Rennhälfte ins Haus und wie gesagt, also gleich ist die Halbmarathon-Distanz bei den Männern geschafft, wir sind aktuell bei den Frauen, wir sind auf der anderen Reinseite und da wir gleich bei den Männern eben Halbzeit haben, schauen wir noch mal, was Hendrik Pfeiffer zu sagen hat über diesen Punkt, den Halbmarathon-Punkt dieser Strecke. Eine ganz entscheidende Marke im Rennen ist natürlich die Halbmarathon-Marke, da hat man die erste wirklich aussagekräftige Zwischenzeit, die auch dann die ersten Prognosen zulässt, die ist dann bei Kilometer 21,1 und da haben wir hier auf dem Streckenprofil natürlich auch eine interessante Lage, wir haben die Brückenüberkehrung das erste Mal gehabt bei Kilometer 13 und haben die Brückenüberkehrung das zweite Mal bei Kilometer 22, die Halbmarathon-Marke liegt also genau dazwischen und man muss sich während man den Halbmarathon passiert schon wieder auf diese recht schwierige Brückenüberkehrung einstellen und wie eben schon mal angedeutet die Tempomacher sind eben da sehr stark gefragt aber es ist natürlich dann eben auch eine Referenzmarke die sehr wichtig ist für die zweite Streckenhälfte wenn man jetzt schafft die erste Streckenhälfte wie jetzt die Gruppe von Tom geplant hat in 67,3 zu passieren dann ist es natürlich jetzt wünschenswert möglichst genau gleich schnell oder einen Ticken schneller zu werden auf der zweiten Hälfte und wie gesagt Halbmarathon ist eben eine der zentralen Orientierungsmarken die nächste ist dann bei 25 und dann wie bei 30 und dann werden die Prognosen natürlich auch immer genauer also soweit Henrik Pfeiffer wir können es nicht häufig genug erwähnen er kommt später wenn er ausgestiegen ist wenn er einen Schluck getrunken hat und sich was übergeworfen hat zu uns in die Kabine berichtet uns was da auf dem Asphalt hier auf Düsseldorfstraßen aus seiner Sicht so abgegangen ist wir sind bei der Frauenspitze wir sind bei Anna Hanna wir sind bei Anja Scherl Anja Scherl für alle die sich jetzt fragen und in der Vorberichterstattung meinen nicht richtig aufgepasst zu haben ja die hat sich tatsächlich gestern erst nachgemeldet hat 100 Euro Nachmeldegebühr bezahlt hat sich ein Betten Breakfast in Bahnhofsnähe gesucht weil alles andere schon ausgebucht war und hat mit ihrem Mann und Trainer Marco entschieden okay versuchen wir mal unser Glück vielleicht geht ja was in Richtung deutscher Meistertitel sie liegt klar auf Medaillenkurs sie liegt sogar auf Podiumskurs was die Gesamtplatzierung bislang angeht vorne weg ist eine Frau unterwegs Hiruni Kesara Villar Jaradne je häufiger ich das ausspreche desto flüssiger kommt auch mir das über die Lippen und Anja Scherl man muss dazu sagen vor drei Wochen ist sie den Marathon gelaufen in 2.32 hat sich da nach 25 Kilometer zwischenzeitlich sogar hinknien müssen weil sie von einer Erkältung geschwächt war hat dann am Ende die Zähne aufeinander gebissen ist den Marathon zu Ende gelaufen hat danach die Erkältung erst einmal auskuriert und jetzt ist sie nach eigener Aussage in guter Form und auch in Verfassung nach drei Wochen nochmal einen Marathon an ihrer Leistungsgrenze laufen zu können ja das ist natürlich schon trotzdem ein sehr grenzwertiges Unterfangen aber hallo gerade mit so einer Erkältung im Gepäck genau also es ist jetzt nichts was zum Nachmachen einlädt oder was man jetzt den ganzen Freizeitläufern empfehlen könnte aber da muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen sind Profisportler oder ambitionierte Leistungssportler oft halt auch ein Stück weit dann selbst weiß man es immer besser aber wenn man es dann bei sich macht ist man dann oft auch ein Stück weit beratungsresistent und das ist auf jeden Fall schon ein Stück weit ein Risiko aber wenn sie jetzt gesund ist besteht zumindest da kein Risiko mit der Erkältung ansonsten muss man natürlich aber schon sagen also Laufen und Erkältung am Ende auch noch Fieber oder so das geht auf keinen Fall ich gehe jetzt mal davon aus sie hat in Hannover kein Fieber gehabt also ich war jetzt da selbst nicht mit vor Ort aber es waren angeblich die Vorboten dieser Erkältung die sie da so ein bisschen geschwächt haben okay ja gut das hätte mich jetzt auch gewundert wenn sie sich wirklich mit einer handfesten Erkältung in den Start steht weil nur als Erklärung wieso sie sich nach 25 Kilometern auf einmal wirklich tatsächlich zwischenzeitlich hinknien musste das ist ja schon etwas was besonders war wir sehen sie hier links mit der Startnummer 10382 rechts von ihr aus unserer Sicht Anna Harner und das sieht bei beiden ziemlich also fokussiert aber kontrolliert aus die liefern auch weiterhin Kilometer-Splits 336 so und die Männer haben mittlerweile die Halbmarathon-Strecke passiert und Sebastian hat jetzt schauen wir jetzt geht es erstmal wieder drauf wir sehen es vorbei an dieser Baustelle zu rechten schon bald wieder die Rheinkirmes die größte Kirmes am Rhein dann ist die Fläche genau hinter dieser Baustelle komplett mit Fahrgeschäften und mit Festzelten belegt wir sehen jetzt schön wie es hier den Anstieg die Brücke nochmal hoch geht das zweite Mal genau so und du hast die Halbmarathon-Zeit genau und das sieht immer noch sehr sehr gut aus die Gruppe besteht aus tatsächlich aus 14 Leuten davon vier Pacemaker und die sind alle bei 1.07.23 durchgegangen also eine sehr sehr gute Durchgangszeit wir waren letztes Jahr eine gute Minute langsamer und sind am Ende auch noch 2.15 gelaufen die laufen jetzt schon auf 2.14 raus der Tom und der Simon die sind richtig richtig fit vom Simon kenne ich das Training sogar im Detail deswegen ist ihm das auf jeden Fall ist das im Rahmen seiner Möglichkeiten und er hat das auf jeden Fall drauf was er da hier jetzt gerade rennt bei Tom geht man sowieso immer davon aus dass er abliefert wie gesagt schon letztes Jahr bei der RM die 2.15 Stunden da in der Hitze die waren vielleicht auf Idealbedingungen bei 8 Grad dann auch eher eine 2.12 oder mindestens eine 2.13 wert deswegen ist er natürlich heute auch der Favorit aber der Simon muss sich da nicht verstecken und die beiden werden uns hier später auf jeden Fall auch noch ein gutes Rennen liefern Simon Stützel in Rot ein bisschen versteckt jetzt hinter den Pacemakern und der Marathon Tom Gröschel Marathon sein Spitzname zieht auch seine Homepage ganz groß oben passt ja auch irgendwie eine Frage vielleicht mal für die die sich im Marathon nicht so gut auskennen diese Pacemaker klar die haben ihre Uhr die haben natürlich auch irgendwo ein Gefühl für Zeit und Lauftempo aber inwieweit hat man das im Blut oder inwieweit muss man das trainieren oder inwieweit gibt es da sage ich mal Orientierungshilfen um dann am Ende tatsächlich genau das Tempo genau die Pace zu treffen die eben gewünscht und vorgegeben ist ja heutzutage hat ja im Prinzip jeder eine GPS Uhr die das relativ genau anzeigen und dann geht es einfach durch Wiederholung Wiederholung und Wiederholung im Training dass man einfach immer wieder Intervalle im Wettkampftempo läuft auch in den langen Dauerläufen in den Longruns hinten raus Wettkampftempo läuft bis man das einfach verinnerlicht hat und dann einfach auch im Wettkampf sich strikt daran hält weil so ein Marathon ist lang und da fühlt man sich sehr sehr lang sehr gut eigentlich und es verleitet immer zu schnell zu laufen aber wenn man da 20 Kilometer lang immer 3-4-5 Sekunden zu schnell rennt auf den Kilometer ist es halt einfach nicht gut und alle Weltrekorde wurden auch in Negativsplits gelaufen und deswegen kann ich den Leuten immer nur raten schaut auf eure Uhr haltet euch strikt dran gleicht das mit diesen offiziellen 5 Kilometer Schiltern ab weil die sind ganz genau die Uhr hat ja auch mal hier und da einen kleinen Fehler drin von den Prozentabweichungen also ich drücke immer alle 5 Kilometer nochmal die Laptaste an meiner Uhr dass ich wieder synchron mit der Strecke bin und dann hat man eigentlich das ganz gut im Blick was man läuft für die Männerspitze geht es jetzt runter von der Oberkasseler Brücke Henrik Pfeiffer sehen wir links der jetzt sich ein bisschen genau auch mal vergewissert hat und nochmal die ein oder andere Info eingeholt hat ja kann auch sein dass Henrik jetzt seine Vorherritte schon an und wird jetzt dann rausgehen genau jetzt geht er raus ja hat nochmal ein paar gute Wünsche mitgegeben also kurz bevor es hier auf die Heinrich-Heine-Allee geht eine der bekanntesten Straßen neben der Königsallee in Düsseldorf ich überlege gerade wo eigentlich der Tobi Blum ist weil den sehe ich gerade nicht mehr wir haben jetzt vorne noch das müsste Edwin Jano und Mitko Seboca sein die zwei Tempomacher und ich sehe den Tobi Blum aktuell gar nicht mehr der hatte vielleicht schon vorher etwas Problemes uns abhandengekommen ist aber auch überhaupt nicht schlimm weil wie wir sehen die Gruppe ist so groß und ab jetzt läuft das eh von alleine da ist der Rhythmus gefunden und da geht es jetzt noch ein bisschen drum wenn ein Wind weht die Läufer die durchlaufen aus dem Wind zu nehmen aber ansonsten hat da jetzt jeder seinen Rhythmus und sieht man auch die ganzen ausländischen Athleten die dabei sind sehen auch alle noch gut aus also es wird noch ein richtig spannendes Rennen heute so jetzt geht es hier vorbei an einem der größten und wichtigsten Museen in Düsseldorf und im Hintergrund auch eine beliebte Diskothek und zur rechten geht es dann rein in die Altstadt mit den vielen Hausbrauereien und den Lokalitäten in denen man Geld und Freude lassen kann so hier sehen wir die Spitze zur Halbmarathon Zeit Hendrik Pfeiffer der hier an zwei noch aufgeführt ist hat eben das Rennen als Tempomacher beendet und verlassen ja das sind jetzt alles die Tempomacher die da Platz 1 bis 3 in der Liste stehen logischerweise aber wir haben es ja vorhin gesagt das waren insgesamt 14 Leute die mit der Zeit durchgegangen sind zwei Tempomacher sind jetzt raus also sind es noch 12 und die Gruppe die läuft einfach ja die läuft und läuft und läuft und wo laufen sie denn sie laufen auf der Kasernenstraße und dann geht es gleich auch vorbei an einer der Straßen die in Düsseldorf ganz besonders bekannt sind und für die Düsseldorf deutschlandweit bekannt ist die Rede ist natürlich von der Kö von der Königsallee besonders reizvoll an der Strecke aus Düsseldorfer Sicht ist natürlich dann die mehrfache Überquerung der Kö die Prachtbeile der Stadt da sind die Düsseldorfer ganz besonders stolz drauf und ich glaube gerade für die lokalen Läufer hier aus der Stadt ist es dann eben was auch ganz schönes dann diese Straße mitten im Herzen der Stadt dann eben auch mehrfach zu passieren und ganz interessant ist natürlich dass dann kurz zum Ziel nach Kilometer 40 zum letzten Mal über die Köo gelaufen wird und wenn man die erreicht hat dann ist es wirklich nicht mehr weit dann schafft man es und der Mann mit dem Hammer wenn er denn kommt kommt dann meistens jenseits der 30 Kilometer Marke aber wenn man erstmal 40 erreicht hat dann geht es eigentlich wieder bergauf und ich denke mal jeder der erstmal bis dahin es geschafft hat schafft es dann auch ein Ziel und gerade jetzt für die Topläufer wenn da eine Gruppe zusammen ist dann wird sich da mit Sicherheit die Spreu von beiden Späten drin dann gibt es noch ein paar kleine Kurven nach rechts Richtung Rhein und dann ist auch schon der Ziel einhoff da Soweit Hendrik Pfeiffer und jetzt sind wir wieder auf der Strecke und ich habe auch schon den Split der deutschen Frauen hier gerade bekommen per WhatsApp 76 47 sieht sehr sehr gut aus bei den beiden ganz kurze Anmerkung jetzt sind wir auf der Königsallee die blaue Zone da darf man immer parken und die Kö wird tatsächlich zweimal passiert denn wenn Düsseldorf für eine Straße bekannt ist dann ist es die Kö und dann lassen wir Düsseldorfer uns auch nicht nehmen sie gleich zweimal zu zeigen dem internationalen Publikum wir hatten da glaube ich auch 2015 schon mal deutsche Straßenlaufmeisterschaften beim Kühlaufen so sieht es aus da war es allerdings leider eine Großbaustelle der ziemlich ist Tick-Zack-Gelaufen auch das kommt in Düsseldorf häufiger vor das muss ich sagen die Strecke ja der Legende nach konzipiert vom mittlerweile verstorbenen Oberbürgermeister Joachim Erwin der damals als es darum ging die Strecke zu konzipieren einen Vorschlag vorgelegt bekommen hat oder hat T der vorsah dass man in Düsseldorf losläuft nach Duisburg und dann zurück und da hat Joachim Erwin der Legende nach damals gesagt ne auf keinen Fall Düsseldorf ist viel zu schön Düsseldorf bietet viel zu viele schöne Straßen die wir sperren können und jetzt haben wir wirklich eine schöne Strecke mitten durch die Stadt vorbei an allen Sehenswürdigkeiten vorbei an so vielen Menschen 400.000 Menschen so die Schätzung werden auch dieses Jahr wieder am Streckenrand mit dabei sein und ich finde der schönste Teil wenn es gleich durchs Zooviertel geht wo es an den Streckenrändern immer besonders voll ist der steht den Läufern ja noch bevor natürlich auch der Zieleinlauf am Ende hier am Rheinufer das ist sicherlich natürlich auch das größte Highlight aber so weit sind wir nicht wir sind bei den Männern und wir sind in der zweiten Rennhälfte noch hat sich nichts getan ihr schaut den Livestream vom Metro Marathon Düsseldorf 2019 deutsche Meisterschaften wir steuern auf eine Stunde 20 zu und wir haben eine geschlossene Gruppe an der Spitze bei den Männern und bei den Frauen haben wir eine Läuferin die tatsächlich klar in Führung liegt aktuell das ist Hirune Kezara Viarant ne alter Schwede diesen Namen werde ich heute nicht mehr flüssig über die Lippen bekommen das ist Wahnsinn Viarant ne oder glaube ich aber jetzt hast du es endlich auch mal probiert aber sie ist übrigens eine Stunde 15 durchgegangen also ganz knapp über dem was sie im Halbmarathon in Houston gelaufen ist und hält gerade auch noch so eine halbe Minute Vorsprung vor den deutschen Frauen aber die holen stetig auf da gibt es jetzt dann bald den Zusammenschluss sagt Sebastian Reinwand amtierender deutscher Vizemeister über die Marathon Strecke mittlerweile zum Triathlon gewechselt und ich werde das noch ein Weilchen erwähnen denn eine knappe Stunde ist der Sebastian es auch tatsächlich noch jetzt kriegen wir nochmal neue Zeiten rein es gibt ein bisschen Verwirrung immer bei diesen Zeiten der Grund dafür ist einfach wir hatten hier heute morgen ein wenig Verzögerung beim Start der war eigentlich für 9.30 vorgesehen am Ende ging es um 9.45 los am Josef Beuysufer in Düsseldorf wir haben wir haben jetzt die Durchgangszeiten die Führende hatte eine Stunde 15.50 sogar eine Minute vor Anja Schell und Anna Hanna die eine Stunde 16.50 hatte das spricht das spricht also das spricht dann weniger für den Zusammenschluss das spricht dann tatsächlich weniger für den Zusammenschluss genau da hatte ich zwischendrin mal mich beim Split verrechnet offenbar Isabel Leipfried die dritte Deutsche 1.19.37 ist etwas langsamer geworden muss man mal im Auge behalten wo das noch hingeht und dann die vierte Deutsche ist Sandra Mochner Lauft Team Kassel ist allerdings noch nicht durch bei Halbmarathon da warten wir noch auf die Zeit und genau so ist aktuell der Stand bei der Deutschen Meisterschaft sind wir gespannt wie sich das jetzt noch entwickelt wir sind weiter bei der Männerspitze es geht gerade weg von der Altstadt wir sind jetzt gleich an der Jägerhofstraße da scheint jetzt auch schön die Sonne das war dann hier letztes Jahr wo ungefähr der Wolkenbruch aufging aber hallo da haben wir letztes Jahr dann tatsächlich auch Bildausfälle gehabt das war ungefähr dann auch kurz bevor du deine Attacke lanciert hast das glaube ich jetzt sind wir schon vorbei da warst du schon los genau du bist direkt hinten das war bei nach der Königsallee bist du losgestapft oder auf der Königsallee nach der nach der Königsallee quasi an der Getränkestation genau als wäre es gestern Sebastian Rheinwand das sieht hier wirklich sehr sehr gut aus beim Tom und beim Simon ja und wenn wir eben in der Altstadt waren sind wir jetzt in Stadtteil Pimpelfort sehr beliebt ist jetzt übrigens hier nur noch ein Tempomacher drin der Mitko hat übrigens auch dann schon Julian Flügel und Philipp Flieger damals zur Olympianordnung gezogen beim Berlin Marathon 2015 also ein sehr sehr guter Tempomacher der auch Hendrik Pfeiffer glaube ich schon Tempo gemacht hat wie gesagt ich trainiere häufig mit ihm der hat einfach ein sehr gutes Tempogefühl und schafft es auch immer konstant bis Kilometer 30 zu laufen in dem Tempo das man ihm vorgibt das ist auch was was einfach nicht jedem liegt und so viel Tempogefühl muss man erstmal haben und dann natürlich auch sportlich in der Lage sein das überhaupt so weit zu laufen von vorne wir sind jetzt auf der Prinz-Georg-Straße sehr breite Straße zweigeteilt wir sehen jetzt hier auch wieder die Radfahrer die noch von der letzten Getränkestation kommen und jetzt alle wieder nach vorne wegfahren um wieder dann bei Kilometer 30 zu warten mit den mit den Flaschen im Hintergrund sind auch noch ein paar es dauert dann immer ein bisschen bis man seinen Rucksack wieder zusammengepackt und aufs Rad gestiegen hat da sind die Läufer dann meistens schon wieder einen Kilometer enteilt man braucht auch eine gewisse Grundfitness um das überhaupt hinzubekommen weil man muss dann wieder vor denen am nächsten Punkt sein und so viel Zeit bleibt zum Auf- und Absteigen dann meistens gar nicht sag mal wir haben ja aktuell dort vorne noch ein geschlossenes Feld irgendwann ich nehme an wir werden jetzt keinen Zielsprint sehen wann glaubst du wird sich da was tun wann wird der eine oder andere der sich gut fühlt und wir schauen da natürlich vor allem auf Tom Gröschel und Simon Stützel wann wird einer von den beiden sich vielleicht versuchen abzusetzen also ich glaube tatsächlich dass die beiden schon schauen dass sie in dem Tempo dass sie jetzt laufen möglichst lange laufen und einer wird dann irgendwann vielleicht müde werden ich glaube jetzt das Tempo ist schon relativ hoch dass da kein kein großer Antritt mehr kommt dass es sich eher entscheiden wird über die Müdigkeit aber das sieht auch noch so aus jetzt würden wir da noch ein paar Kilometer drauf warten jetzt gerade zieht es sich vielleicht so ein bisschen aus ich weiß es zieht sich eigentlich nicht auseinander das sind alle noch meistens wird es dann interessant wenn der Tempomacher rausgeht also es wird dann wahrscheinlich bei Kilometer 30 sein wenn es dann darum geht wer dann in die Führung geht oder man dann das erste Mal selbst im Wind steht also ich schätze mal dass ab Kilometer 30 das erste Mal interessant wird man sieht jetzt vielleicht fallen ganz hinten jetzt fällt glaube ich einer raus in dem roten Trikot ist allerdings nicht der Simon der ist einfach noch der ist noch mit dem Tom zusammen ja Seite an Seite weiterhin Seite an Seite eigentlich wie vom Beginn des Rennens an genau und ja die schauen sich auch öfter mal noch an wechseln ein, zwei Worte also das sieht so aus als würden die noch einige Zeit miteinander verbringen heute auch andere Favoriten auf den Gesamtsieg natürlich nicht die deutsche Meisterschaft weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben noch vorne mit dabei in dieser Gruppe unter anderem auch der von uns vorgestellte Russe Fedor Schutov der die beste Einzelzeit und PB vorzuweisen hat mit 2.11.26 auch wenn das ganze Jahr schon ein wenig zurückliegt das ist ja vor drei Jahren mal in Russland bei den russischen Meisterschaften gelaufen und auch Tien Nijhus ist noch dabei der Däne mit holländischen Wurzeln auch vertreten in dieser Spitzengruppe genau und er hat ja bisher auch eine Bestzeit glaube ich von in Anführungsstrichen nur zwei Stunden 19 das wird er heute pulverisieren wenn er durchhält das wird er heute pulverisieren das sieht jetzt auch so aus als würde er das auf jeden Fall durchhalten er ist wie gesagt auch ein 63er Halbmarathon gerannt der auch dafür spricht dass er 2.14, 2.15 mit Sicherheit laufen kann aber man muss es immer dann erstmal machen Marathon ist einfach steckt auch so viel Überraschung manchmal drin und eine Halbmarathonzeit allein macht eben noch keinen Marathon einen Halbmarathon kriegt man immer noch irgendwie rum eine Stunde oder knapp drüber bei den ganz schnellen Leuten aber wenn es im Marathon mal nicht läuft ist halt schwer das noch rumzukriegen und es sind noch 10 Kilometer ja letzten Split-Zeiten der Frauenspitze Kilometer 22, 3,34 Kilometer 23, 3,37 und Kilometer 24, 3,41 also da in 3 und 4 Sekunden Schritten ein Ticken langsamer ja das muss man mal im Auge behalten ob das tatsächlich langsamer wird oder ob das vielleicht auch nur dem Streckenprofil geschuldet wird oder einfach auch mal diese Split-Zeiten muss man wissen die werden aus dem Führungsfahrzeug manuell genommen da kann auch mal jemand sich verdrücken wenn er das Schild nicht genau sieht oder so und jetzt bei 24, 25 ist eben auch die Getränkestation da kann es auch mal schnell 1, 2 Sekunden langsamer werden aber jetzt sieht man hier ganz gut bei den Männern setzt sich der Tempomacher jetzt fast ab ganz interessant das ist eine kleine Lücke mal schauen wer die jetzt hier gleich zumacht oder ob der Tempomacher etwas rausnehmen muss zeigt sich jetzt der Tom auch schon vorne der hier Nachführarbeit leistet das Ganze auf der Euler Straße das geht auch ein bisschen hoch das habe ich auch in Erinnerung auf jeden Fall es ist wieder so eine kleine Brücke die es zu überqueren gilt rüber über die Toulouse Allee eine Straße die neu gebaut worden ist in Düsseldorf vor wenigen Jahren und dann geht es rein ins Zooviertel und da wird dann tatsächlich auch ein bisschen mehr los sein an der Strecke das ist traditionell so im Zooviertel dazu dann gleich nochmal mehr wenn wir über die Frauen sprechen dann sprechen wir natürlich auch über Anna Harner haben wir eben schon mehrfach thematisiert jetzt gerade nicht im Bild die Frauenspitze aber bei Anna Harner das ist natürlich schon eine Story dass sie heute hier in Düsseldorf wenn man so will ihr Comeback über die Marathon Distanz in Angriff nimmt verletzungsgeplagt zuletzt ein Knochen oder ein Ödem im Becken Ermüdungsbruch im Becken sagte man bei Anna Harner und auf ihre Verletzungshistorie und ihren Umgang damit schauen wir jetzt mal ein bisschen im letzten Jahr bin ich quasi von einer schweren Verletzung in die nächste reingelaufen im Frühjahr nachdem ich viele Monate in Neuseeland im Trainingslager war habe ich mir eine Entzündung im Traktors Sehnenplatte zugezogen und konnte daher den Tokio Marathon nicht laufen war dann wieder gesund habe wieder voll trainiert zu viel und zu früh und dann habe ich mir oder bin ich in den Ermüdungsbruch im Becken reingelaufen und musste erst mal auf Brücken gehen und ja von daher das ist die Verletzungshistorie aus dem letzten Jahr und das primäre Ziel für dieses Frühjahr gesund zu sein gesund zu bleiben und genauso gesund wie ich jetzt hier an der Startlinie stehe auch wieder im Ziel zu sein Splittzeit bei den Frauen die Spitze in einer Stunde 29 58 Kilometer 25 jetzt geht gerade über die Bremenstraße vorbei an der alte erwürdigen Eishalle ehemalige Heimspielstätte der Düsseldauer AG für die die Saison auch schon beendet ist Deutsche Eishockey Liga ja vor wenigen Tagen die Saison beendet Adler Mannheim haben den Titel geholt die DEG hat es nach mehreren abstinenz dieses Jahr in die Playoffs geschafft und eine insgesamt starke Saison absolviert das war aus Düsseldorfer Sicht auch schön zu sehen und jetzt geht es dann gleich aus Sicht der Läufer links weg und an dieser Kreuzung ist in der Regel ich will nicht zu viel versprechen aber gleich in der Regel viel viel los weil das ist ganz schön natürlich für die Zuschauer an der Stelle kommen die Läufer gleich zweimal vorbei dass es heute Nacht geregnet hat sehen wir hier an der Straße genau und jetzt ist auch mehr los an der Strecke ganz generell vielleicht noch Sebastian ein kleines Detail was auch in Düsseldorf finde ich schön ist und was toll gelöst ist rockt die Strecke ein Konzept ausgearbeitet von gleich mehreren Partnern von Metro Marathon selbst von der 200 Pro GmbH mit Holger Schütt als Geschäftsführer und von D-Live in Düsseldorf die haben sich nämlich überlegt wie kann man das Ganze ein bisschen aufpeppen am Wegesrand und haben insgesamt mehr als 20 Bühnen mit mehr als 40 Bands am Streckenrand auf die Beine gestellt die da richtig einheißen alle Musikgenres sind da vertreten von Heavy Metal bis klassisch angehauchte Musik hast du das mitbekommen letztes Jahr oder hat man da gar keinen Blick für Anfangs bekommt man das noch mit und dann ehrlich gesagt in dem Regen und dann war ich fokussiert auf mich und mein Laufen muss ich gestehen habe ich das nicht mehr mitbekommen aber wenn es gut läuft dann ist man auch in seinem Tunnel drin und ich glaube aber wenn es mal schlecht läuft und man einen Durchhänger hat dann kann einen sowas auch nochmal aufmuntern und nochmal motivieren sich da zusammenzureißen aber wenn es gut läuft dann bin ich da in so einem Tunnel und die Umwelt da kriegt man dann relativ wenig mit dann läuft man dann seinen Stiefel durch und jetzt wird es aber bei den Männern hier gerade eigentlich relativ interessant weil ich glaube zu sehen dass der Simon hinten jetzt ein bisschen am seidenen Faden hängt eventuell oder ob das Absicht ist weiß ich nicht genau der Tom schiebt sich jetzt jedenfalls schon an die Schulter vom Mitko von dem Tempomacher an seinen Fersen und den Simon habe ich jetzt zuletzt ganz hinten gesehen wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche lässt er jetzt gerade auch Reisen hinten sieht so aus vielleicht kriegen wir dann nochmal eine andere die Perspektive verzerrt ja immer ein bisschen aber der Rote der weg ist sind trotzdem jetzt hier auch zwei, drei Meter ja zwei, drei Meter ist gut fast schon ein bisschen mehr ja und dann ist weiter hinten ist ein ganz roter weg das ist nicht der Simon der Simon liegt schon da in der Gruppe noch hinter dem Mann in grün genau ist der Simon genau das ist jetzt quasi doch schon aber könnte jetzt eine rennentscheidende Szene sein wir sehen jetzt ja auch gleich bei hier der Mitko fragt nochmal ob das Tempo passt ja an der Fritz-Wüst-Straße ist das da ich schaue mal ob ich auch Kilometerzeiten kriege wir befinden uns mitten im Zooviertel ja da war jetzt auch Kilometer 27 der war wenn das stimmt in 3.05 gelaufen das kann natürlich schon der Grund sein warum es dann eben plötzlich wehtut danach war es 3.14 der ging wahrscheinlich das war der den Anstieg hoch den wir gesehen haben und dann jetzt wieder 3.11 also jetzt kriegen wir eh gleich die 30 Kilometer Zeit ja wir haben jetzt einen kleinen Hänger gehabt bei den Männern ich sehe jetzt aber bei uns in der Regie schon wieder das Signal jetzt langsam sich wieder aufbaut sind jetzt auf dem anderen Motorrad unterwegs in Richtung Frauenspitze so und da sind wir wieder bei den Männern und schau mal was sich da gerade tut Henrik Pfeiffer ist mittlerweile auch bei uns hier schon im Zielhäuschen eingetroffen genau der sieht sich jetzt mal noch was Trockenes an macht sich auch ein bisschen frisch kann nicht schaden und kann uns dann gleich mal seine Eindrücke von der Strecke aus das Trikot geht auch noch ein bisschen schwerer runter bei Henrik das sind noch die die Pfunde zu viel die er noch hat zur Festform dann klebt das noch ein bisschen aber es lief ja heute schon wieder sehr gut das würde uns jetzt dann gleich erzählen und jetzt sind wir hier bei den Männern aber es ist tatsächlich jetzt so dass der Simon reisen lässt jetzt ist die Lücke auch schon größer als drei Meter das ist jetzt schon einiges es wäre jetzt interessant zu wissen rennt der Simon langsamer oder rennen die anderen schneller die Gruppe bleibt jedenfalls zusammen um den Tom und der Simon lässt reisen gut dass wir aus der Werbung kommen denn jetzt geht richtig die Post ab sowohl bei der Frauenspitze als auch bei der Männerspitze wir sind bei den Frauen und Sebastian da ist Anna Hannah mittlerweile allein genau die ist allein jetzt vorne mit ihrem Tempomacher mit dem Oliver Hoffmann Anja Schall ist nicht mehr im Bild wir haben jetzt aber leider nicht gesehen ob sie abreißen hat lassen oder ob sie ausgestiegen ist ich schaue mal in die WhatsApp Gruppe das sieht auf jeden Fall was der Split zuletzt war bei Kilometer 25 war genau 3,36 pro Kilometer also sehr sehr gut also ein Ticken schneller geworden im Gesamtschnitt die Anna und die zieht die Dinge jetzt richtig gut durch hat scheinbar auch nochmal an Form zulegen können seit dem Halbmarathon Kilometer 27 war auch wieder in 3,36 und das ist natürlich kriegt sie da jetzt Rückenwind wenn sie merkt dann dass die Anna jetzt da raus ist oder weg ist und es läuft bei ihr nach so einer langen Durstphase jetzt auch sportlich dann gibt dann das natürlich doppelt Rückenwind und die wird die Dinge heute jetzt sicherlich sehr sehr gut ins Ziel bringen das wird vielleicht auch noch eine Zeit 2,32 oder sogar noch schneller wenn sie jetzt da nochmal die letzten 15 Kilometer Gas geben kann und dann ist das schon wieder ein sehr sehr guter Schritt auf dem Weg zum Comeback die Frage ist natürlich ob Anja Scherl davor oder dahinter ist ich gehe jetzt mal davon aus dahinter oder raus da das Motorrad ja die erste Frau begleitet ja das werden wir gleich noch versuchen für euch aufzulösen die Männer sind gerade auf der Rätelstraße eine der berühmtesten klassischen Einkaufsstraßen für den alltäglichen Gebrauch vielleicht können wir da hinschalten denn auch da geht gerade richtig die Post ab Tom Gröschel hat vorne das Tempo merklich angezogen und wir schauen mal drauf jetzt sehen wir ihn genau es geht jetzt von der Rätelstraße hinten tatsächlich dann auf die Zoobrücke also das ist jetzt auch nochmal leicht fies hält sich in Grenzen aber wir sind auf jeden Fall jenseits von Kilometer 20 der letzte Tempomacher ist auch raus wir haben jetzt leider noch keine Live Splits von den letzten Einzelkilometern aber wir haben die 30 Kilometer Übersicht hier die gibt auf jeden Fall auch schon mal mehr Aufschluss da haben wir den Tom mit einer Stunde 35 und 33 Sekunden ja das ist also merklich schneller geworden auf jeden Fall einen Läufer haben wir der vorne weg ist und einen Läufer vorne weg ist der Henry Manninen der war in der letzten Übersicht gar nicht mehr drin der mit 1,34 und 49 noch gute 40 Sekunden in Führung liegt die haben jetzt aber leider nicht im Bild ganz einfach weil wir uns hier auf die deutsche Meisterschaft natürlich konzentrieren und jetzt sehen wir hier auch an der Seite den Tono das ist Toms Trainer auf dem Fahrrad der hinterher rollt in der Gruppe und das sieht beim Tom auch schon wie der schaut sich jetzt nochmal um wer da in der Gruppe ist glaube ich gut dass er nicht nach links schaut dort waren die ehemaligen Etablissements des berühmten Düsseldorfer Rotlichtkönigs Wolosheim ja der Tom jetzt wahrscheinlich gerade keine Augen dafür besser ist das und setzt sich jetzt hier aber auch schon an die Spitze und macht Druck von vorne jetzt hinten sehe ich aber immer noch den Simon in der Distanz laufen ist immer schwer einzuschätzen durch die Kameraperspektive mal schauen was Seinsplit hier sagt in der Liste naja da waren sie erst 5 Sekunden auseinander bei 30 wir sind jetzt aber eher schon bei 32 gleich wird dann interessant den Split mal noch zu sehen und ich weiß nicht ob ich blind bin und gerade die Bilder falsch deute aber auf mich wirkt das so als würde Anja Schell tatsächlich einen kleinen Vorsprung rausgelaufen haben auf Anahana vielleicht können wir nochmal die Perspektive wechseln und rüber gehen zur Frauenspitze genau jetzt haben wir Anja Schell da wieder im Bild mit zwei Passauern ist jetzt aber ehrlich gesagt mich gerade auch nicht möglich zu sagen ob sie vorne oder hinten läuft seitdem da im Hintergrund schwer zu sagen ob das da hinten Anna Harner kommt ich habe auf jeden Fall eine Sprachnachricht von Lisa Harner bekommen da höre ich mal kurz rein also der Eindruck bestellt sich sich bei Kilometer 24 hat Anja Schell das Tempo erhöht Anna läuft konstant ihr Tempo aber Anja Schell liegt jetzt tatsächlich in Führung und auf Kurs Deutsche Meisterschaft umgeben von drei Männern für mich tatsächlich auch ein bisschen überraschend ich hätte gedacht dass es eher schwer wird und dass sie nicht so früh schon die Entscheidung sucht hat jetzt auch Glück dass sie da nochmal drei Männer um sich rum hat und der Abstand scheint dabei auch schon ein ganzes Stück zu sein ähnlich wie jetzt beim Tom und beim Simon inzwischen guck mal jetzt haben wir tatsächlich auch beide Perspektiven genau im Blick der Tom sieht man jetzt auch der führt jetzt die Gruppe hier an von den anderen geht da auch keiner mehr vor jetzt das spricht schon dafür dass es jetzt aber da haben wir es bei den Frauen kurz gesehen ganz hinten am Bild Hintergrund am Bildende dort blitzte das weiße Trikot auf von Anna Hanna und ihrem Pacemaker so und jetzt wird sie Anja Schell tatsächlich dann aus dem Blick verloren haben denn die ist schon abgebogen jetzt auf die Bremenstraße für sie geht es jetzt auch rein ins Zooviertel also bei den Frauen aktuell der Stand ganz vorne weg die Dame aus Sri Lanka mit dem fast unaussprechlichen Namen Hiruni Kisara Viyajaratne und dahinter dann die deutsche Spitze mit Anja Schell die gestern erst gestern erst nachgemeldet hat und jetzt die deutsche Konkurrenz anführt die Männer auch noch stehen lässt die sie hier gerade in ihrer Gruppe hatte vorbei am altertwürdigen Eisstadion der Düsseldorfer G auf der Bremenstraße und hinten um die Ecke gebogen jetzt gerade erst dann Anna Hanna die ihr Tempo konstant hält aber bei Kilometer 24 hat Anja Schell dann angezogen und sich jetzt das sieht schon auch nach einem gewaltigen Antritt aus weil die sind ja schon locker 100 Meter wäre interessant zu sehen was das jetzt für Kilometersplätze dann waren die nächsten 5 Kilometer werden wir nachreichen und was die Männerspitze angeht dort vorne weg Henry Manninen und dahinter dann das Feld was wir hier im Blick haben rund um den Titelverteidiger bei den deutschen Meisterschaften Tom Gröschel Simon Stützel auch da einige Meter dahinter so werden wir gleich natürlich nochmal weiter drauf schauen wir unterbrechen für ein kurzes Video und führen quasi wenn wir so wollen unseren Experten ein unseren zweiten Experten Sebastian Reinwand bleibt natürlich bei uns sitzt auch weiter an meiner Seite aber wir haben jetzt natürlich frische Infos von der Strecke von einem der gerade noch gelaufen ist sich jetzt umgezogen hat und uns dann gleich mit frischen Infos vom Asphalt versorgt und wir fragen uns natürlich Henrik Weifer und der Marathon in Düsseldorf da war doch was Rio lockt für mich geht's morgen um die Olympischen Spiele beim Meta Group Marathon in Düsseldorf beim Debüt von einem wirklicher sehr jungen Athleten würde ich sehr zur Vorsicht raten Marathon ist unberechenbar mein pacemaker wird unter anderem Tom Groschel sein und er wird mir da nicht nur sportlich helfen sondern eben auch mental helfen also es ist halt eine super lange Strecke und da muss man halt wirklich so krass haushalten mit seinen Kräften ich sag mal auf Messerschneide laufen die Geschwindigkeit die maximale Geschwindigkeit so lange durchzubringen Altmarathon lief gut in Berlin und danach gab es leider ein bisschen probleme muskulär und deshalb weiß ich auch noch nicht was jetzt so heute hinten raus kommt die Strecke ist sehr flach hat aber ein paar Hindernisse wie die Rheinbrücke und zwei drei Eisenbahnbrücken und ist bei windstillen Tag eine Strecke auf der ich die Limpinam rennen kann und er ist einfach ein Vieh also die letzten Kilometer der Typ der drückt einfach nochmal drauf Ja und jetzt sitzt er neben mir Sebastian macht eine kurze Pause und Henrik ist da Hallo Henrik herzlich willkommen erstmal hier Ja ich freue mich jetzt mal in so einer ungewohnten Doppelrolle zu sein erst als Tempomacher und jetzt als Kommentator Ja dann sag uns doch mal wir haben jetzt hier die Spitze bei den Männern im Blick also wir glauben nach den Infos die wir hier bekommen dass der Kollege Mann vorne weg ist aber ansonsten sehen wir auf jeden Fall jetzt sehen wir ihn nicht weil er gerade verdeckt wird jetzt kommt er langsam wieder ins Bild hinten Tom Gröschel also vorne die deutsche Spitze vielleicht mal ganz platt gefragt wie war dein Eindruck in dieser Gruppe und natürlich auch auf diesen Kilometern die du vorne als Pacemaker angeführt hast also wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen die Kilometer gleichmäßig zu machen das ist immer wichtig dass es dann nicht so ein Fahrdleck wird schneller und langsamer im Wechsel wird dass man konstant sein Tempo hält und diesen Rhythmus reinkommen das ist glaube ich der Gruppe ganz gut gelungen wir waren auch eine sehr große Gruppe auch mit am Anfang vier Tempomacher vorne weg und das hat gut funktioniert für den Halbmarathon in 67 20 durch die sind komplett auf Kurs 2014 dann noch gewesen ich war noch so lange dabei dass wir über diese Rheinbrücke bis Kilometer 23 kommen sind weil das ist immer eine von diesen neuralgischen Stellen die ein bisschen die Oberkastler sind da sind wir drüber und ich habe dann öfter einen Blick in die Gruppe geworfen dass man sich nicht zu weit entfernt und da wirkten einige sehr sehr locker da war zum Glück aus deutscher Sicht eben auch Tom war komplett fokussiert stark wirkte aus meiner Sicht auch der Neuseeländer Malcolm Hicks und natürlich auch der Russe hier in Gelb also es war die Leute die jetzt auch vorne sind haben eben auch schon einen sehr guten Eindruck gemacht vielleicht kannst du du hast die Jungs ja auch alle erlebt aber unsere Zuschauer müssen natürlich auch mal ein bisschen nachverfolgen aber in Gelb der Russe da sprechen wir von Fedor Schutov mit der besten PB im Feld 2011 26 auch wenn wir dazu sagen dass das schon drei Jahre her ist dann hast du Malcolm Hicks erwähnt kannst du ihn mal kurz für uns identifizieren hier in diesem Feld ja Malcolm Hicks kommen wir gleich nochmal drauf zurück also hier sehen wir erst mal wieder die Frauen und Anja Schell die vorne wegläuft und nach ihr rennen läuft wird sie deutsche meisterin absolut also ganz überraschend nenne ich die nachmeldung und auch für sie natürlich sehr ambitioniert in so einer kurzen Zeit dann nochmal Marathon aufzusitzen Respekt und ja aber sie hat eben diese Härte also jemals 30 hat man eine Zähigkeit die vielleicht ein Athlet unter 30 nicht hat und ich glaube dass er zahlt sich eben aus dass sie herrlicher kann man in Düsseldorf finde ich nicht wohnen ich meine wir haben eben schon gesagt okay es ist trocken geblieben jetzt heute die Strecke an ein oder Stellen vielleicht minimal feucht was den Boden angeht wie war es für dich welcher Einfluss hat die Temperatur gespielt und natürlich auch der Wind gab es überhaupt Wind ja also die Bedingungen sind unter dem Strich sehr sehr gut die Temperaturen sind für Marathonläufe optimal wenn es um die 12 Grad ist das wünscht man sich wenn die Sonne auch nicht knallt so wie heute schön bewölkt das ist wirklich gut bisschen Wind war da an einigen Stellen aber in diesem pulk so lange wie der pulk auch zusammen war merkt man das da hinten gar nicht dafür waren wir eben auch da als Tempomacher dass wir den Wind gebrochen haben und die Bedingungen sind deutlich besser noch als letztes Jahr wo dann auch ein Guss runter kam oder auch deutlich besser als 2016 wo ich in meinen eigenen Marathon gerannt bin da sind wir ganz gut aufgestellt und das ist eben auch für Tom sehr wichtig dem es auch heute nicht nur um die Verteilung des Titels geht sondern eben auch eine gute Zeit welchen Eindruck Simon Stützel gemacht dich gemacht ja ich habe als ich rausgegangen bin habe ich mir angeschaut und habe natürlich alle noch ein bisschen angefeuert wirkt ein bisschen angestrengter als Tom das hat aber nicht viel zu bedeuten also ich habe mit ihm ja auch schon sehr viel zusammen trainiert und er ist ein typischer Beißer dann flätscht er mal die Zähne oder so das hat aber nicht viel zu bedeuten der kämpft dann auch aber er kann das eben auch und deswegen würde ich da gar nicht so viel rein interpretieren er ist nach unseren Eindrücken jetzt auf jeden Fall für den Moment rausgefallen aus der Spitzengruppe um Schutow um Gröschel um Hicks genau Malcolm Hicks sehen wir jetzt vorne mit dem wir sehen aktuell hier bei uns das müsst ihr euch so vorstellen in der Regie haben wir diverse Bilder also wir haben auch die Männerspitze noch im Blick bei euch zu sehen ist jetzt Anja Schell die nochmal an der Bremenstraße jetzt entlangläuft und jetzt gleich auf die links auf die Rettelstraße abbiegen wird über die Bahnschienen hinweg auch mal eine wichtige Stelle die ganzen Bahnschienen da muss man wirklich immer wachsam sein weil gerade dann jenseits der 30 Kilometer wo man dann auch müde wird da hebt man dann vielleicht den Fuß nicht mehr ganz so und es kann dann schon schnell passieren dass man da hängen bleibt das habe ich selber letztes Jahr auch kennengelernt da ist geregnet wie aus Eimann und dann bin ich in der Straßenmaschine hingeblieben und so geht es eben nicht nur die Fahrräder fahren sondern auch den Läufern da muss man bis zum Ende sehr sehr vorsichtig sein zumal wir ja hier auch deutlich sehen eine Stunde 52 haben wir jetzt hinter uns und gerade an dieser Stelle ist ordentlich Regen noch auf der Asphaltierung zu sehen das heißt es ist hier an dieser Stelle definitiv noch rutschig auch wenn wir jetzt hier im Zielbereich uns die Flaggen mal angucken da ist schon eine gewisse Brise da also tendenziell kommt der Wind jetzt ein bisschen stärker auf als zu Beginn des Rennens aber gerade jetzt bei den Männern da ist das Feld noch oder die Gruppe noch relativ kompakt und das ist für alle in dem Feld sehr 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 gut so und jetzt können wir vielleicht noch mal durchgehen also Schuthoff ist der Mann in ja gelb-grün und dann haben wir Tom Gröschel den wir jetzt ganz links in ganz schwarz sehen so dann haben wir noch den Kollegen Hicks genau neben Tom ist Malcolm Hicks in dem Leik-Trikot ja also ganz vorne zentral auch ein sehr interessanter Mann also ich bin auch schon öfter mal gegen den gelaufen und ja trau ich auch einiges zu also hat man nicht so viel Marathonerfahrung aber scheint eben auf dem Niveau von Tom sich zu bewegen und das ist aber in dem Fall sehr sehr gut weil die sich gegenseitig auch pushen können und da hier die Zeiten eben auch im Fokus stehen da könnte da was daraus werden noch gerade weil in Düsseldorf die zweite Hälfte auch sehr schnell ist also die Erfahrung haben wir gemacht jetzt schon mit mehreren Leuten sowohl ich selber 2016 als auch im letzten Jahr die ganzen deutschen Läufer haben auf der zweiten Hälfte noch eine schnellere draufgelegt und das ist nicht üblich im Marathon oft brechen Leute eben auch stark ein und mit dieser Gewissheit die Tom dann auch hat die kann er sich dann zum Nutzen machen wenn er eben weiß ich bin schon guten Halbmachtung durchgegangen aber tendenziell werde ich noch schneller es gibt einem Selbstvertrauen wir sind schnell wieder für euch da machen eine kurze Werbeunterbrechung bis gleich Blick auf die Männerspitze und wir haben die komplette Werbepause über für euch gerätselt wer ist denn jetzt da vorne fünf Männer an der Spitze beziehungsweise wir müssen da ein bisschen relativieren einer ist noch ganz vorne weg das ist Henry Manninen der hat momentan Vorsprung von naja nicht ganz 40 Sekunden etwas mehr als 30 eine halbe Minute Vorsprung bei Kilometer 35 und dann haben wir eine fünfköpfige Gruppe in der Verfolgung rund um Tom Grösche und ja Henrik du bist der Experte du kannst dir am besten vorstellen die fünf Jungs und vielleicht auch mal aus deiner Sicht so ein bisschen die Stärken nochmal skizzieren wirklich eine ganz interessante Zusammensetzung wir haben dann mit dem Russen in Gelb dem Fedor Stutov einen Mann der wie ja schon mal in diesen Top-Bereich reingelaufen ist in zwei Stunden elf da aber jetzt auch schon länger nicht mehr rankommen an diese Leistung deswegen sehr sehr schwer einzuordnen ist 2018 den Dublin Marathon in 2016 gelaufen 2017 Moskau Marathon in 2018 also das ist halt schon noch ein anderes Level als die 2.11 wie ich angeboten habe 2016 aber wer weiß vielleicht war verletzt vielleicht nicht deswegen für mich ein Mann der auf jeden Fall sehr sehr gefährlich sein wird auch für Tom haben wir bei den Frauen jetzt noch einen kleinen Zwitscheren mit Machen wir gleich weiter mit der Spitzengruppe wir schauen auf die Frau die als ihre sagen wir mal versteckten Laster weiße Schokolade Macadamia-Müsse und Apfelstrudel angibt daran wird sie aber gerade nicht denken Anna Hanna die jetzt Ausgang Rettelstraße in der Verfolgung ist aktuell auf Silberkurs bei der DM und auch dort haben wir die aktuellen Split-Zeiten für euch genau da liegt die Anna Hanna jetzt 48 Sekunden hinter Anja Schell zurück bei Kilometer 30 und vorne Kiruni aus magst du sie auch mal aussprechen also der Sebastian und ich haben uns schon den ganzen ich wollte es gerade tun und bin dann zurückgeschreckt vom Namen aber wieder Kiruni via Ratten ja das war super genau also ist auch nochmal ein ganzes Stück vor Anna Schell mit 1,48,20 Anja Schell 1,49,05 bei Kilometer 30 und Anna Hanna eben mit 1,49,53 da ist aber aus meiner Sicht noch nicht alles entschieden weil ich da eben noch viel tun kann auf den letzten Kilometern wenn da mal ein kleiner Einbruch kommt dann sind die 40 Sekunden auch sehr sehr schnell wieder weg von daher bleibt es da auch noch spannend also auch Anja Schell ist für mich noch nicht durch und Anna hat auch noch ihren Pacemaker an ihrer Seite überquert gerade die Wehrhahnbrücke und wird jetzt gleich rechts abbiegen Anna Hanna vom SCC Berlin und für sie geht es jetzt auf die Adlerstraße und dann rüber weiter in Richtung Jakobistraße und Thornhallenstraße das die nächsten Punkte für sie für uns auch im Bild natürlich die Männerspitze bei der wir einen Ausreißer nach vorne weg haben das ist Manninnen und dahinter diese fünfköpfige Gruppe die wir jetzt auch hier im Splitscreen eingeblendet bekommen und lieber Henrik vielleicht können wir jetzt nochmal weiter sagen also wir haben über Fedor Schuthoff gesprochen wir haben natürlich ausreichend schon über Tom Grösche gesprochen der auf Kurs Titelverteidigung ist aber da sind auch drei weitere in dieser fünfköpfigen Gruppe finde ich sehr interessant weil diese Gruppe hast du ja schon gesagt hat eine Menge Potenzial genau ganz interessanter Mann eben auch der Tyson News hab heute Morgen noch mit ihm zusammen auch gefrühstückt und der hat sich ihm auch viel vorgenommen er hatte zwar wenn man jetzt aufs Papier guckt vielleicht im Marathon noch nicht so die Erfahrung er war beim Odense Marathon 2018 Zweiter mit einer 2 Stunden 19 Zeit aber ich glaube diese Zeit da ist er eben eigentlich schon deutlich drüber hinaus er hat jetzt 2019 Barcelona Marathon super gefinisht mit einer Zeit von 1.03.31 zum Vergleich damit bewegt er sich auf dem Niveau von Philipp Flieger also einen absoluten deutschen Topläufer und deswegen absoluten Mann der da seinen Platz in der Gruppe auch zurecht hat und mit Sicherheit seine Chance auf 2.14. 2.15. nutzen will heute Morgen hat er auch sehr sehr zuverlässige Eindrucke gemacht war seiner Sache hat er sich auch sehr sicher dass er mit der Gruppe auf jeden Fall mithalten will und hat auch jetzt als ich immer das Tempomacher dabei war häufiger Anweisungen gegeben 3.12 ist gutes Tempo nicht zu schnell aber auch nicht zu langsam werden also der weiß schon genau was er will und das gilt aber auch für die anderen das gilt auch für Tom der hat das ist für mich die Ruhe in Person bei solchen Marathon Wettkämpfen bei uns im Training wenn wir zusammen da trainieren wird er auch selber immer die Uhr genannt weil er eben so sich an die Zeiten auch hält deswegen da sind wir auf einem ganz guten Kurs haben wir jetzt kurz noch gesehen wie Tom da auch nochmal mit Malcolm Hicks gesprochen hat und hinten fällt jetzt langsam Ihor Porosov raus der Ukrainer 2.14 seine persönliche Bestzeit ist Ende März in Warschau ein Halbmarathon in 65.05 gelaufen und jetzt haben wir es tatsächlich also vorne ist Malcolm Hicks an seinen Fersen klebt Tom Groschel leicht nach links versetzt es geht jetzt so langsam in Richtung Medienhafen und da ganz kurz zu sehen links neben diesem Begleitfahrzeug war auch noch der Ukrainer und Theis Niehus hängt hinten dran und das ist wieder Anna Hanna da sehen wir das ist ganz ganz wichtig jenseits der 30 dann auch wie noch einen Tempomacher dabei zu haben erinnere ich mich auch sehr gut dran an mein eigenes Rennen hier in Düsseldorf da hatte ich auch das Riesenglück dass ich mit dem Basilianer Daniel Chavez da wie ich jemand hatte der bis 37 mir das Tempo gemacht hat und das war auch ein Schlüssel warum da am Ende so eine gute Zeit bei rumkam deswegen eine sehr komfortabene Situation in dem Fall für Anna Hanna und eventuell ist am Ende der Tempomacher vielleicht sogar dann noch der entscheidende Faktor und Anna lächelt unübersehbar ist ja bekannt dafür dass sie da sich selber auch wieder noch motiviert und lächelt entspannt eben nicht nur die Gesichtsmuskulatur sondern eben auch den ganzen Körper und das ist schon eine durchdachte Strategie dieser Welt Anna Hanna aktuell Dritte im Gesamtranking und von hinten kommt jetzt eine Türkin hinten ran Ümy Kiras ist das die jetzt aufgelaufen ist und natürlich auch diesen Tempomacher dann quasi wenn man so will noch mit in Anspruch nehmen möchte mal gucken sie kommt natürlich mit sehr viel Speed von hinten ran vielleicht läuft sie auch vorbei hat jetzt eine Lücke von 40 Sekunden auf relativ kurzen Distanz geschlossen Respekt hoffentlich spricht das nicht gegen Anna weil sie da langsamer wird sondern dass die Türkin vielleicht einfach aufgedreht hat müssen wir gleich die nächste Zwischenzeit mal abwarten bin ich sehr gespannt also wir sind längst angekommen in der entscheidenden Rennphase bei der 17. Auflage des Metro Marathons in Düsseldorf wir sprechen auch natürlich immer über die deutschen Meisterschaften und wir sprechen über die letzten Kilometer bei den Männern geht gerade im Medienhafen so richtig die Post ab das sehen wir da unten im Splitscreen Tom Gröschel im Bild direkt vor ihm Malcolm Hicks ganz vorne weg noch Henry Manninen die letzte Splitscreen die wir von Simon Stützel bekommen haben aktuell auf Silberkurs was die deutsche Meisterschaft angeht er ist mittlerweile knapp zwei Minuten zurückgefallen zumindest war das bei Kilometer 35 der Fall ja sagen wir etwas mehr als eine Minute pardon eine Minute 20 also Simon Stützel zurück da geht auf jeden Fall die Lücke immer weiter auf aber ganz spannende Situation jetzt hier natürlich bei den Männern der Malcolm Hicks der drückt das sieht man der macht das Tempo richtig schnell vielleicht hat Tom jetzt ein kleines Déjà-vu im letzten Jahr bei den deutschen Meisterschaften da wurde ja auch von Sebastian Reinwand der hier gerade noch mitkommentiert hat auch aufgedreht und am Ende konnte er ihn dann tatsächlich noch einsammeln also Tom ist mir sicher ein Mann für die zweite Hälfte aber wie gesagt die Jungs sind alle auf Augenhöhe und eben auch der Russe mit seiner starken Bestzeit die haben da alle noch ganz gute Karten also bin mal gespannt ob die sich vielleicht gegenseitig zu einer noch besseren Zeit pushen können so und jetzt sehen wir dass tatsächlich dort es genauso gekommen ist wie du gesagt hast Ümy Kiras setzt sich jetzt vor den Tempomacher und vor Anahane also nimmt da den Schwung mit den sie da hatte und ja scheint nochmal richtig aufzudrehen jetzt hier am Ende sieht auf jeden Fall sehr sehr stark aus es geht jetzt für die Athleten und vor allem für die Männerspitze nach Unterbilk auch ein schöner Stadtteil Düsseldorf hat ja nur schöne Stadtteile weißt du ja Hendrik vielleicht noch ein Punkt den wir kurz abhandeln können aber nur damit wir es richtig einordnen es geht hier auch um Punkte für Tokio das Thema Normen Qualifikationszyklus Qualifikationsmechanismus ist ultra kompliziert also als Laie das in zwei Sätzen erklärt zu bekommen schon schwer aber du kannst es ja mal probieren nur damit wir einen Eindruck bekommen welche Bedeutung dieses Rennen heute hier auch hat ja es hat dann schon großen Wechsel gegeben damals da gab es eine ganz klare internationale Norm und eventuell hat dann der eigene Verband die nochmal ein bisschen hochgeschraubt und eigene Kriterien gemacht aber im Grunde war es dann immer klar wenn die Norm unterboten ist und man zu den besten drei im Land gehört dann ist man dabei das ist jetzt anders es gibt jetzt eine internationale Norm die sehr sehr scharf ist zwei Stunden elf dreißig wenn man die unterbietet dann ist es wie mit der alten Norm aber die ist natürlich extrem verschärft worden und dann gibt es eine zweite Möglichkeit für die Leute die jetzt die Norm nicht geschafft haben wird das Feld noch aufgefüllt mit einem Punktesystem das heißt bei bei bestimmten Wettkämpfen kann man Bonuspunkte sammeln man hat natürlich so eine Grund Punktzahl durch die Zeit in der man läuft sag ich mal jetzt Jan Wochner wir begleiten für euch die entscheidende Rennphase und wir sehen Manninen ist vorne weg aber dahinter diese ehemals fünfköpfige Gruppe ist jetzt komplett gesprengt Malcolm Hicks der Neuseeländer und Tom Gröschel übernehmen da ganz klar die Initiative ziehen vorne weg Tom sieht super aus absolut und da wurde gerade noch kommuniziert auch ganz interessant zwischen Malcolm Hicks und Tom Gröschel also die scheinen da absolut die Kontrolle in der Gruppe zu haben und diesen Russen mit einer 2.11 Bestzeit jetzt hier tatsächlich eine kleine Lücke zu verpassen das ist natürlich ein sehr sehr gutes Zeichen für die beiden also es sieht so aus als könnten die tatsächlich absetzen auch Theis News dahinter in Weiß hat nochmal eine größere Lücke also das sieht super aus und das ist genau der Schritt vom letzten Jahr das ist der Tom Gröschel der am Ende die Leute eingesammelt hat und dann zum Titel gestürmt ist das ist genau dieser Blick genau der Schritt also es ist immer noch locker also so locker wie man nach 2 Stunden 5 sein kann ich wollte es kurz sagen aber das sieht stark aus also muss ich eigentlich sagen ich bin mal gespannt ob die vielleicht dann tatsächlich noch an den Henry Manninen den jetzt glaube ich nicht so viele auf der Rechnung hatten nein überhaupt nicht ob die da nochmal ranlaufen können auf jeden Fall ist das jetzt eine Tempoerhöhung die auf jeden Fall signifikant ist der Sebastian kommt gerade zu uns rein und hat noch ein paar Infos für uns den Manninen gibt es gar nicht den Manninen gibt es gar nicht sagt er mir wurde jedenfalls mir wurde jedenfalls von der Strecke erzählt von Philipp Bar der dazu schaut dass er keinen Henry Manninen bisher gesehen hat und der vielleicht mit einer Stadtnummer im Auto sitzt oder so oder irgendein Chip mitläuft der vielleicht im Auto liegt das ist eine sehr interessante Info für uns denn wir haben den auch wir haben direkt am Start jemanden gesehen der vorne weg ist wussten aber danach haben wir natürlich auch nicht die ganze Zeit auf die Männerspitze schauen können seitdem dachten wir da muss irgendjemand nach vorne sein und in den Listen die uns hier reingereicht werden ist Henry Manninen der klingt auch ehrlich gesagt für mich eher wie ein langen also wie ein Skilangläufer mir war er persönlich mir war er persönlich kein Begriff und in keiner der Listen hier taucht er auf also wir gehen mal davon aus dass das dann hier die Spitze ist und das ganz vorne Malcolm Hicks aus Neuseeland der 18. der letztes Jahr in Berlin ins Ziel gekommen ist als 18. genau in 2016 28 also das ist seine persönliche Bestzeit das wird die Sache natürlich nochmal ganz ganz anders spannend machen wenn das jetzt tatsächlich einen Sprint finde ich gibt wir sehen da hinten auf dem Fahrrad den Coach sowohl von mir als auch vom Tom Grösche der natürlich dann auch nochmal hilft wenn man weiß das sind Leute in der Nähe die man kennt das gibt einem Vertrauen und das wird er jetzt brauchen also die sind absolut auf Augenhöhe und die liefern sich jetzt einen wahnsinnigen Fight also das ist unglaublich spannend vorbei an den Luxus Boutiquen auf der Königsallee auf der legendären Kö und die Rennentscheidung steht jetzt bevor wir sind auf den letzten Kilometern und wir freuen uns auf diese Entscheidung beim Metro Marathon 2019 und Malcolm Hicks wir haben jetzt hier ein paar Zwischenzeiten noch bekommen von den letzten Kilometern die geben jetzt nochmal richtig da geht es jetzt auf 306, 303 runter also die letzten drei Kilometer waren 306, 306, 303 und das ist natürlich ein unglaubliches Tempo da sprechen wir wirklich dann von Wahnsinnszeiten und deswegen könnte auch hier am Ende nochmal eine richtig tolle Zeit bei rumkommen unabhängig davon wer jetzt von den beiden gewinnt Wahnsinn Tja, Toms Freundin Julia wird natürlich jetzt auch die Daumen drücken die beiden haben einen Urlaub geplant bald geht es nach Griechenland auf eine Insel Kos aber daran wird er jetzt nicht denken denn jetzt heißt es Zähne aufeinander pressen beißen und nochmal jetzt auf den letzten Kilometern alles aus sich rausholen er macht das taktisch super clever der Titelverteidiger der deutsche Meister des Vorjahres jetzt groß im Bild Tom Gröschel zur Prognose vielleicht wir haben jetzt gerade noch eine Prognose bekommen wenn man die Zeiten hochrechnet dann sind wir bei 2.14.15 also niedrige 2.14.er Zeit und das wäre natürlich absolut genau das was er wollte und das wäre über eine Minute besser als Tom Gröschels persönliche Bestleistung aus Sicht von Malcolm Hicks der hat mit 2.16.28 noch ein größerer Sprung also die laufen hier gerade echt das Rennen ihrer Karriere bisher absolut und da merkt man auch dass wenn wir jetzt auf Tom schauen er dieses Mal verletzungsfrei durchgekommen ist bei Anna Hanna sieht es aktuell nicht mehr ganz so rund aus finde ich ja ich glaube dass die Türkin sie da eingeholt hat eventuell weil sie ein bisschen langsamer geworden ist sehr sehr wichtig eben dass jetzt noch ihr Tempomacher dabei ist der macht da wirklich einen tollen Job dreht sich um hat sie einen Blick dass die Lücke da auch nicht so groß wird immer wieder soll sich da ran saugen und das ist eben echt eine ganz ganz gute Situation für sie und da können viele Sekunden dann noch gerettet werden auch wenn ein gewisser Einbruch jetzt stattfindet so wir sitzen hier zu linken in diesem kleinen Kabuff direkt am Ziel 2 Stunden 9 und 50 Sekunden jetzt sind wir mittendrin jetzt sind wir mittendrin in der Entscheidung genau und jetzt sollten wir direkt wieder Ausgang Königsallee genau zu den beiden vorne bei den Männern schalten das sind Malcolm Hicks der Neuseeländer vorne ich kann natürlich nicht sagen nur in schwarz weil beide sind in schwarz unterwegs und dann Tom Gröschel der jetzt weiter hinten dran klebt hängt an Malcolm Hicks wenn sie jetzt so nah zusammenbleiben ob man dann von Sprintentscheidungen sprechen kann weil wir werden in unserer Gruppe immer in unserer Trainingsgruppe immer relativ aufgezogen weil wir so langsam sind im Sprinten Tom und ich als Marathonläufer haben wir noch schlechte Karten gegen den Mittelstreckler aber ich glaube nach dieser Belastung hat das mit dem Sprint nicht mehr zu tun da geht es wirklich nur darum wer kann noch irgendwie die letzten Kräfte in den Ring schmeißen nochmal was aus sich rauspressen genau aber jetzt wie gesagt wir sind jetzt auf den letzten Kilometer gleich oder sind schon vielleicht schon drauf je nachdem wie schnell die jetzt da rennen also das wird echt ein Gänsehautfinale absolut von hinten droht glaube ich keine Gefahr mehr der Russe Fedor Schuthoff den sieht man da hinten zwar noch mit Geld aber das ist schon eine große Lücke und ich glaube dass der mit Theis Neihus weiter um Platz 3 kämpft auch das werden wir im Glück haben es geht jetzt auf jeden Fall nochmal geradeaus hier runter in Richtung Rheinufer da werden sie gleich rechts abbiegen vorbei an den Trommlern und dann runter ans Rheinufer es ist noch ein bisschen das zieht sich auch wenn natürlich beide schon den Rhein förmlich riechen können aber das sind noch mehr als einige hundert Meter wir sehen ja an der Strecke immer die ganzen Fahrradfahrer und so die Strecke die ist auf Toms Seite das ist natürlich auch ein Vorteil den ich unterschätzen darf wenn die Leute wenn man weiß da steht noch einer von mir aber jetzt sind es ein paar Meter die Lücke ist da klar aber er hat eben auch er ist noch nicht geschlagen also die Lücke ist einfach zu klein und jetzt kommt er auch wieder ran es ist richtig spannend genau so haben wir uns das gewünscht die Entscheidung steht kurz bevor wir sind tatsächlich jetzt auch auf dem letzten Kilometer bei diesem Metro Marathon Düsseldorf hier links auf dem Fahrrad da sehen wir Jonas Bewerung auch ein Teil seiner Trainingsgruppe unserer Trainingsgruppe hinten rechts den Coach Stono Kirschbaum also an der Strecke da sind die Leute wie ich auf Toms Seite und das ich glaube das sollte man nicht unterschätzen das könnte am Ende dann tatsächlich noch das Quäntchen ausmachen wir sind sehr gespannt wohlgemerkt die beiden haben jetzt fast 42 Kilometer in den Beinen und jetzt geht es um alles oder nichts tatsächlich in 2 Stunden 12 haben wir jetzt so etwas wie einem Zielsprint also das ist schon höchst interessant höchst spannend also in weniger zwei Minuten erwarten wir sie auf jeden Fall hier unter anderem den wieder deutschen Meister Tom Gröschel das steht jetzt fest denn Malcolm Hicks kann schauen Sie ins Gesicht von Malcolm Hicks also der beißt unglaublich also beide beißen gleich also ich habe selten so ein Finale dass zwei Leute so auf Augenhöhe sind großartig genau was man auch im Auge haben ist was die beiden mit Sicherheit jetzt nicht haben dass es noch ein Zeitbonus für 2 Stunden 14 gibt also das Preisgeld und so das Spiel dann vielleicht hinterher auch eine Rolle und jetzt geht Tom tatsächlich vorbei Gröschel übernimmt die Führung auf dem tatsächlich letzten Kilometer und jetzt tut sich eine Lücke ihm zugunsten auf wir sehen das jetzt schlängelt es sich tatsächlich runter Richtung Rheinufer und dann geht es nur noch geradeaus und Gröschel zieht auf und davon er ist weg jetzt bald können wir ihn schon erblicken das sind bestimmt 10 Meter das reicht das reicht 2 Stunden 13 12 Sekunden haben wir jetzt und es sind die letzten 100 Meter es kann reichen für eine 2.13 das kann wirklich reichen er muss jetzt wissen er muss nach rechts weg er muss rechts das Ziel durchlaufen der Sieg ist klar der Sieg ist nämlich zu nehmen der Titel ist eh schon sicher und jetzt geht es um die Zeit 2.13 3.135 das schafft er das schafft er und das ist natürlich ein riesiger Meilenstein es ist nur eine 2.13 und da können wir gleich wie ich mal über die Olympianorm sprechen genau und jetzt sind es nur noch wenige Meter herzlichen Glückwunsch 2.13.46 was für eine Leistung unfassbar ich habe Gänsehaut ich auch das war alles was er sich erträumt hat und er hat es komplett umgesetzt da fährt unser Trainer durch mit einem breiten Grinsen im Gesicht vielleicht haben wir jetzt gleich noch ein weiter Sprint Finish um Platz 3 jetzt gibt es High Five genau Gröschel fällt eurem Coach in die Arme das ist schön den müssen wir gleich hier reinholen jetzt gibt es auch noch schon die Medaille Platz 3 Theis Nios Wahnsinn 2.14.15 ja und der Rüssel Federschutov mit 2.14.19 also das ist natürlich mehr als sich jeder hier oft hat also eine Frage bleibt Henrik wo ist Henry Manninen ja Henry Manninen ist hier das Phantom von Düsseldorf aber hallo ja da bitten wir um Entschuldigung da haben wir eben ja manchmal spielt die Technik nicht ganz mit ja aber du siehst das ja auf allen Bögen die wir hören war der in Führung ja so ist das das wahrscheinlich bin ich dann im Auto irgendwo naja wir haben es ja zeitig genug aufgelöst aber umso spannender war das Finale jetzt ist hier der 5.14.20 genau auch in 2.14.20 also das Breite in der Spitze Jason Alexander Suarez Burka Negra aus Kolumbien es gibt eine große Delegation rund um Südamerikaner die hier am Start sind und immer noch 2.15.0 also Wahnsinn Ihor Porosov der Ukrainer man muss dazu wissen die WM Norm für die Weltmeisterschaften in Doha die liegt bei 2.17 bei den Männern da sind mal hier heute einige drunter geblieben mal gucken was mit Simon Stützel ist das natürlich interessant hier kommt der nächste ins Ziel da konnte ich nicht auch noch auch noch 2.15.0 so wir werden gleich unser Augenmerk dann natürlich auch auf die Frauen richten jetzt warten wir erstmal auf Simon Stützel hier direkt auf Höhe der Ziellinie ist auch Thomas Geisel der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf unten seht ihr es im Splitscreen der dort rechts mit dem Fortuna Düsseldorf Schal und der Kappe artig applaudiert hier für den nächsten der ins Ziel kommt das ist Ronald Schroer der Niederländer wird er sich aufrollen auf den 2.15.57 noch gelaufen persönliche Bestleistung um 22 Sekunden verbessert also richtiger Messzeiten Regen ist das hier und das hat natürlich auch zu tun zum einen mit dem Streckenprofil was natürlich den Läufern entgegenkommt hier in Düsseldorf aber auch mit den äußeren Bedingungen die heute also es hat viel gepasst aber toll war natürlich dass sie so eine große Gruppe noch hatten so lange die noch zusammen waren dass man sich ja gegenseit putzen kann nicht alleine im Wind steht aber wir müssen noch einmal sagen also Tom Gröschel der ist eine Zeit unter 2.14 gelaufen der ist eine 2.13 Zeit gelaufen Wahnsinn und da können wir gleich echt mal drüber sprechen weil es ja noch Bonuspunkte gibt und das ist mit Sicherheit eine Zeit die ihn ins Olympia-Team katapultieren könnte könnte wir werden es sehen wir haben noch ein bisschen über diese Sachen sprechen wir später wir schauen jetzt erstmal auf die nächsten Zieleinläufe hier in Düsseldorf die 23 ist im Ziel wieder in Frank Futzeler auch 2.17 beim Debüt das ist das ist aller Ehren wert so und ich höre schon hinten Tom im Interview ich habe mir meinen Urlaub verdient aber hallo das hast du Junge so Simon Stützel wo bleibt der ich hoffe dass er noch dabei ist im Bild jetzt bei uns groß Anna Hanna wir halten euch auf dem Laufenden wenn wir hier Simon durchs Ziel kommen sehen ist auch ein herrliches Panorama hier am Rheinufer schöner geht es auch nicht der Metro Marathon in Düsseldorf das war gut damals als er 2016 auch hier über die Promenade lief das ist schon ein schönes Gefühl auch mit dem Blick hier über den Rhein auch wenn die wenigsten von den Läufern die wir sicher haben werden da ist man einfach nur froh das Ziel zu sehen aber das macht natürlich auch was her klar jetzt sind wir bei 2 schon 18 also ich hoffe wie sehr dass der Simon noch kommt so vielleicht ist das jetzt Simon Stützel schauen wir noch mal drauf ist natürlich schwer von oben zu erkennen jetzt gerade keine aber er fällt da sehr ins Hohlkreuz das könnte schon passen also vom Laufstil her ist er das da ist er ja also absolut Respekt 2 Stunden 18 also wird die 2 Stunden 19 brechen und das ist halt einfach nur Kampf also Wahnsinn dass er das durchzieht so da hat er wirklich eine Minute verloren auf der zweiten Hälfte und sieht natürlich auch sehr sehr gezeichnet dann aus und geht jetzt das seht ihr nicht hier direkt auf dem Boden fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus und liegt hier auf dem Rücken und kippt jetzt zur Seite weg Simon Stützel und das wie hast du es eben so schön gesagt der Beißer Respekt für diesen Kampf also wir haben ja gesehen wie er da wie ich im Hohlkreuz lag da kommt seine Freundin auch schon dass wir dem jetzt gut tun also der der wird da auch morgen noch was vermerken und auch in den nächsten Wochen noch er braucht er braucht tatsächlich ja er braucht tatsächlich auch jetzt medizinische Unterstützung also der ist bis an sein Maximum gegangen aber es spricht es spricht für ihn so ein Ding dann trotzdem zu finishen also ich sage mal ein Großteil der Leute wäre da rausgegangen und das ist eben auch dann man hat da vier Monate für trainiert so und jetzt haben wir Alexander Pohle im Gespräch mit dem Sieger mit Tom Groschel gut ja für uns Tom Wahnsinnsrennen das war unglaublich spannend erst eine große Gruppe dann hat sich das mehr und mehr ja zergliedert aber erzähl doch mal selbst was wie war dein Eindruck ja wir waren echt eine riesige Gruppe nachdem sich am Anfang die Entschuldigung die zwei Russen oder Osteuropäer ich weiß nicht genau wo wir hergekommen dazu entschlossen hatten dann doch nicht ganz so schnell anzulaufen wie sie anfänglich wollten waren wir dann ja noch eine größere Gruppe ich habe mich halt versucht da möglichst zurückzuhalten Henrik und Tobi haben da gut mitgehalten vorne immer mal einen schnellen mal einen langsamen Kilometer ich bin dann auch immer in der Gruppe ein bisschen hin und her aber ich habe mich darauf konzentriert wie schon letztes Jahr dass das Rennen halt auch auf dieser Seite des Rheins erst richtig losgeht und dann wurde die Gruppe kleiner und kleiner und dann ist Mittgu bei 30 raus und dann war ich erst vorne und dann wie gesagt hat der Neuseeländer ja ewig viel Arbeit geleistet dem bin ich echt dankbar weil alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht so durchgebracht aber ich hatte nicht die Kraft vorbeizugehen und aber auch nicht ja konnte aber auch nicht also bin halt immer dahinter gelieben auf dem vorletzten Kilometer habe ich fast eine Lücke reißen lassen dann haben die Leute mich angeschrien und gesagt Junge jetzt lauft da wieder ran und dann bin ich wieder ran und dann hatte ich wahrscheinlich den Vorteil zu wissen dass es hier dieses kleine Stückchen runter geht und dieses Stück habe ich halt einfach genutzt die Beine in die Hand genommen und gedacht okay fuck jetzt muss ich alles geben und dann hat es gereicht jetzt war es vielleicht nicht ganz so emotional wie im letzten Jahr aber da hast du auch im Interview gesagt Tom läuft du musst laufen 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 heute hast du das sicherlich auch so gedacht dann zum Schluss oder? ja genau also es war letzten Endes mich schon ein bisschen Revue passieren lassen meine Trainingsgruppe ist ja mit dem Rad kreuz und quer durch die Stadt gefahren und da wo das Rennen richtig losgeht wo die Gruppe immer kleiner wurde da haben sie uns da haben sie mich halt angeschrien und haben gesagt Junge ab hier hat letztes Jahr das Rennen für dich begonnen hier musst du jetzt richtig durchziehen und da habe ich mich wieder daran zurückerinnert und habe genau das getan jetzt hast du deinen deutschen Meistertitel verteidigt das heißt auch gerade im Hinblick auf Olympia war das eine wunderbare Leistung du hast deine Bestzeit um fast zwei Minuten verbessert also alles nach Plan gelaufen ja? ja definitiv also ich habe ja schon im Januar damit angefangen mich auf diesen Tag vorzubereiten ich war in Kenia dann kurz zu Hause dann vier Wochen in Amerika und es lief nicht immer gut und eine Marathonvorbereitung ist sehr 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 zäh und es ist halt wirklich so wenn man hier an dem Tag gesund dasteht und sich an den Start stellen kann und es wirklich loslaufen kann dann hat man die Meisterarbeit getan dann hat das Training das tut in Summe halt einfach viel 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 mehr weh und deshalb bin ich sehr sehr froh dass ich das heute auch wieder auf den Punkt auf den Tag halt so hinbringen konnte also ganz große Klasse herzlichen Glückwunsch nochmal jetzt erhol dich noch gut so jetzt ist es auch nicht mehr weit für die Damen der Schöpfung 2,23,30 gerade um das heißt ein paar Minütchen noch und dann kriegen wir auch die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft bei den Frauen und auch um den Gesamtsieg bei den letzten Splits war immer eine Dame weit vorne die Dame aus Sri Lanka Hiruni Kisara Viajaratne im Bild Anna Hanna immer noch mit Pacemaker wenn wir das richtig im Überblick haben ist sie aktuell Gesamt Vierte vorne dann also Viajaratne dahinter dann die Dame die höchstwahrscheinlich deutsche Meisterin wird Anna Scher mal gucken war jetzt länger nicht mehr im Bild aber hatte schon eine deutliche Lücke eben gehabt auf Anna Hanna und deswegen gehen wir davon aus dass sie die halten wird sie hat natürlich auch schon sehr sehr viel Marathonerfahrung mitgebracht und ist tatsächlich das muss man nochmal sagen vor drei Wochen ein 2,32er gelaufen war danach erkältet ist bei diesem 2,32 Marathon zwischenzeitlich nach 25 Metern mit weichen Knie in die Knie gegangen hat die Erkältung dann auskuriert die sich danach ihren Weg Bahn gebrochen hat und läuft heute hier zum deutschen Meistertitel weil sie sich gestern für 100 Euro nachgemeldet hat und dann gesagt hat Och wer weiß wann ich diese Chance mal bekomme deutsche Meisterin zu werden heute kann und wird es vermutlich soweit sein ja kurz die Info noch im klassischen Sinne aber lass uns erstmal wir haben jetzt 2,26 um jetzt kommt die Entscheidung bei den Frauen und dann sprechen wir genau über solche Themen wir haben ja noch ein bisschen Livestream und ein bisschen Zeit hier solche Themen in Augenschein zu nehmen wir sind beim Berliner Imbiss auf der Graf-Adolf-Straße gerade vorbei jetzt gleich bei euch im Bild noch seht ihr den Zielbereich unten am Rheinufer und jetzt bekommen wir hoffentlich noch mal Live-Bilder von der Strecke ich rufe mal rüber in die Regie na also da unten zumindest im Splitscreen für eine Sekunde zu sehen gewesen wir stricken dran also wir lassen das Motorrad gerade vordüsen zur Scherl zur Spitze der Damen und vielleicht kriegen wir noch einen Eindruck davon wie groß der Abstand ist zwischen Platz 1 und 2 das hat ja jetzt auch noch mal spannend ja da unten rechts sehen wir das Motorrad vordüsen na jetzt haben wir eine Zwischenzeit gerade reinbekommen wunderbar 2,40 km Anja Scherl 2,25,01 von da sind es noch 2,2 km ja deswegen deutet auf eine ähnliche Zeit wie in Hannover 2,32 prognostitierte Endzeit um den Dreh deswegen also in den nächsten 4,5 Minuten erwarten wir auf jeden Fall dann das Finish der Frauen der deutschen Frauen vorne ist ja eben noch die die Dame mit dem langen Namen die heute auch einen sehr starken Tag zu haben scheinen in der Bestzeit von 2,36, 3,35 stehen und wird dann mit Sicherheit einige Minuten von dieser Bestzeit abknabbern können sind gespannt wann sie gleich reinkommen wird und von Anna Hannas Zwillingsschwester Lisa habe ich gerade auch noch mal die Bestätigung bekommen dass Anna also auch einen deutlichen Rückstand weiterhin hat aber das haben wir ja auch aus unseren Bildern erkennen können Tobias Sturm aus Berlin gerade ins Ziel gekommen der 29-Jährige der 29-Jährige kommen wir halt auch hier für eine Zeit von 102 Stunden 30 so und dahinten ist sie wenn ich mich spinne ne ich dachte dahinter wäre die erste Frau zu sehen aber so schnell ist sie dann noch nicht also wir erwarten auf jeden Fall als allererste Frau weiterhin Hiruni Kisara Villajaradne die hat eine persönliche Bestzeit von 2,36, 3,35 die wird sie auf jeden Fall pulverisieren ist in diesem Jahr den Houston Halbmarathon in 1,14,28 gelaufen und heute die erste Hälfte in 1,15,50 angegangen der ist ein sehr, sehr mutiges Tempo wenn man die besser gelaufen ist aber ja die Frage ist wie hat sie es auf der zweiten Hälfte verpacken können weil die KML 30 da hat sie eben noch einen deutlichen Vorsprung von 45 Sekunden gehabt auf Anja Scherl so und jetzt so langsam können wir uns einstimmen eben auf die deutsche Spitze 2 Stunden 31 haben wir gleich durch dann wird die Anja jeden Moment auf die lange Zielgerade biegen Teilnehmerrekord heute beim Metro Marathon in Düsseldorf 2019 20.000 Teilnehmer insgesamt der Halbmarathon der heute Morgen schon über die Bühne gegangen ist ausgebucht mit 4.000 Teilnehmern wow und 3.500 Marathonläuferinnen und Läufer auf der Strecke jetzt gibt es die Entscheidung bei den Frauen wir haben unsere Motorradcam hinten da kommt das Führungsfahrzeug der Damen wie ich jetzt auf die Zielgerade also jetzt geht es los wir sind bei 2.32 in wenigen Sekunden und jetzt kommt sie tatsächlich auch wir sind ein bisschen gespannt weil wir uns die Bilder in den vergangenen Minuten natürlich ein wenig gefehlt haben ja sie hat die Führung offenbar gehalten vor Anja Scherl Damen aus Sri Lanka oder da ist Anja Scherl nein Anja Scherl hat es tatsächlich überholt Wahnsinn Wahnsinn 32, 53 und sie geht hier auf die Knie direkt vor uns ich hoffe wir kriegen das nochmal im Bild sie liegt jetzt hier direkt vor uns auf den Knien jetzt setzt sie sich auf den Hintern und bekommt die Medaille umgehängt und fällt Rechtsdirektorin Sonja Oberim in die Arme und sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen noch einmal gestern nachgemeldet und heute Siegerin das ist eine Geschichte das innerhalb dieses kurzen Zeitraums und deutsche Meisterin perfekter Tag ja jetzt frage ich mich natürlich wo ist Hiruni Kisara via Jaradne ich meine sie da gerade gesehen haben deswegen bin ich überrascht aber schien sie dann doch immer an der Scherl gewesen sein die vorne war und dann hatten wir mit der Prognose eben doch recht dass dann vielleicht das Angangstempo ein bisschen zu hoch war ja das kann durchaus sein jetzt kommt sie aber nicht vergessen das ist trotzdem noch eine großartige Bestzeit zwei Stunden 36,35 zum Vergleich zweieinhalb Minuten verbessert und jetzt ist sie im Ziel und das obwohl sie dann wie ich auf der zweiten Hälfte mal deutlich verloren hat an Boden also Wut für ihren Mut dann aber gut am Strich doch belohnt also wirklich sehr sehr spannendes Ding schade dass wir jetzt nicht ein Bild hatten wie Anja Scherl da vorbeiging in dieser Situation ne leider nicht haben wir nicht ein Bild aber aber klasse also sprich wenn wir sie gleich natürlich auch noch mal im Interview fragen aber jetzt nochmal ganz also Anja Scherl das ist das ist schon eine tolle Geschichte und jetzt kommt Anna Hanna die wird sich gleich Silber abholen hier geht jetzt runter jetzt biegt sie noch einmal leicht rechts ab und dann ist sie auch am Rheinufer und dann sind es wenige hundert Meter und bei ihr muss man ja nochmal sagen hat einen neuen Trainer Dan Lorang und das ist kein Künstlername der heißt wirklich so Dan Lorang ja jetzt bei 2 Stunden 35 und 10 Sekunden Dan Lorang ist ein Trainer der vor allem auch beim Profi-Radsport-Team jetzt haben wir mehr als nur mehr als nur prominenten Besuch ja Tom Gröschel ist da der ziehenden deutschen Meister Tom Gröschel hier bei uns im Studio Tom möchtest du mal möchtest du mal bei uns ans Mikrofon ja hallo an die Leute da draußen also nach 2 Stunden 13 wir nehmen aber kurz noch den Zielanlauf von Anna Hanna mit die kommt nämlich jetzt jede Sekunde und dann haben wir auch die Silbermedaillengewinnerin bei den Damen da sind die letzten Meter wird knapp über 2 Stunden 36 liegen jetzt sind wir bei 2 Stunden 36 da ist sie die letzten Meter mit dem Lächeln im Gesicht im Ziel und freut sich zu Recht auch über Silber nach so einem langen Leidensweg sehr gut sie hat einen mit Dan Lorang einen 10-Jahres-Plan auferlegt und das soll der Beginn mehr oder weniger zumindest über die Marathon-Distanz heute hier in Düsseldorf gewesen sein dort wo alles begonnen hat vor sieben Jahren jetzt aber Ehre wem Ehre gebührt Tom Gröschel ist bei uns hier in der Kommentatorenkabine Tom eine 2.13er Zeit jetzt mal ganz ehrlich du wolltest schneller als deine persönliche Bestzeit laufen aber eine 2.13er Zeit hallo? ja ich bin wirklich auch selbst überrascht ich hätte auch ja also der Plan war eine Minute schneller anlaufen und dann dasselbe letzten Endes wie letztes Jahr drauf ich habe noch nicht zurückgerechnet aber die 2. Hälfte war auf jeden Fall auch sehr schnell und nochmal ein Dank an Hendrik natürlich auch der uns die 1. Hälfte sehr gut betreut hat und dafür gesorgt hat dass wir alle diszipliniert erstmal anlaufen und bis 30 hatten wir dann Pacer und dann muss ich ehrlich sagen habe ich mich viel verstecken können hinter dem Neuseeländer der hat echt viel Arbeit geleistet dem bin ich echt zu sehr großem Dank verpflichtet aber ja die Home Crowd die hat mich dann halt einfach auf den letzten Meter nochmal fliegen lassen und das war dann wirklich mein Heimvorteil zu wissen dass es diesen kleinen Abhang diesen kleinen Schuss nochmal runter geht hier auf die direkt ans Wasser und die habe ich einfach genutzt und gedacht okay jetzt all in Beine in die Hand und wie im letzten Jahr nochmal spurten was das Zeug hält war das ein Ziel Sprint oder was war das wir haben ein bisschen diskutiert ob es ein Ziel Sprint war oder eine Tempo Verschärfung oder wie man das dann genau wir haben gedacht wir werden immer sehr geärgert wohl es in der Trainingsgruppe dass wir so langsam sind im Sprint Sprint kann man es nicht mehr nennen aber es war dann wer mehr Willen hat ganz kurz wir unterbrechen kurz wir haben nämlich Wahnsinns Rennen vor allem man hatte dich ja gar nicht auf der Startliste richtig erkannt unter den Elitefrauen wie kam das ja ich muss sagen ich habe mich nach dem Hannover Marathon eigentlich erstaunlich gut gefühlt und ich bin noch nie deutsche Meisterin geworden und das war für mich ja ein großer Traum und ich habe mir gedacht ich muss es probieren ich wusste dass das Risiko groß ist weil der Abstand natürlich sehr knapp ist und ich natürlich auch ganz stark mit der Anna natürlich gerechnet habe und deswegen ist für mich heute ein Traum in Erfüllung gegangen dass ich heute den deutschen Meistertitel gewonnen habe Super auch Gratulation nochmal ganz ganz herzlich dafür wann kam ist die Entscheidung gefallen hier doch noch an den Start zu gehen ja also ich sage mal im Laufe letzten Woche habe ich halt wie ich wieder so ein bisschen mit dem Laufen wieder angefangen habe das Gefühl gehabt mir geht es den erstaunlich gut den Beinen und ja da haben wir dann angefangen darüber nachzudenken aber wir haben uns jetzt gestern nachgemeldet also wir haben uns lange damit beschäftigt und haben es uns lang offen gelassen um halt ja dass ich mich auch wirklich gut fühle und mit einem guten Gefühl rangehen kann und deswegen war es so kurzfristig die Entscheidung und was sagst du noch zwei drei Worte zum Rennen also auch sehr taktisch gewesen am Anfang konntest du dich gut in der Gruppe verstecken und dann nach hinten raus natürlich das selbst in die Hand nehmen ja ja also es hat sich dann irgendwann bei uns in der Gruppe gezeigt dass die zwei Läufer aus Passau ja sie abgesetzt haben und da dachte ich mir vielleicht kann ich da ein bisschen dranbleiben und bin dann mitgelaufen und ja und da habe ich gesagt ich muss dann einfach mal gucken und weiterlaufen und dann ist der Abstand da vorne kleiner geworden und ja die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen dann habe ich natürlich nochmal alles gegeben hinten raus also ganz ganz tolles finde ich eine Frage noch hat es auch schon die Olympia-Quali schon da eine Rolle gespielt gerade mit dem neuen Punktesystem und so weiter ne eigentlich gar nicht also ich bin heute wirklich allein mit dem Ziel hierher gekommen die Chance zu nutzen auf dem deutschen Meistertitel also das hat die absolute Priorität gehabt und alles andere war hat mich eigentlich interessiert heute also dann genießt den Augenblick nochmal herzlichen Glückwunsch der ersten deutschen Meisterin 2019 im Marathon und ja genießt auch hier die Zeit in Düsseldorf ja vielen Dank so dann machen wir glaube ich das Damenpodium komplett wenn wir es richtig hier gesehen haben auch an uns vorbeigeflogen hier über die Ziellinie Isabel Leibfried wir sehen uns sicher als dritte im Ziel Bronze für sie damit haben wir das Podium Scherl Gold Silber für Anna Harner und Henrik Pfeiffer ist weiter bei mir hast du auch gesehen Isabel Leibfried ist als dritte ins Ziel gekommen oder? ihr schaut weiter den Livestream Metro Marathon 2019 wir sind noch ein paar Stunden für euch auf Sendung eine deutliche Bestzeit für Isabel Leibfried Düsseldorf ein schnelles Pflaster heute das steht außer Frage also ich glaube so viele zufriedene Gesichter wie heute im Hotel werden wir selten wiedersehen bei ihnen in der Laufbahn fast jeder hat sein Ziel erreicht und das teilweise auch mehr als deutlich ja auf der Strecke sind natürlich noch hunderte Marathonläufer und Marathonläuferinnen darunter auch die diversen Staffeln die am Start sind die auch gleich dann hier nach und nach ins Ziel kommen werden für euch vielleicht zur Orientierung im Bild rechts läuft die Staffelzeit links die klassische Marathonzeit sind ja diverse Firmenstaffeln auch mit am Start also da ist jede Menge los hier in Düsseldorf wir können es immer nur wiederholen die Metro als Haupt- und Namenssponsor hat ihr Engagement um zwei Jahre verlängert das gibt dieser Veranstaltung auch Möglichkeit natürlich die nächsten Jahre zu planen Sicherheit zu haben und für eine qualitativ gute Aufstellung und ein gutes Teilnehmerfeld zu sorgen Hendrik Pfeiffer ist weiter bei mir heute als Pacemaker für Tom Gröschel im Einsatz gewesen und ich kann sagen bei 2013 darf man durchaus davon sprechen Mission Accomplished vielleicht dein Eindruck wie hast du Tom erlebt hat er das schon gecheckt was der heute hier geleistet hat er ist jetzt auch kein Neuling mehr das war sein dritter Marathon aber dritter das hat auch immer schon sehr gut funktioniert erst mal die Quali dann für die EM hier in Düsseldorf gelaufen deutscher Meister geworden dann bei der EM super stark bei dem Wetter auch nach 2015 gelaufen bei der Hitze in Berlin und dann jetzt heute den nächsten Schritt gemacht das ist eine Bilderbuch Marathon Karriere die er bisher hinlegt und wir haben gerade schon ein bisschen jetzt off the record gesprochen da ist halt nicht nur einmal das Wort Olympia gefallen also ich sag mal das ist eine Zeit die jetzt ohne diese Bonuspunkte eventuell nicht reichen würde aber wir haben hier deutsche Meisterschaften und es gibt eben dieses neue Qualifikationssystem und da gibt es für den DM-Titel 45 Punkte und das macht über zwei Minuten effektiv aus sodass eben jetzt diese Zeit von 2.13 mit Sicherheit im Bereich von 2.11 liegen wird und plus die Europameisterschaft die ja auch stehen hat schon hat er eben da sehr sehr gute Karten jetzt auch in das Olympia-Team tatsächlich rein zu rutschen und das hat er natürlich auch im Hinterkopf das ist natürlich dann heute nochmal ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg dahin gewesen Wie sieht denn dein weiterer Weg aus? Wir haben eben ein Video-Einspieler auch schon gehabt im Laufe der Übertragung wo wir deinen Leidensweg ein wenig ich meine von außen kann man das immer nur in groben Zügen nachvollziehen können richtig nachempfinden kann man das nicht wenn man nicht in deiner Haut steckt wie ist dein Plan nach all den Rückschlägen die du zu verkraften hattest jetzt wo du auf mich auch wie neu gesettelt und neu aufgestellt wirkst? das täuscht doch nicht also ich bin wirklich sehr glücklich mit der Situation wie es jetzt wieder ist ich hatte ja schon jetzt mehrfach die Situation da ich sage wenn es jetzt nicht rund läuft die OP oder auch das was jetzt gemacht wurde dass dann die Karriere halt auf dem Spiel steht überhaupt dass ich nochmal weitermachen kann und das scheint sich jetzt gelöst zu haben das Problem ich bin jetzt wirklich schmerzfrei habe diese ganzen Operationen gut überstanden habe jetzt im medizinischen Bereich mich super professionell aufgestellt habe da auch Partner die mich unterstützen die mir die Schuhe präparieren damit dieser Druck auf die Ferse wo ich ja immer Probleme hatte dass der genommen wird neue Einlagen alles mögliche also ich habe da wirklich sehr viel investiert an Zeit und auch an finanziellen Mitteln und ich glaube das zahlt sich jetzt eben aus ich habe jetzt in der Zeit der langen Verletzung ich wurde im Juni operiert und habe jetzt im Februar jetzt wieder angefangen zu trainieren sehr sehr viel in der Uni gemacht habe da nicht alles fertig aber so weit fertig dass ich bis nach Olympia Ruhe habe das ist eben ganz entscheidend dass man sich professioneller aufstellt dass man eben die Zeit hat nicht nach dem Training irgendwo direkt ins Büro zu fahren oder sich hinzusetzen zu arbeiten sondern dass man sich einfach mal die Zeit nehmen kann den man braucht für die Regeneration und das hat mir in den letzten Jahren gefehlt und da stehe ich jetzt ganz anders da und deswegen glaube ich gerne wenn du sagst ich wirke jetzt ein bisschen gesettelter und auch mehr in mir wohnt weil es einfach auch so ist also ich habe jetzt eben mich professionell aufgestimmt und hoffe eben dass es jetzt nochmal so weiter geht ähnlich wie Tom habe ich ja bisher auch nur nur positive Erfahrungen im Marathon gemacht ich habe zwei Stück durchgebracht also zweimal gestartet zweimal durchgebracht zweimal eine Quali geschafft für eine große Meisterschaft hatte dann natürlich eben das Pech dass ich dann diese Meisterschaften verpasst habe ist natürlich sehr bitter und tat mir auch unglaublich weh aber über sowas bin ich hier weg also das Schöne ist ich habe mir selber schon gezeigt dass es geht und deswegen bin ich auch optimistisch dass ich jetzt eventuell auch den Sprung schaffe nach Tokio im besten Fall sitze ich dann gemeinsam mit Tom da im Flieger das wäre natürlich ein Traum wenn unsere Trainingsgruppe da gemeinsam da vereint hinfliegt vielleicht noch mit den anderen Jungs wir haben starken Mittelstrecken mit Maris Probst und da sind ja eben auch sehr stark aufgestellt Amal und Petrus über 10.000 Meter wenn wir es alle schaffen da gemeinsam hinzufahren da wäre schon so ein Traum und das ist was was uns jeden Tag dann eben antreibt und ja eigentlich hat sich in jeder Hinsicht alles zum Positiven gedreht wir haben jetzt diese starke Gruppe überanscheiden wir haben oder ich habe das professionelle Umfeld ich habe einfach mehr Ruhe jetzt mehr Zeit um mich auf den Sport zu konzentrieren und ich glaube dass das unter dem Strich dann vielleicht das Quäntchen ausmacht dass man dann nicht nur die Quali schafft dann auch hinterher fährt und dann diese Verletzungsfreiheit einfach hat das ist ganz entscheidend sagt Hendrik Pfeiffer der heute uns auch hier in der Moderatorenkabine als Experte unterstützt Hendrik wir haben eben da gesehen beziehungsweise wir hatten es nicht im Bild aber wir haben es gesehen wie Simon Stützel hier medizinische Unterstützung brauchte weil er wirklich ja an sein Maximum gegangen ist vielleicht sogar ein Ticken darüber hinaus wir haben in dem Zusammenhang über Anstrengung gesprochen bei Marathonläufen gerade auch für Hobby und Amateurläufer worauf muss man achten und wann sollte man zu sich selber auch vielleicht sagen okay da ist eine Grenze und die muss ich auch irgendwo respektieren es ist ja wirklich so dass fast bei jeder Großveranstaltung einem vor Augen geführt wird dass das eben eine extrem hohe Anstrengung ist also man hat ja immer diese Bilder dass Leute im Ziel zusammenklappen oder es einem sehr sehr schlecht geht und das ist eben das Entscheidende man muss den Marathon ernst nehmen man muss diese Belastung die man da ausgesetzt ist ernst nehmen und sollte da wirklich nicht unvorbereitet in so einen Wettkampf reingehen gerade an Tagen wo es dann auch noch warm ist dass man da einfach auch mit einem klaren Matchplan in das Rennen reingeht und sich nicht selber überschätzt weil gerade am Start wenn dann eine ganz laute Musik tausend Leute stehen da alle rennen direkt los dass man sich da nicht mitreißen lässt sondern sich realistisch selber einschätzt also gerade für den Marathon da muss man eigentlich schon wenn man sich bei null anfängt mindestens ein Jahr Zeit wirklich investieren dass man da fit wird wenn man schon irgendwie regelmäßig trainiert dann vielleicht nicht ganz so lange aber man sollte da wie ich schon in der Lage sein sehr sehr lange Läufe auch im Training schon mal absolviert zu haben weil ansonsten man eben bei so einem Event große Probleme kriegen kann gerade auf der zweiten Hälfte und das gilt nicht nur für Freizeitleute wie ich schon gesagt habe eben auch für uns sag ich mal auf dem Top-Niveau oder auf dem leistenssportlichen Niveau wenn man da einen Fehler macht und am Anfang zu schnell losrennt dann rächt sich das gnadenlos und selbst wenn man keinen Fehler macht kann immer so viel passieren also Marathon ist wie ich eine Herausforderung die man ernst nehmen muss aber das macht gleichzeitig natürlich auch den Reiz aus also bestes Beispiel ist Jan Fitschen auch ein ehemaliger Trainingspartner von mir über 10.000 Meter Europameister der wird halt weniger auf seinen 10.000 Meter Ding angesprochen als auf seinen ersten Marathon weil die Leute natürlich immer sagen ah Marathon dem will ich unbedingt mal gelaufen sein und das ist eben dann das gewinnt dann schnell an so eine Eigendynamik jeder will das mal machen und dann stellt man sich vielleicht einfach mal unvorbereitet dahin und weil man sagen möchte ich möchte das einmal in meinem Leben gemacht haben und da rate ich dann doch sehr zur Vorsicht da muss man sich dann wie ich gut vorbereiten genau wissen worauf man sich einlässt und am besten einfach auch mit Leuten reden die sich schon auskennen im Bereich und dann ist es ein tolles Erlebnis also wenn man es hier wie ich im Ziel ist wie jetzt auch die ganzen Läufte jetzt reinkommen oder auch in den nächsten Stunden noch reinkommen werden das vergisst man im Leben nicht mehr wie sehr hilft Neuanfängern oder Leuten die noch nicht so lange dabei sind vielleicht auch so ein Soft-Einstieg über einen Halbmarathon würde ich auch sehr empfehlen also ich sage mal gerade jetzt auch die Leute die jetzt hier auf dem absoluten Spitzenniveau Marathon laufen die haben auch nicht angefangen mit dem Marathon die kamen dann im Alter als Jugendlicher über welche Bahnwettkämpfe 3000 Meter 1500 Meter sowas bei mir auch irgendwann läuft man dann seine erste Straßenlauf über 5 Kilometer dann macht man 10 Kilometer Lauf einen Halbmarathon man baut das langsam auf also ich würde nicht empfehlen dass man direkt mit so einem riesen Ding wie Marathon reinsteigt weil man einfach sich selber seinen eigenen Körper kennenlernen muss und dann eben auch schon viel besser weiß warum man sich einlässt ein Halbmarathon ist eben auch schon was Hartes was Anstrengendes aber es erfordert eben nicht ganz so viel Vorbereitung man muss da nicht wie ich ein Jahr Vorbereitung reinstecken sondern vielleicht dann mehrere Monate wenn man jetzt wie ich anfängt bei Null aber man kann nicht ohne Grund sage ich mal einen Marathon vielleicht nur alle 3-4 Monate außer man es an der Schere dann kann man es vielleicht doch aber eigentlich sollte man in der Regel nicht mehr als 3 Marathons im Jahr laufen weil es eben eine wahnsinnige Belastung ist ja aber du hast sie angesprochen Anja Scherl das ist eigentlich die Geschichte heute dieses Vormittags in Düsseldorf sie ist die neue deutsche Meisterin im Marathon hat sich gestern erst nachgemeldet hat sich ich habe es schon mal im Laufe der Übertragung erzählt hat sich ein Bett ein Breakfast in Hauptbahnhof auf Nähe organisiert weil alles schnell gehen wusste und sie eben erst gestern die Entscheidung getroffen hat jo ich mach das wirklich drei Wochen nachdem sie bei einem Marathon ja bei Kilometer 25 weiche Knie bekam die Vorboten eine Erkältung dann hat sie die Erkältung auskuriert ist heute angetreten mit der Chance auf die deutsche Meisterschaft sie hat die Chance beim Schropfe gepackt und darf sich jetzt tatsächlich deutsche Meisterin über 42,195 Kilometer nennen wir haben nochmal einen Videoeinspieler für euch ja gleich am Start kriegt gerade nochmal den Blick aus der Regie ja braucht noch ein Minütchen Ladezeit also das vielleicht dann nochmal um das komplett zu machen das Podest bei den Frauen Scherl Gold Silber für Anna Hanna die heute auch mit einer Medaille nach Hause geht genauso wie Isabel Leibfried die sich Bronze sichert hier in Düsseldorf wo sie ihre persönliche Bestzeit die sie auch hier in Düsseldorf letztes Jahr aufgestellt hat nochmal unterboten hat und bei den Männern der alles überragende Tom Gröschel mit einer 2,13er Zeit heute Wahnsinn hat seine eigene Zeit nochmal pulverisiert um knapp zwei Minuten also das ist echt ein Hammer und er gewann wen haben wir denn auf den Plätzen bei den Männern auf der Zeit muss der immer noch Simon Stützel sein Simon Stützel zweiter genau ich glaube man reicht von 2,18 sein und den dritten reichen wir euch nach wenn wir hier gleich die Listen reingereicht bekommen das dauert erfahrungsgemäß immer ein bisschen weil das auch nochmal alles auf Wahrheitsgehalt überprüft wird auf jeden Fall hat Gröschel gewonnen knapp vor dem Neuseeländer Malcolm Hicks das war wirklich ein Herzschlag Finale wir sehen den Oberbürgermeister von Düsseldorf wir sehen Thomas Geisel und jetzt haben wir den Zuspieler für euch wir schauen nochmal zurück auf das letzte Jahr auf die EM 2018 über den Abschied von Sebastian Rheinwand sehen wir ein paar Impressionen und wie sich der Blick jetzt langsam Richtung Olympia in Tokio richtet zum Parazoni in Berlin gibt allen Parazonis die jetzt hier einlaufen und die in wenigen Minuten gestartet werden schon ein riesigen ein gigantischer Applaus mit der Ausgabe der Philipp hat versucht vorne sein Bestes zu geben und mitzugehen und dann ging halt langsam vorne die Post ab und da hat es ihm vielleicht dann doch irgendwann den Checker gezogen ich glaube bei 36 habe ich gehört dass er raus ist zusammen mit Philipp Ahr und Jonas Koller haben wir glaube die perfekte Team-Tacke gehabt die haben uns immer abgewechselt sind sehr 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 langsam angelaufen ich bin aber zum Beispiel auf die Sekunde zwei gleiche Hälften gerannt ich bin ein bisschen neidisch ich wäre auch ganz gern hier auf der Strecke unterwegs aber genauso muss es sein hier haben wir die Top Ten vom männlichen Marathon haben wir uns noch mal vor Augen geführt das war wie schon ein tolles Niveau da oben also alle im Bereich von drei Minuten bis Platz 9 Simon Stützel auch noch mit 2,18 trotz dieser sag ich mal medizinischen Ausfall Notfall-Situation also hat er sich da immer noch mit einer echt guten Zeit in Ziel gequält und ja wir sehen hier Tom Röschel in diesem Herzschlagfinale gegen Malcolm Hicks aus Neuseeland hat sich da durchgesetzt und ist natürlich jetzt in neue Dimensionen vorgedrungen von 2,15 aus 2,13 das ist wirklich so der nächste große Schritt den er jetzt gemacht hat und wie eben schon mal erwähnt das könnte eben dann für Olympia schon eine Zeit sein die ihn da ins Team bringt mit dem Bonus als deutscher Meister wo es dann nochmal einen kleinen Zeitbonus für gibt und dann haben wir auf Platz 3 eben Thais Nius freut mich persönlich auch sehr und habe heute Morgen noch mit ihm gesprochen der halt ist für ihn ähnlich wie bei Tom Röschel auch der nächste wie ich große Schritt von 2,19 auf 2,14 hat er wie ich ziemlich viel investiert im Vorfeld auch hat sich gut vorbereitet das ist echt ein Quantensprung wurde absolut belohnt auch Fedor Schuthoff ich glaube auch obwohl er da vielleicht das Favorit ins Rennen gegangen ist mit der 2,11 Bestzeit wird er da nicht unzufrieden sein weil er jetzt in den letzten Jahren da auch nicht mehr rankommen in die 2,11er Zeiten und jetzt eine 2,14 das bringt ihn da wieder zurück ein bisschen zur alter Stärke also wie das ich glaube da werden heute echt viele zufriedene Gesichter sein auch hier Boca Negra mit 2,14,48 auch eine tolle Bestzeit für ihn 2,15 Ivo Porosov auch eine Bestzeit also das ist schon ja wirklich ein tolles Ergebnis aber natürlich aus deutscher Sicht das Schönste absolut Tom Gröschel nicht Gröschel klein Tippfehler drin deswegen habe ich es noch mal so ganz langsam wieder so und jetzt haben wir auch die Ergebnisse tatsächlich komplett was die deutschen Meisterschaften angeht also wir fangen ausnahmsweise mal bei den Männern an Tom Gröschel holt Gold vor Simon Stützel und Bronze geht an Tobias Schreindl aus Passau mit einer 2,21,51 und dann eine etwas größere Lücke zu Joachim Kraut aus Sindelfingen 2,24,52 Tim Niklas Schrippel Enrico Dietrich Hannes Hänel Jan Knutzen Janik Ernst und Tobias Singer folgen in den Top Ten bei den Frauen Anja Scherl ja sie hat es tatsächlich gemacht 2,32,55 vor Anna Harner und Isabel Leibfried Vierte Sandra Morschener vor Miriam Zirk Nicole Möbus Monika Heiß Lea Düppe Elvira Flurschitz und Sandra Beutz das die Top Ten bei den Frauen Der 17. Metro Marathon in Düsseldorf mit der Deutschen Meisterschaft im Marathon 20.000 Teilnehmer Teilnehmerrekord 3.200 ehrenamtlich helfende Hände am Streckenrand Ohne die wird es nicht gehen und die waren heute Morgen schon ganz früh auf dem Bein als ich mit dem Rad hier durch Düsseldorf hier zum Ziel hingefahren bin hat man schon viele helfende Hände gesehen die da unterwegs waren die da die Arbeit am Streckenrand auf der Strecke und an den Verpflegungsständen mit einem Lächeln im Gesicht gemacht haben Das sind schon immer beeindruckende Zahlen wenn man da guckt was für einen Aufwand so ein Großveranstaltender bedeutet 400.000 Zuschauer aber wir haben hier so ein Factsheet also ich kann ja mal ein kleines Quiz machen mit dir lieber Hendrik wie viele Sicherheitsnadeln würdest du sagen sind heute hier na gut da würde ich die Teilnehmerzahl mal vier rechnen und dann noch ein paar als Reserve Ja richtig 90.700 wer macht denn solche Listen 12.500 Stück Laugengebäck 12 Kilometer Zäune also das ist allein dieser logistische Aufwand diese ganzen Sachen überall hinzubringen das ist schon da muss man schon mehrere Monate im Vorfeld planen 10.000 Stück Streuselkuchen und kein einziger in der Moderationskabine das ist der eigentliche Skandal hier heute das kann ich so unterschreiben Ja was haben wir noch Ich blicke gerade hier aus der Kabine raus also ich Christoph Kopp den Renndirektor im Bereich der Eliteathleten der dann sich kümmert um die um die Spitzenathleten die verpflichtet steht da mit Anja Scherl vielleicht kriegen wir den guten Christoph auch mal kurz hier rein ich gehe mal schnell draußen da kann man mal seine Eindrücke schildern aber er wirkt auch sehr sehr zufrieden Anja Scherl da umarmt breites Grinsen im Gesicht also da hat viel funktioniert heute und jetzt gerade die magische 3-Stunden-Marke durchgelaufen viele Athleten haben sich halt genau darauf hingefiebert das zu unterbieten gerade jetzt im ambitionierten Freizeitsportbereich das ist immer so eine der magischen Marken die man unbedingt in seinem Leben mal geschafft haben will und da hatten wir auch relativ viele heute von es hat nicht geregelt es hat nicht geregelt es hat nicht aber hier sehen wir man muss sich echt gut selber einschätzen können gerade viele werden hier im Ziel eben auch medizinisch noch behandelt so und jetzt ist er bei uns so und jetzt ist er bei uns der sportliche Leiter der Rennleiter Christoph Kopp Christoph vielleicht kannst du mal wir müssen dir noch das Mikro hier ein bisschen deswegen rüberholen und rüber rüberholen und rüberreichen Christoph kannst du mal deine Eindrücke heute vom Rennen schildern ja also einmal haben wir riesenglück gehabt hier in Bezug auf das Wetter im wahrsten Sinne richtiges tolles Marathonwetter und es hat sich auch dadurch eine schöne starke Gruppe ergeben die Tempomacher haben wunderbar funktioniert und bis Kilometer 30 ist dann der letzte raus also wie geplant Tempo was vorgegeben war eingehalten bis auf die Sekunde und ab Kilometer 30 waren fünf Athleten zusammen die einfach voneinander gelebt haben und am Ende ja auch den glücklichen Sieger Tom Gröschel produziert haben sind alle Bestleistungen gelaufen da vorne und insofern sind alle glücklich und werden sicher wiederkommen nach diesem Lauf das Finish war schon echt stark oder? ja das was ich ja auch liebe insofern rede ich ja immer davon dass ich gerne ein homogenes Feld zusammenstelle wo dann alle was davon haben und ja Galeriesport im Ziel das passt natürlich wie das i-Tüpfelchen und insofern denke ich alle sind zufrieden und die Zuschauer haben spannende Wettbewerbe gesehen wir haben dich eben gesehen kurze Umarmung mit Anja Schell für uns also klar zum einen die Topzeit von Tom Gröschel das ist schon ein Hammer und dann aber natürlich die Geschichte weil man sie auch so schön erzählen kann mit der Nachmeldung erst gestern wir haben gestern Abend noch telefoniert hast du gesagt ja die kam dann dazu hat die 100 Euro noch für die Nachmeldegebühren gelegt und jetzt ist sie mit dabei und kann auch um den Titel mitlaufen das ist schon eine crazy Geschichte ja sie hat sich selber mit ihrem Wagnis oder mit ihrem Risiko wenn man so will belohnt ist natürlich nicht ganz einfach nach drei Wochen nochmal einen Marathon zu produzieren wobei sie damals in Hannover direkt danach eine Erkältung erlitten hatte und vermutlich in Hannover auch nicht ganz fit war durch diese spätere Erkältung aber sie hat heute gezeigt dass sie a kämpfen kann und b sich ihren Wunsch erfüllt hat endlich mal deutsche Meisterin das war ja bisher noch nicht ihr gelungen und insofern heute hat es geklappt und insofern kann auch sie sehr zufrieden sein hast du schon mit Anna Harner sprechen können wie hat sie auf ihren zweiten Platz reagiert also persönlich noch nicht aber ich denke sie ist zufrieden dass sie ins Ziel gekommen ist und auch nach ihrem Halbmarathon vor drei Wochen hat sie gesagt ich bin seit langem wieder mal schmerzfrei gelaufen und das wollte sie auch heute auch erleben und ich denke sie hat es erlebt und sie hat zumindest gestrahlt im Ziel und ich denke auch sie wird zufrieden sein es ist ein neuer Anfang ich weiß nicht ob du die Frage beantworten kannst wir haben gesehen dass Simon Stützel medizinische Unterstützung brauchte weißt du wie es ihm geht das kann ich ihm nicht sagen nein also er ist lange auch in der Führungsgruppe mitgelaufen auf 2014 hin und da dachte ich schon das könnte ein Zacken zu schnell sein für ihn aber gut jetzt muss ich mich mal drum kümmern ich weiß es nicht ich hoffe es geht ihm aber gleich wieder besser das hoffen wir auch danke dir für deine Einschätzung Christoph es war echt schöner Vormittag danke dafür und dir jetzt noch schöne Stunden hier in Düsseldorf danke so Henrik holt uns jetzt hier Henrik Pfeiffer holt uns jetzt hier noch weitere Gesprächspartner ans Mikrofon ihr schaut nach wie vor den Livestream hier aus Düsseldorf Metro Marathon 20 19 inklusive der deutschen Meisterschaften alles begann am Josef Beuys Ufer nicht weit von hier mit dem Start heute Morgen bei den Marathonläufern um ein bisschen verspätet 9.45 9.30 war geplant hier sehen wir gleich jetzt auch nochmal eingeblendet gerne für die Kollegen nochmal in der Übersicht das Endergebnis bei den Frauen da haben wir es Ümy Kiras da haben wir das hatten wir auch live im Bild den Überholvorgang bei Anna Harner am Ende auf Rang 3 Anna Harner 4 und Anja Scherl mit dem Sieg wer hätte das gestern noch gedacht dazu die Zeit auch richtig gut 2 32 56 wohlgemerkt drei Wochen nachdem sie unterwegs war auch schon über die gleiche Distanz leider nicht am Start gewesen die Vorjahressiegerin bei den Frauen Fabienne Amrain Fraktur am Fersenbein sie heiratet bald wollte eigentlich als frischgebackene Titelverteidigung und deutsche Meisterin im Marathon in den Stand der Ehe treten das geht nicht wir wünschen trotzdem auf diesem Weg alles Gute für die Vermählung eine schöne Feier und natürlich vor allem gute Besserung vielleicht sehen wir uns ja dann nächstes Jahr wieder hier in Düsseldorf Fabienne und ihr alle die die noch zuschauen wir sehen uns gleich wieder machen kurz Werbung hier ist der Metro Marathon in Düsseldorf 2019 im Hintergrund seht ihr die Bühne dort steigt gerade die Siegerehrung Malcolm Hicks gerade hochgerufen worden und jetzt kommt Tom Gröschel Tom Gröschel gewinnt Düsseldorf gewinnt die deutsche Meisterschaft und das mit seinem ganz eigenen ganz besonderen Laufstil ja beim Marathon ist eigentlich wichtig dass man darauf achtet dass man einen möglichst effizienten Schritt hat und wenig Kraft einsatz das heißt also eher einen flachen Schritt vielleicht ein bisschen höhere Frequenz und einfach mit weniger Abdruck und weniger Kraft vorläuft wie jetzt zum Beispiel bei einem 10-Kilometer-Lauf das kann man sich auch ganz gut antrainieren wenn man sich ordentlich vorbereitet auf einem Marathon zu 12 Wochen dann kann man vor allem bei den langen Läufen mal ganz gut ausprobieren mit der Schrittfrequenz das zeigen die meisten Uhren heutzutage an wie sich die verändert habe ich selbst auch gemacht in meinem Marathon Training dass ich zumindest geschafft habe meine Schrittfrequenz um vier Schritte im Schnitt zu erhöhen pro Minute und das summiert sich dann schon auf auf 42 Kilometer ein gutes Beispiel ist immer der Tom Gröschel der Vorjahressieger hier der dieses Jahr auch wieder am Start ist der hat einfach so einen typischen Marathon Schritt einen flachen Kniehub der gleitet schön wenig Kraftaufwand wenig starken Abdruck nach hinten aber alles schön flüssig und nach vorne Tom Gröschel der strahlende Sieger von Düsseldorf die afrikanischen Topläufer in diesem Jahr in Düsseldorf nicht am Start aber das hat der Spannung hier keinen Abbruch getan bin mir sicher Race Direktorin Sanya Oberam wird zufrieden sein allein schon aufgrund des Teilnehmerrekords rund 20.000 Läufer heute hier in Düsseldorf mit dabei und mit am Start mit Düsseldorf und Düsseldorf 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 Und noch einmal eine letzte Runde drauf, alles klar, danke schön. Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir zu den Damen, die schnellste, drei schlechte, die auch noch, das ist von der Ringkommunikator, das ist von der Ringkommunikator, das ist von der Ringkommunikator, die berühmte, die in einer Zeit von 2,3,4 und 3,3, also, falls ihr euch fragt, was geht denn hier, ich habe den Henrik Pfeiffer mal losgeschickt und jetzt kriegen wir tatsächlich auch mal ein Bild von der Bühne, wo die Siegerehrung bei den Frauen läuft, das ist die drittplatzierte, Ümy Kiras aus der Türkei. Ümy Kiras hat heute ihre persönliche Bestzeit auch verbessern können. War auch vor elf Jahren schon mal dritte hier in Düsseldorf. Heute ist es wieder zu ihrer rechten Oberbürgermeister Thomas Geisel, selbstpassionierter Marathonläufer. Und jetzt kommt die zweitplatzierte aus Sri Lanka. Und ich bin froh, dass die Anmoderation und die Namensnennung dort auf der Bühne vollzogen worden ist. Starke Leistung, zur Hälfte noch vorne gewesen, aber Anja Scherl hat sie noch eingesammelt. Und jetzt kommt sie, Anja Scherl. Und jetzt kommt sie, Anja Scherl. Anja Scherl, Gewinnerin bei Metro Marathon 2019 in Düsseldorf. Und jetzt kommt sie, Anja Scherl. Und jetzt kommt sie, Anja Scherl, Gewinnerin bei Metro Marathonläufer. Größten Sport-Einzel-Event in Nordrhein-Westfalen war im Metro-Marathon in Düsseldorf und Anja Scherl hat gut lachen, zu Recht. Sie hat es im letzten Renndrittel hingelegt, vielleicht sogar Viertel auf den letzten zehn Kilometern. Die haben es in sich, bei denen war sie da, bei denen hat sie das Rennen dann für sich entschieden, hat die Läuferin aus Sri Lanka hinter sich gelassen. Die letzten zehn Kilometer, natürlich ganz entscheidend beim Marathon, zu sehen auch in unserem Einspieler. Ab Kilometer 30, wenn dann die letzten zehn Kilometer langsam beginnen oder zwölf, haben wir viele Angst vor einem Mann mit dem Hammer. Da muss man eigentlich keine Angst haben, denn ihr habt doch hoffentlich vorher schon Gels und Kohlehydrate zu euch genommen. Spätestens dann aber bei 30 nochmal, als allerhöchste Zeit, damit man da auch dann noch ordentlich durchkommt. Und dann empfehle ich einfach, sucht euch einfach einen Vordermann, heftet euch an die Füße und konzentriert euch darauf, da dran zu bleiben. Und dann kriegt man die auch rum und freut euch aufs Ziel. Ihr schaut weiter den Livestream hier aus Düsseldorf vom Metro-Marathon. Wir sind noch ein paar Stunden für euch auf Sendung, denn hier laufen weiterhin die deutschen Meisterschaften in der einen oder anderen Altersklasse. Geht ja hoch bis männlich und weiblich 90. Zeitgleich heute auch Marathonläufe in London und in Hamburg. Was den Marathonlauf hier in Düsseldorf sicherlich einzigartig gemacht hat, war die Tatsache, dass wir mit Rock die Strecke auch ordentlich Betrieb am Wegesrand hatten. 40 Bands auf 20 Bühnen, das hat für ordentlich musikalische Unterstützung am Wegesrand gesorgt. Und ich glaube, dass der Henrik Pfeiffer jetzt einen Gesprächspartner hat. Ja, ich stehe mit meinem und auch gleichzeitig Toms Trainer, Tone Kirschbaum. Was sagst du zum Rennen von Tom? Wie war es? Ja, fantastische Sache. Also bin ganz begeistert. Habe auch eigentlich noch nie selber als Trainer so einen Finish erlebt mit dem erfolgreichen Ende. Also ich bin immer noch ganz begeistert. Du hast ja den Trainingsplan geschrieben für Tom. Hättest du gedacht, dass es Richtung 2.13 geht? Naja, seine Leistung in Berlin, die war ja schon außergewöhnlich gut, sag ich mal, bei den Bedingungen. Da ist er eine 2.15 gelaufen und da habe ich schon gesagt, er kann auf jeden Fall eine 2.13 rennen. Dann mal Richtung weitere, größere Wettkämpfe jetzt. Weltmeisterschaft, aber auch Olympia steht an. Meinst du, kann das schon reichen für? Das weiß ich nicht. Da muss man sehen, weil da entscheidet ja auch nicht der DLV, sondern da gibt es ja ein DOSB noch. Und da muss man abwarten, wie viele Athleten die dann an den Start bringen oder an den Start gehen lassen. Du hast ja schon viele gute Marathonläufer gecoacht. In deinem Ranking, wo ist Tom da jetzt gelandet von den Bestseiten? Oh, das weiß ich jetzt nicht so. Ich schätze mal so ungefähr am Platz 6. Also, Schnellste ist 2.10, 59 von Michael Veth. Dann gibt es 2.11, 2.12. Also, er ist aber unter einigen, die 2.13 gelaufen sind. Ich glaube, Pfeiffer. Pfeiffer ist das, glaube ich, auch gelaufen. Ja, ist schon lange her. Ja, also von daher aber ernsthaft, ja, er ist da mit Sicherheit unter dem Platz, vielleicht auch unter den ersten 5, habe ich nicht genau im Kopf. Wie geht es jetzt weiter für Tom? Ja, erstmal Erholung, verdiente Erholung. Wird jetzt seinen Urlaub machen mit Freunden, nach Kurs fliegen. Und dann geht es dann über einige Straßenläufe weiter Richtung Herbstmarathon. Super. Freuen uns drauf. Ja, ich auch. Danke. Gut. Danke, Hendrik, für diese Eindrücke. Und weitere Läufer kommen hier ins Ziel. Und ihr seht das ja schon in Reaktion. Jeder freut sich auf seine Art und Weise, abhängig davon, was man sich selbst zum Ziel gesetzt hat. Ja, für Tom Grüschel geht es also jetzt in Urlaub nach Griechenland. Hat er sich verdient. In Düsseldorf wird es die nächsten Jahre auf jeden Fall auch Marathon geben. Und zwar weiter den Metro-Marathon. Wir haben es heute schon ein, zwei Mal erwähnt im Laufe unserer Übertragung. Die Metro hat ihr Engagement um zwei Jahre verlängert, also den Vertrag, den Sponsoring-Vertrag hier verlängert. Natürlich ein wichtiges Signal und auch wichtig im Sinne der Planungssicherheit hier für die Veranstalter. Ja, und jetzt ist tatsächlich die Sonne rausgekommen. Wer hätte das noch gestern Abend, selbst gestern Abend haben wir noch Regen gefürchtet hier in Düsseldorf. Die Metrologen waren sich nicht so einig. Aber jetzt ist die Sonne draußen und ich ärgere mich, dass ich meine Sonnenbrille nicht eingepackt habe. Mittlerweile richtig angenehm hier in Düsseldorf. Und auch Anna Harner, die eben hier nochmal bei uns an der Moderationskabine vorbeimarschiert ist, habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht entdecken können. Und wenn ich das richtig sehe, steht dort vorne neben der Bühne mittlerweile auch wieder Simon Stützel und sieht gesund und munter aus. Auch das wäre ja richtig wichtig. So, auf der Bühne läuft aktuell die Siegerehrung, Deutsche Meisterschaft. Wir versuchen das für euch einzufangen, aber auch bei uns ist manchmal der Akku leer. Und das meine ich jetzt nicht bei uns Machern, sondern bei unserem technischen Gerät. Unsere mobile Kamera, da haben wir jetzt gerade den Akku gewechselt und ich hoffe, dass wir jetzt direkt rüberschalten können. Genau, jetzt fliegen wir ran und jetzt müsste das Belt umschwenken können. Und dann sehen wir die Damen der Schöpfung oben auf der Bühne. Anja Scherl, Anna Harner. Und die drittplatzierte Isabel Leitfried. Anja Scherl, Anna Harner und Isabel Leitfried bleiben natürlich direkt hier bei uns auf der Bühne. Denn jetzt geht es weiter mit dem Deutschen Herrenmeister. 2, 6, 13, 49. Gerade waren wir schon bei uns. Jetzt holen wir noch einmal für uns als 1 und 9, 9er Meister. Und jetzt ist die Fikro-Watt-Sport hier zum Gröschel. Und jetzt ist die Fikro-Watt-Sport. Jetzt kommt in der Runde natürlich auch den deutschen Vizemeister, den drittplatzierten mit dazu. Der Vizemeister-Kopf von der Regie Region Karlsruhe, 2, 18, 8, 50. Herzlich willkommen, der Vizemeister Simon Schütze. Und dann haben wir das Podium komplett mit dem Rundplatz. 2, 21, 21, 51. L.G. Pass auf. Herzlich willkommen, Tobias Schreifel. 2, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist doch ein schönes Bild, die Medaillengewinner bei den Deutschen Meisterschaften, Frauen und Männer Arm in Arm. Und das Ganze bei mittlerweile Sonnenschein in Düsseldorf. Düsseldorf nennt sich Sportstadt und das zu Recht, dieser Marathon, der Metro-Marathon. Nur ein Highlight im prallen Wettkampfkalender hier in NRWs Landeshauptstadt. Schon in wenigen Wochen steigt hier auf den Burgplatz. Nicht weit von hier, vom Zieleinlauf entfernt. Ein großes, international topbesetztes Beachvolleyballturnier. Wir haben den Triathlon hier in der Stadt, den T3-Triathlon. Dann das PSD-Bank-Leichtathletik-Meeting immer zu Jahresbeginnen. Dann den Judo-Grand Slam. Auch das eine richtig coole Veranstaltung. Oder jetzt über Ostern die U19 Champions Trophy. Eines der bedeutendsten Turniere im Jugendfußball. Wir sind es wieder. Livestream aus Düsseldorf. Der Metro-Marathon 2019. Henrik Pfeiffer ist auch wieder bei mir. Versorgt sich nochmal schön mit einer Banane. Wir sehen weitere Hobby- und Amateurläufer, die hier glücklich und zufrieden das Ziel erreichen. Jeder einzelne von ihnen. Und das ist nicht so dahingesagt. Ist ein Held oder eine Heldin. Denn wenn man weiß, wie viel Training da bei dem ein oder anderen Hobby- oder Amateurläufer dahinter steckt. Dann erklärt sich auch der große Jubel, den es bei fast jedem gibt. Ihr seht, bei fast jedem gehen die Hände hoch. Zurecht. 3.500 Läufer insgesamt am Start. Das macht natürlich auch den Reiz aus vom Marathon. Warte, musst du nochmal sagen. Ich habe dein Mikro noch nicht angeschaltet. Jetzt aber. Das macht natürlich auch den Reiz aus vom Marathon. Dass dann eben die absoluten Freizeitläufer gemeinsam am Start sind. Neben Leuten wie Tom Groschel oder eben dann auch internationalen Stars sind wie in London. Und dann kann man abends nach Hause kommen. Dann hat ein Marathon gefinished und kann sagen, ich stand heute Morgen mit Elliot Kipchoge oder mit anderen Stars an der Linie. Das ist eine Sache, die es dann in ganz wenigen Sportarten auf dieser Ebene nur gibt. Dass man sich dann im gleichen Wettkampf, am gleichen Start, mit dem gleichen Startschuss losrennt. Und das macht eben auch eine Faszination aus vom Marathon. Auf jeden Fall. Wird wenig Fußballer geben, die sagen können, sie standen mit Cristiano Ronaldo oder Messi im Kabinengang und sind dann raus aufs gleiche Feld. Leistungsunterschied hin oder her. War ein richtig schöner Vormittag hier in Düsseldorf. Keine Frage, auch weil das Wetter so herausragend mitgespielt hat. Rock die Strecke haben wir eben erwähnt. Auch das natürlich ein schöner Nebeneffekt hier in Düsseldorf. Das ist auch was für die Zuschauer. An 400.000 werden es in etwa. Das sind natürlich immer Schätzungen, auch heute wieder gewesen sein. Aber wenn die Zuschauer dort natürlich auch musikalisch entertaint werden, hat natürlich auch was. Das war gerade eben auf der ersten Streckenhälfte, wo ich ja noch dabei war. Da waren dann wirklich auch immer so Stimmungsnester, wo dann wirklich die Leute da in drei Reich an der Straße standen. Und das sind dann immer so Sachen, da kann man sich an langhangeln. Das war wirklich richtig schön. Da wurde es dann laut ohne Ende. War für uns als Pacer jetzt ein bisschen schwierig, weil man sich da schnell mitreißen lässt. Und man muss da wirklich dann die Zeit halten. Aber für die Läufer, für die, die da wirklich ins Ziel kommen wollen, ist das natürlich dann Gold wert. Gerade gegen Ende, wenn es dann wirklich richtig hart ist, die Beine schwer sind. Und man dann da getrieben wird und gepusht wird. Das ist wirklich viel wert. Wir haben eben Tom ja auch gehabt im Interview. Tom Goschel, der hat das selber gesagt. Für ihn dieser Heimvorteil, dass er wusste, die Leute an der Strecke, die sind auf meiner Seite, die haben ihn dann nochmal beflügelt. Und vielleicht haben die auch diese zwei Sekunden zwischen sich und dem Neuseeländer Malcolm Hicks gebracht. Und ja, wie gesagt, das ist eine Sache, die es dann eben auch im Straßenlauf besonders macht. Vielleicht im Unterschied auch zu Bahnwettkämpfen, wo dann eben oft sehr wenig los ist. Hier stehen dann 400.000 Leute an der Strecke. Und wir schauen nochmal ein bisschen zurück. Vergangenes Jahr war es auch richtig spannend, richtig emotional. Vor allem für zwei, die wir damals im Interview hatten. Und es lohnt sich, da nochmal reinzuschauen. Machen wir jetzt. Also Düsseldorf-Marathon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vor zwei Jahren stand ich hier mit Hendrik Pfeiffer. Unglaubliche Olympianorm. Jetzt neben dir, Tom, du warst damals Begleiter. Was ist denn heute passiert? Klär uns mal auf. Ich kann es selbst noch nicht fassen. Ich habe die erste Hälfte versucht, einfach ein bisschen in der Gruppe mitzuschwimmen. Und dann sind die Jungs anfangs der zweiten Hälfte schon ziemlich losgedrückt. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht. Ich muss halt mein Rennen laufen und meine Geschwindigkeit und einfach mein Rennen machen. Und dann bin ich halt auf der zweiten Hälfte, also auf dem letzten Viertel, einfach wieder rangekommen. Hab peu à peu eine Gruppe nach der anderen eingesammelt. Dann habe ich irgendwann Basti gesehen, der auch ein krasses Rennen gemacht hat. Und dann haben halt super viele Leute aus meiner Trainingsgruppe, meine Trainingsgruppe aus Wattenscheid. Und die sind alle hier, meine Freundin. Die haben sich überall verteilt und haben geschrien, ich soll laufen, laufen. Und ich bin dann wieder rangekommen und dann, ich habe auch keine Orientierung mehr gehabt, wo ich bin, wie weit es noch ist. Die Kilometer, ja, aber ich wusste einfach, ich habe es einfach nur noch das Ziel herangesehen und gedacht, fuck, jetzt muss ich hier einfach nur noch durchziehen. Und dann habe ich es irgendwie geschafft. Also um es mal für die Zuschauer zusammenzufassen. Deutscher Meister hier in Düsseldorf. Und soweit ich gehört habe, inoffiziell auch schon mal Platz 1. Da gab es ja ein paar Verwirrungen, aber dazu kommen wir später. Vielleicht aber mal zu Sebastian Reinwand. Unglaublicher zweiter Platz. Die letzten drei Kilometer, da ging ja einiges zwischen euch. Alles gut bei dir? Ja, war zwar jetzt so in Anführungsstrichen ein bisschen ärgerlich, dass ich die letzten drei so den Tom auch ziehen lassen musste, weil ich halt den Waden zu kämpfen hatte. So energetisch wäre es noch gegangen, aber mir war es auch einfach so scheißegal. Ich habe den Tom auch noch angefeuert, weil ich wusste, das wird eine 2.15. Es geht ja um die Norm oder um die Qualifikation für die Obermeisterschaften. Und ich denke, die ist 99 Prozent safe. Das ist mir auch egal, ob ich hier Erster oder Zweiter bin. Und ich gönne es den Tom auch auf jeden Fall. Es war so geil. So, jetzt haben wir für euch hier nochmal die Ergebnisse aus deutscher Sicht, also von der Wertung der Deutschen Meisterschaft. Wie eben schon gesagt, Tom Röschel natürlich hat den Titel gewonnen, auch das ganze Rennen gewonnen mit dieser Topzeit von 2.13. Und vielleicht ein kleiner Trostpflaster für Simon Stützel. Mit seinem 2.18.58 ist er vielleicht nicht ganz zufrieden. Ihm ging es auch wie sehr schlecht im Ziel, aber er hat die Silbermedaille mitgenommen. Und das ist ja auch immer ein schöner Erfolg bei den deutschen Meisterschaften. Und auf Platz 3 haben wir Tomir Schreindl mit einer 2.21.51. Macht das Podium dann eben komplett. Und für euch hier aufgelistet, die Top Ten, alle unter 2.30. Und für euch hier aufgelistet. Und für euch hier aufgelistet. Und für euch hier aufgelistet. Also das Podium Ja, und der Zielerlauf hier In Düsseldorf natürlich auch sehr, sehr schön gelegen am Rhein mit dem Blick auf den Fernsehturm. Jetzt kommt die Sonne auch raus. Also das ist wirklich ein sehr, sehr sehenswertes und lohnenswertes Ziel, was man hier erreicht. Und dazu vielleicht ein paar kleine Worte von mir. Zu guter Letzt natürlich der Zielerlauf. Das ist vielleicht auch eines der absoluten Highlights der Strecke. Schön am Rhein entlang, auch mit einer tollen Kulisse. Da sind relativ viele Zuschauer auch am Streckenrand. Hinterher gibt es dann die große Biermeile. Das ist dann schon wirklich eine Belohnung für die Läufer, wenn man da erstmal ankommt. Auch für die Spitzensporler, wenn die da wirklich dann dieses kleine Stück bergab nochmal rennen und dann das Ziel vor Augen sehen. Das ist schon was Besonderes. Und es ist eben schön, dass es auch da unten am Rhein ist mit dieser schönen Kulisse, mit der Skyline. Kann ich mich noch gut erinnern, 2016. Das war schon ein ganz schön erhabener Moment, als man da drauf gebogen ist. Und ja, ich hoffe, dass die Leute dieses Jahr genauso genießen können. Wir sind weiter in Düsseldorf. Wir sind weiter beim Metro Marathon 2019 in Düsseldorf. Und an meiner Seite ist weiter Henrik Beifer. Drei Stunden 44 jetzt. Also es kommen nach wie vor die Massenläufer jetzt an. Und das Schöne eben, jeder hat sein individuelles Ziel sich gesteckt. Viele wollen diese magischen Marken unterbieten von drei Stunden, von drei Stunden 30 oder auch von drei Stunden 45. Und deswegen sehen wir nach wie vor immer noch jubelnde Leute, die ins Ziel kommen. Und ja, das macht eben auch, wie eben schon gesagt, ein Reiz aus, dass wir nicht nur die Spitzenleute da sind, sondern eben auch alle gemeinsam im Start sind und jeder sein Ziel erreicht. Also ich sage mal, jemand, der vier Stunden brechen möchte und es schafft, ist genauso glücklich wie jemand, der zwei Stunden 13 brechen möchte und es schafft. Und ja, ist eben eine sehr, sehr schöne Sache. Also so gibt es echt eine große Lauf-Community, nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Und ja, mittlerweile kennt man sich wo untereinander. Aber hallo, eben ist hier ein Läufer ins Ziel gekommen, der tatsächlich zum 18. Mal in Folge am Start war. Der hat auch eine goldene Laufnummer bekommen, ich finde völlig zu Recht. Ich finde ja auch eine schöne Geste vom Veranstalter, dass es gewertschätzt wird, dass eben die Leute in einer gewissen Veranstaltung treu sind und immer wieder kommen. Und ja, hier in Düsseldorf scheint es eben auch rege genutzt zu werden, dieses Angebot. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Wir müssen mal schauen. Ja, das hängt davon ab eben, wo die deutsche Meisterschaft ist. Und sobald ich gehört habe, ist sie in Hannover. Weshalb eventuell das für uns dann eben sehr, sehr wichtig ist, dort zu starten, weil es eben um Olympia geht, um die Punkte geht. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt auch gar keine Gedanken dazu gemacht, was nächstes Jahr ist. Ich möchte jetzt erstmal im Herbst natürlich einen schönen Marathon anbieten, den jetzt Tom hat vorgelegt und das motiviert mich super, gleich danach zu ziehen und werden uns da jetzt auch im Training gegenseitig noch weiter unterstützen. Letztem Vorfeld haben wir auch schon viel zusammen gemacht und wir haben diese starke Trainingsgruppe da, da werden wir uns gegenseitig pushen und man muss eben aufpassen, dass man dann nicht Ziele durcheinander wirft, sodass man jetzt schon mit dem Kopf wieder irgendwo beim nächsten Jahr ist. Nö, das ist klar. Das ist im Marathon eben sehr wichtig, dass man da wirklich fokussiert ist, auf ein Ziel hinarbeitet. Und ein paar Aufbau-Wettkämpfe natürlich dann schon noch mitnimmt und bestreitet, aber dann immer das klare Ziel im Kopf hat, in meinem Fall dann am 13.10. in Köln, da muss ich fit sein. Ja, das macht Sinn. Ja, zeitgleich heute zwei weitere Marathonläufe, einer in London, einer in Hamburg. Henrik kramt schon im Smartphone und checkt mal ein paar Ergebnisse, vor allem aus London, top besetzt dort. Und die schöne Randgeschichte habt ihr sicherlich auch schon gelesen oder gehört, um heile Gibri Selassie und Moe Farrar. Und fehlende Saves auf Hotelzimmern und Verantwortlichkeiten. Ein Wahnsinn. Da machen natürlich beide keine gute Figuren bei so einer Sache. Also es ist dann einfach unnötig, auch das dann so öffentlich auszutragen. Aber na gut, ne? Ja, man kann beide Standpunkte, je nachdem, man weiß nicht, wer recht hat, wird man höchstwahrscheinlich auch nicht rausbekommen. Aber beide Standpunkte irgendwo, wenn man die jeweilige Sicht einnimmt, natürlich auch nachvollziehen. Ja, aber ein bisschen schade, das überlagert natürlich jetzt im Vorfeld des London-Marathons, wo es ja wirklich sportlich ausgetragen werden sollte. So ein bisschen die Berichterstattung und gerade jetzt bei so einem Highlight-Rennen, wo man wirklich Eilid Kipchoge auf, wo ein Fahrrad trifft oder jetzt mittlerweile getroffen ist. Da ist es dann schade, dass eben dann solche negativen Geschichten, auch jetzt mit dem Doping-Fall von dem Halbmarathon-Weltrekordhalter, das muss ja einfach nicht sein. Das ist dann einfach schade und führt dann eben auch den ganzen Sport in gewisser Weise in Verruf. Absolut. Ein Wahnsinn auch, was die Cheerleader hier im Zieleinlauf leisten. Die sind seit Stunden, jetzt wo ich sage, natürlich nicht, aber seit Stunden in Bewegung. Ja, gerade bei den Temperaturen, das ist ja nach wie vor nicht so warm. Nee. Also wirklich Respekt, was sie da für ein Programm runterspulen und ich hoffe, dass da eben alle auch gesund bleiben. Für die geht es heute Abend auch in die Eistonne. Lieber die warme Badewanne. Hendrik Pfeiffer, weiter an meiner Seite, Marathonläufer. Mein Name ist Jan Wochner und wir hatten auch Sebastian Reinwand, den Vizemeister des Vorjahres, heute für euch als Experten hier am Mikrofon. Hendrik ist heute mitgelaufen, zumindest teilweise, war als Pacemaker, soll heißen, als Tempomacher im Einsatz und es hat sich gelohnt. Sein Buddy Tom Gröschel ist alter, neuer deutscher Meister mit einer richtigen Klassezeit geworden. 2,13 und ein bisschen. Ich habe die Sekundenzahl gar nicht mehr. Was war es? 2,13, 49. So, jetzt können wir endlich auch mal ein paar Ergebnisse aus London. Ja, bitte, ich bin ganz, ich habe noch nichts gesehen. Lass mich einmal in Ruhe gucken, da ich an den zweiten sage. Ja, bitte. Daher war es natürlich wieder richtig schnell, ne. Also, Eldut Kipchoge gewonnen in 2 Stunden 2,37 vor Mosinet Gebermef, 2,02,55. Also, das kann ich schon mal so viel sagen. Mo Farah ist geschlagen worden als Fünfter mit 2 Stunden 5,39. Ja, ein weiterer Äthiopier auf Platz 3 auch mit 2,03,16. Das sind halt echt unglaubliche Zeiten, ne. Auch wenn ich jetzt heute Morgen gehört habe, was für ein Sturm da wohl gewesen sein muss. Das ist aller Ehrenwert, was da gemacht wurde. Und Kipchoge, ja, da haben im Vorfeld die Manager gesagt, dass er die gleiche Form hat wie bei seinem Weltrekord. Da haben sie nicht zu viel versprochen. Und dann Platz 4, Shura Kitata aus Äthiopien, 2,05,01. Also, auch da muss es ein wirklich tolles Rennen gewesen sein. Schau mal, ist aus europäischer Sicht natürlich auch super interessant hier der Yassin Rachig aus Italien. Neunter Platz mit 2,08,05. Baschi Abdi, wenn man so will, ein Belgier, sag ich mal, ist, mit 2,07,03. Also, auch aus europäischer Sicht, super Zeit. Und Callum Hawkins, der Brite, ne, 2,08,14. Das ist natürlich auch für ihn, ne, ein Meilenstein der 2 Minuten Bestzeit gelaufen. Wilson Kipsang, vielleicht interessant, aus 2,09,18. Dann schon deutlich, deutlich dahinter. Also, in den letzten Jahren hat er ja vielleicht ein bisschen abgebaut, aber das sind natürlich Ergebnisse. Da hat viel funktioniert. Ganz interessant, Platz 15 jetzt in London, Daniel Chavez da Silva, mein Tempomacher. Ja, der wollte ich gerade sagen. Aus dem Jahr 2016, dann habe ich... Den Namen kam mir doch Gott noch bekannt vor. Ja, mit was in der Zeit, 2,11,10. Das ist für ihn auch ein neuer Bestseller, freue ich mich natürlich. Und eventuell werde ich ihn verpflichtend für Köln wieder, für den Marathon, wenn ich ihn laufe. David Griffiths, Großbritannien, 2,11,46. Also, da war viel los. Und auch die eine oder andere Olympia-Quali ist da schon gefallen. In Deutschland nicht frei empfangbar. Anders als der Marathon hier aus Düsseldorf. Präsentiert von LaRache. Und es hat jede Menge Spaß gemacht heute hier, weil es eben auch richtig spannend war. Gerade im Hinblick auf die Entscheidung rund um die Vergabe der deutschen Meistertitel. Ein zweiter Teil der Ergebnisse aus London bei den Frauen. Auch eine unglaubliche Zeit, 2,18,20. Brigitte Koska aus Kenia hat gewonnen. Pro-Wilfen-Charriot mit 2,20,14. Also auch da die komplette Top-5 unter 2,21. Mary Keitani, vielleicht haben viele, die noch mehr auf dem Schirm gehabt als fünfte, mit 2,20,58. Aber das ist einfach auf einem unfassbaren Niveau. Also 5 Leute unter 2,20, das hat es auch so offensichtlich gegeben. Ganz schön als sechste eine Amerikanerin. Emily Sisson mit 2,23,08. Auch eine sehr, sehr starke Zeit. Charlotte Perdue aus Großbritannien, 2,25, 38 Jahrzehnte. Also ich glaube, da hat auch viel funktioniert aus europäischer Sicht. Oder in dem Fall vielleicht aus nicht-afrikanischer Sicht. Das kann man mittlerweile auch so manchmal sagen. Das kann man mit Fug und Recht genauso behaupten. Eigentlich hat auch im Vorfeld, also vorneweg bei den Frauen sowohl bei Männern als bei den Frauen mehr als nur Weltklasse. Afrikanische Top-Läufer in diesem Jahr hier in Düsseldorf beim Metro-Marathon nicht am Start gewesen. Mal schauen, das könnte sich nächstes Jahr schon wieder ändern. Lassen wir uns, was das angeht, einfach mal überraschen. Weiter Ziel-Einläufe hier am Rheinufer. Gestartet wurde ja heute Morgen, zumindest was die Marathon-Läufe angeht, um 9.45 Uhr. 9.45 Uhr mit Verspätung. Deswegen bin ich auch gerade noch mal in den Stock gekommen. 9.30 Uhr, wollte mir schon über die Lippen kommen, aber 9.45 Uhr ging es los. Ihr seht das auch links oben an der Zeit, rechts ist der Einlauf für Staffeln. Und das werden wir auch noch weiter übertragen in den nächsten Stunden. So, dann haben wir noch mal Ergebnis aus Hamburg. Hau raus, Henrik. Hätten wir fast gehabt, weil mein Akku jetzt leer ist. Aber da ging der Sieg mit nach 208 weg, also auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Da muss vielleicht der Jan jetzt einmal einspringen mit seinem Handy. Ich habe noch Akku. So, jetzt. Tadu Abate aus Äthiopien. 208.25 Uhr. Hui. Eine Sekunde vor Ayele Abshero. Heute ist der Tag der Sprintentscheidung auf deutschem Boden. Also in Düsseldorf. Und dann nochmal nur 5 Sekunden vor Steven Kibrotic aus Uganda. Also die ersten drei binnen 6 Sekunden, das kann was, oder? Absolut. Aber da soll es ja, weil zumindest heute Morgen noch Stand der Dinge stark geregnet haben. Auch keine optimalen Bedingungen. Dafür ist 208 natürlich auch eine sehr, sehr starke Zeit. Auf jeden Fall. Frank Schauer, bester Deutscher. 2.16.55 Uhr. Und so die Leistung. Schade eigentlich, dass er nicht hier in Düsseldorf dann auch gestartet ist bei Meisterschaften. Wäre mit Sicherheit auch sehr interessant gewesen, wie er sich dann in der Gruppe behauptet hätte. Wäre vielleicht so noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber Spekulation. Ich gucke nochmal bei den Frauen. Die Barbe Kuma aus Äthiopien 2.24.41. Vor einer weiteren Kenianerin und Matanga aus Tansania. Beste Deutsche hier. Thea Heim. 2.36.10. 15. Einlad Vielen Dank. 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 Ja. Genau. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Und beim anderen. Ich meine, das andere ist ja auch immer in gewisser Weise eine Lotterie, dadurch, dass man eben nicht ein Marathon jedes Wochenende läuft und dadurch, dass man eben auch vielleicht von den äußeren Bedingungen abhängig ist von der Renntaktik anderer Teilnehmer. Das sind ja auch gewisse Einflussfaktoren, sodass man nicht sagen kann, okay, die eine Zeit ist hundertprozentig mit der anderen vergleichbar. Aber trotzdem hat man da doch über die Zeit eine etwas größere Vergleichbarkeit als bei so einem System, dass selbst dir, also ich finde, du hast es gut gemacht, aber es ist nicht einfach fällt, dass... Da würde ich nicht widersprechen, also ganz klar. Ja. Und dann gibt es dann, das geht dann nach einer Weltrangliste, also es gibt dann die Normerfüller von der Ahnung und dann wird aufgefüllt. Ich glaube, beim Marathon sind es 80 Plätze, bei anderen Disziplinen sind es 42 Plätze. Es kann dann sein, dass 30 Leute die Norm erfüllt haben und dann gibt es 50 Leute, die noch in diese Punkte kommen. Und das ist dann die Weltrangliste. Ja. Und da muss man dann... Und es sind nur noch 80 Plätze beim Marathon, muss man dann sagen, ne? Ja, es ist wahrscheinlich sogar noch das höchste Teilnehmerfeld im Vergleich zu 10.000 auf der Bahn. Da ist es dann noch wahnsinniger mit der Direktion. Ja. Also ich glaube, da muss man schon 27 irgendwas anbieten, um überhaupt eine Chance dabei zu sein. Das ist dann eben, ne, im Marathon ist es dann auch gewollt, dass das Feld ein bisschen größer wird, weil es dann im Fernsehen natürlich schöner wirkt, auch wenn da ein Pulk ist. Aber auf einer 10.000, wenn dann die Leute überrundet werden, das ist dann eben nicht gewollt. Und deswegen spielt das auch eine Rolle bei der Auslegung der Norm oder bei der Kreierung der Norm. Also, wie gesagt, was ihr als Zuschauer oder Zuhörer jetzt vielleicht mitnehmen könntet, es ist ein neues System, es ist sehr kompliziert und es ist eben auch für uns, die jetzt, sagen wir mal, sich eine Chance ausrechnen auf diese Olympia-Teilnahme, sehr schwierig zu kalkulieren, wo starte ich, nehme ich da Punkte mit, gucke ich nur auf eine Zeit oder gucke ich auf beides. Und ja, deswegen kommt diesen deutschen Meisterschaften ein sehr hoher Stellenwert zu, weil man da eben im Gegensatz zu diesen Labelrennen nur die nationale Konkurrenz hat. Wenn ich jetzt beim Labelrennen starte, kann ich Pech haben, es sind 20 Genialer da, die schneller sind. Oder es ist keiner da, dann habe ich Glück. Bei den deutschen Meisterschaften kriegt man relativ viele Punkte für den Titel, nur mit 45, aber man hat eine Kalkulierbarkeit. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass im nächsten Jahr dann eben bei den deutschen Meisterschaften auch sehr viel los sein wird, weil viele dann auch sagen, ich möchte die Chance auf diese 45 Punkte, umgerechnet zweieinhalb Minuten glaube ich, mir nicht nehmen lassen. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussehen wird. Deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass heute, sag ich mal jetzt… Verhältnismäßig? Verhältnismäßig recht wenig, abgesehen von Tom und Simon Stützel, so wenig Leute gekommen sind. Ja, andere Planungen, teilweise auch Verletzungen, zum Beispiel Fabian Amrein jetzt bei den Frauen. Wir haben trotzdem einen schönen Marathon-Tag hier in Düsseldorf erlebt. Der ist natürlich noch nicht vorbei und ihr könnt, wenn ihr mögt, gerne dranbleiben, vielleicht euren Liebsten, eure Liebste noch beim Einlauf erleben. Ich sag für den Moment auf jeden Fall Dankeschön. Danke, Henrik Pfeiffer. Danke fürs Tempo machen, hat sich ja gelohnt. Und danke natürlich auch für deine Expertise hier am Mikrofon. Wir sehen uns definitiv schon bald wieder. Drücken dir die Daumen für den Sommer und dann spätestens auch für den Marathon in Köln. Vielen Dank. Und auf deinem Weg hoffentlich in Richtung Tokio. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal vorbeischauen. LaRache hat diesen Livestream für euch ermöglicht. Danke auch an alle, die im Hintergrund mitgearbeitet, mitgeblockert haben, dass das in dieser Art und Weise hier über die Bühne gegangen ist. Und im Rheinland sagt man, weil wir jetzt in dem unkommentierten Teil des Livestreams wieder rüberschweifen, im Rheinland sagt man Tschö! Und Hello!